Applaus Wir wollen jetzt sozusagen zum Einstieg in den Tag euch einfach nochmal ein bisschen auf den Wahlkampf einstimmen und euch zeigen, was man relativ leicht und einfach auch machen kann mit Ideen, mit Aktionen. Und wir fangen einfach nochmal an mit ein paar Dingen, die bei uns unter dem Tenor laufen. Man kann auch nicht immer nur große aufwendige Sachen machen, sondern auch einfach Wahlkampf machen. Und da ist ja gewisses Equipment da draußen auch und ich hole direkt erstmal schon mal die Edit hoch auf die Bühne, weil wir das jetzt gemeinsam euch ein paar Dinge nämlich hier präsentieren wollen. Gut, also wir improvisieren nochmal ganz kurz. Dann fangen wir nämlich mit unserer Lotte an, weil wir haben ja eben die ganz große Geschichte gehabt mit Lotte und dem Spiel. Ihr habt das Hörbuch schon gehört und zu Lotte gibt es natürlich noch viele, viele andere Dinge. Und wer gerade genau zugehört hat, da spielen ja die Frieda und die Eimer mit. Die sind nämlich heute auch hier. Kommt doch einfach mal auf die Bühne, Frieda und Eimer. Also los geht's, kommt. Hallo Frieda und Eimer, hier geht's hoch auf die Bühne. Raus aus der Massentierhaltung und rein ins Getümmel. Also zu unserer Lotte, zu unserer Lotte gibt es nicht nur, die anderen beiden Tiere konnten wir heute jetzt leider nicht mehr auftreiben. Also Rosa und Lotte selbst sind leider etwas verhindert. Die waren gestern zu lange auf der Party. Also was wir zur Lotte haben, sind natürlich diese tollen Kostüme. Das Huhnfrieda, die Kuh-Eimer, den Spielplan, den ihr draußen auch seht, den gibt es in klein für Verteilen am Stand. Den gibt es als große Spielfläche für die Fußgängerzone. Solche Würfel kann man sich bei uns ausleihen und je nachdem, was man dann würfelt, gibt es entsprechende Felder, die man setzen kann. Dazu gibt es natürlich auch noch perfekte Hintergrundbanner. Da kommt dann zum Beispiel unsere Sonnenblumen-Sabine mit dem Lass-die-Sau-raus-Banner. So, super. Die Sabine und die Esther zeigen euch einfach nochmal das Banner, was ihr bei uns ausleihen könnt zu dem Thema, aber auch zu ganz vielen anderen Themen. Klimaschutz zum Beispiel gegen Nazis. Für ganz viele andere Sachen könnt ihr bei uns Banner ausleihen, die hängen auch im Teil im Treppenhaus. Also das ist sozusagen eins unserer Schwerpunktthemen ja von den neuen gewählten Massentierhaltung. Da gibt es einiges an Equipment. Und super, ihr könnt es glaube ich auch ein bisschen über die, ich glaube ihr könnt es auch ein bisschen hier über die Böschung hängen lassen, dann ist das glaube ich einfacher. Super. So, schön, dass du auch da bist, Edith. Ja, schön, ne? Ich habe kein Mikro. Das macht nichts, dann machen wir das zusammen. Okay. Was hast du uns denn mitgebracht? Ja, ich habe hier nochmal den Preis an, den habe ich mir angezogen und möchte ja gerne nochmal für die Aktionskarte Werbung machen. Das haben schon einige abgegeben. Ihr könnt das noch bis 12 Uhr machen. Ihr solltet euch jemanden überlegen, der mir die schickt. Und ich verschicke, also ich verschicke die jetzt die kommende Woche für euch, aber dass ihr die Postkarte ausfüllt an jemanden, den ihr einbinden wollt, den ihr anstupsen wollt. Und eine nette Zeile schreiben, was er bei uns machen kann. Und das ist der Gewinn, nämlich dieser Schnellwahlkampfrucksack mit der dazugehörigen Tasche. Komm doch mal nach vorne, dann können die Leute es besser sehen. Soll ich mich mal drehen? So, so, so. Ja, sehr schön, sehr schön. Genau. Genau, man zieht sich das an, hat eine Stunde Zeit, packt sich Materialien ein. Die Tasche kann man natürlich auch zu privaten Zwecken nutzen, den Rucksack privat, naja. Gut, also um 12 Uhr draußen in dieser Glaskugel können die Leute, bis dahin können die Leute die Sachen einwerfen, danach wird verlost. Und dann die große spannende Frage kurz danach, wer hat gewonnen, oder? Genau, das machen wir hier auf der Bühne, wir losen das aus. Ich komme mit der Zauberkugel und walte meines Amtes. Okay, alles weitere dann dazu später. Ich hoffe, der Spannungsbogen hält bis dahin. Dann kommt jetzt mal der Can auf die Bühne. Unser Chefkoch aus der Metzgerei oder ist es vegetarisch, Can? Unblutig. Ja, genau. Also, was ist dein Lieblingsgericht, Can? Weiß ich gerade nicht. Weißt du nicht? Okay, gut, also. Der Can ist ein exemplarischer Typ. Diese Schürze, Appetit auf Grün, könnt ihr leihen. Bei uns, also nicht nur diese eine, sondern verschiedene andere für Kochaktionen. Großartig, großartig. Wir werden dazu natürlich auch Rezeptvorschläge haben, die ihr auch einfach kochen könnt. Und mit den Schürzen zusammen habt ihr dann eine tolle Sache für die Fußgängerzone oder irgendwelche Aktionen in der heißen Wahlkampfphase. Gut, dann gibt es natürlich das große Thema Energiepolitik mit Klimaschutz, mit vielen anderen Dingen. Und da kommt die Angela mit der Erdkugel. Juchu. Also, auch alles ausleihbar bei uns. Wer was zum Thema Klimaschutz, Energiewende, 100% Erneuerbare und viele andere Dinge machen kann. Wir haben zu allen möglichen Kostüme. Genau. Erdkugelball und das Artendomino, das auch draußen in der Halle steht. Schöne große Dominosteine. Und jetzt integriere ich nochmal die Sabine. Die kann nochmal Dosenwerfen üben. Diese ganzen Dinge, wenn ihr die leihen wollt, nur damit ihr wisst, wen ihr da ansprecht. Das ist nämlich die Sabine. Die ruft ihr immer in der LGS an und die verleiht euch dann das. Diese Fässer. Wir haben jetzt nicht unsere großen Atommüllfässer mitgebracht, sondern nur kleine Dosen. Große Fässer könnt ihr leihen, viele kleine Dosen, um die Energiewende, Atomkraft wegzuwerfen und auch Kohlekraftwerke wegzuwerfen für die Energiewende. Das gibt es alles mit den entsprechenden Bannern auch. Also Klimaschutz und Sabine ist sozusagen die Managerin im Infobüro mit den anderen Kollegen und Kolleginnen da zusammen. Okay, dann kommt der Sven nochmal auf die Bühne mit einem schönen kleinen Ständer zum Thema Schnellwahlkampf. Genau. Das geht nicht ganz so schnell wie das, was ich anhabe. Kann man sich aber auch schön unter den Arm packen. Und ist der bestückt? Ich sehe das jetzt gerade gar nicht. Sven, klapp den mal auf. Sven, klapp den mal auf und zeigt uns, wie es geht. Und vorne kann man Material reinhängen. Komm, das gucken wir uns mal kurz an. Ja. Also Sven, dreh den nochmal noch ein Stück nach vorne, dass die Leute das sehen können. Also vorne könnt ihr relativ leicht Material reinhängen, zum Beispiel auch zu Mitgliederwerbung, oder? Zur Mitgliederwerbung, zum Freiwilligenmanagement. Man braucht keinen Stand anmelden. Man, man, er ist, ich habe, ich weiß, ich bin gar nicht informiert, wie der das mit dem Bausatz hat. Also, genau. Wir werden zu diesem, von diesem Ständer, den habt ihr bei der letzten LDK ja schon im Video gesehen, werden wir euch in den nächsten zwei, drei Wochen auch einen Bausatz zur Verfügung stellen. Oder besser gesagt, das, was ihr dafür braucht mit einer Bauanleitung. Und wir überlegen auch noch, ob wir eine Firma finden, die das kostengünstig herstellt. Aber einen Bausatz mit einer Bauanleitung bekommt ihr auf alle Fälle. Damit ihr das auch von irgendjemand handwerklich Begabten im Kreisverband gegebenenfalls selber machen lassen könnt. Super. So, was wir ergänzend jetzt sonst noch haben, die Dinge haben wir nicht mit zum Anziehen, sind natürlich Weihnachtsmannkostüme. Das kann man dann nach dem Wahlkampf auch gerne nochmal machen. Und als super Klassiker, der auch immer auch zu leihen ist bei uns, aber etwas aufwendiger, der schöne grüne Eisbär natürlich, unser Klassiker. Einen Applaus vielleicht für den Eisbären, der hat schon so viele Stände hinter sich. Ihr passt gut zueinander, ihr drei, finde ich. Super. Der Eisbär kriegt die Tasche, genau. Okay. Was wir jetzt nicht hier haben, ich aber trotzdem noch gerne kurz sagen will, ist, ich weiß, dass einige Kreis- und Ortsverbände Festivitäten haben, wie 30 Jahre Ortsverband oder Kreisverband, so und so. Da haben wir eine tolle Ausstellung, haben wir einen Zeitstrahl mit alten Wahlplakaten. Wenn ihr dann ein entsprechendes Fest plant, könnt ihr das auch gerne bei uns ausleihen an der Stelle. Gut. So, dann gibt es noch ein besonderes Event, was halt auch, wo man auch relativ grün mit Wahlkampf machen kann. Und ein grünes Ding, um Wahlkampf zu machen, sind halt auch immer gute grüne Fahrräder. Ihr habt das da hinten schon mal gesehen, wir holen uns jetzt trotzdem noch mal auf die Bühne. Und jetzt bitte ich alle, die auf der Seite der Halle sind, einmal die Bahn frei zu machen, damit wir hier schnell die Bühne ändern können. Und los geht's, Hapi, auf! Vollgas! Hey! So, dann kommen wir nach vorne. Und dieses Fahrrad ist jetzt nicht nur grün, dieses Fahrrad kann man auch noch relativ leicht bestücken. Und der Sven und der Hapi machen das jetzt hier nochmal vor. Aber es wird jetzt ein bisschen holpern. Wir haben, sagen wir mal, in so einem absoluten ersten Prototypen so einen Anbautisch für einen normalen Gepäckträger konstruiert, den die beiden jetzt versuchen, da mal anzubauen. Lasst euch nicht davon irritieren, dass das noch nicht so ganz flüssig aussieht. Dieser Bausatz entsteht gerade. Und er hat den Vorteil, wenn es dann endgültig steht, dass man da noch schnell Material drauf auslegen kann. Weil ja nicht jeder Kreis- oder Ortsverband so ein Fahrrad hat, wo man vorne so eine Mulde hat, sondern damit man so ein Andockteil hat. Das kann man wie eine Satteltasche hinten an den Gepäckträger dann hängen. Ihr seht, das ist ein Prototyp, den wir ganz kurz vor der LDK gemacht haben. Das ist noch nicht alles perfekt. Wir optimieren das jetzt in den nächsten Tagen. Oder wer von euch gleich noch eine Idee hat, kann gerne auch Hapi und Sven ansprechen. Und werden euch das dann auch als Bausatz oder als Bauanleitung mit den Dingen, die es dazu gibt, zur Verfügung stellen. Ja, also so ungefähr sieht es dann aus. Perfekt, großartig, super. Okay. So, und dann ist euch der Hapi ja vielleicht auch schon aufgefallen. Hapi, komm mal ein Stück nach vorne. Der Hapi trägt hier so ein tolles grünes T-Shirt. Und das Entscheidende ist, wenn ihr euch die Rückseite vom Hapi anguckt, da kann man toll lesen, was da alles steht. Nämlich der erste Termin ist März 1993, Ennepetal. Dann Aachen im Jahr drauf. Und jetzt ist es hier in Hamm im Juni 2013. Die 20. LDK für Hapi, wo er uns hilft. Und das ist einfach ein großer Applaus wert. Hapi. Super. Herzlichen Glückwunsch. Danke für deine Hilfe. Genau, wir gratulieren dir und wollten das natürlich auf jeden Fall hier auf der Bühne machen, damit du auch mal im Fokus bist. Er mag das nämlich gar nicht. Und ich habe die Ehre, die unsere silberne Ehrennadel für ganz besondere Mitglieder, die bekommst du jetzt. Vielen Dank für dich. Ja, danke an alle, dass ich hier 20 Jahre arbeiten konnte und durfte und nach zehn Jahren werden es noch werden, mindestens. Danke. Da freuen wir uns. Sehr gut, das ist eine Ansage. Wir nehmen dich ernst und danke. Okay. Dann war das sozusagen das, was wir alles zum Thema Wahlkampf euch auch anbieten können, was wir zur Verfügung haben, was ihr schnell auch nutzen könnt. Neben Materialien und vielen anderen Ideen, die es noch gibt. Aber diese Dinge könnt ihr euch alle von uns leihen und jetzt steigen wir gleich weiter in die Inhalte ein. Danke für alle, die hier oben mitgemacht haben. Super. So, ich denke, jetzt seid ihr auch alle gut motiviert, in einen ganz grünen, ganz aktiven Wahlkampf einzusteigen. Nach diesem etwas auch durchaus lustigen, humoristischen Einstieg möchten wir aber aus gegebenem Anlass... Achso, Entschuldigung. Erst ist nochmal Harald dran mit der Denkung. Genau. Okay, gut. Ich will noch auf zwei Dinge besonders hinweisen, weil wir natürlich auch schon jetzt zwar die Bundestagswahl total im Fokus und im Blick haben, uns aber auch schon auf die Kommunalwahl im nächsten Jahr konzentrieren, die ja zusammen mit der Europawahl stattfindet. In ganz vielen Bundesländern gibt es mit der Europawahl auch Kommunalwahlen Ende Mai nächsten Jahres. Und wir sind jetzt auch schon dabei, erste Planungen zu machen, damit ihr auch sozusagen wisst, an was wir dran sind. Und für euch ist das ja auch besonders wichtig, auch in der Frühphase die Kommunalwahlen programmatisch, aber auch wahlkampftechnisch in den Fokus zu nehmen. Haben wir einen ersten Fahrplan, der jetzt euch gerade verteilt wird. Das ist dieses hier. Der grüne Fahrplan zur Kommunalwahl 2014 vorbereitet. Mit ein paar Infos auf der Rückseite. Und einer Zeitleiste mit Terminen. Guckt euch das schon mal an. Das ist aber eine Vorabversion. Das kriegt ihr nochmal ein bisschen ausführlicher vor der Sommerpause auch zugeschickt. Als Kalender oder als Zeitleiste auch fürs Büro mit vielen Infos nutzbar. Da stehen auf alle Fälle auch schon mal Termine drauf, die für euch und uns wichtig sind, die wir schon festgelegt haben, wie Thema Kampagnenplanung, wie LPR beispielsweise, wo wir halt auch kommunalpolitisch entsprechend Botschaften setzen wollen. Dieses Jahr gibt es jetzt auch schon, nämlich genau in zwei Wochen, mit einer großen Veranstaltung los, wo wir auch inhaltlich die Kommunalwahlen vorbereiten wollen. Nämlich seit drei Monaten etwa haben wir online einen Prozess laufen zur Erarbeitung von Leitbildern, kommunalpolitischen Leitbildern für Kommunalwahlprogramme. Das läuft über unsere Beteiligungsplattform und auf unserer Webseite gibt es entsprechend auch Infos zu dieser Denkfabrik, nämlich lokale Zeiten heißt sie. Der Flyer liegt auch auf euren Tischen. Da geht es, wie gesagt, darum, programmatisch Leitbilder für die Kommunalwahlen vorzubereiten, die ihr auch als Textbausteine für eure Kommunalwahlprogramme dann nutzen könnt. Die Denkfabrik ist in zwei Wochen am 29.06. in Bielefeld und wir haben die Bitte, schaut euch das nochmal an, meldet euch auch an. Unser Wunsch ist, dass auch viele Kreisverbände, viele Ortsverbände, Leute aus den Ratsfraktionen da vertreten sind. Wer sich hier anmelden will, kann das machen. Da draußen in der Nähe von unserem Infostand steht auch direkt ein Rechner, wo man sich anmelden kann. Ansonsten könnt ihr das natürlich auch ganz entspannt zu Hause machen über unser Online-Anmeldesystem, wo ihr auch direkt euer Ticket kaufen könnt. Und da die Denkfabrik schon in zwei Wochen ist, ist unsere Bitte einfach, meldet euch in den nächsten Tagen an, damit wir auch die Workshops entsprechend gut planen können und die Workshops auch arbeitsfähig gestalten können. Damit wir kommunalpolitische Leitbilder haben, mit denen auch ihr vor Ort für eure Wahlprogramme gut arbeiten könnt. Das ist der Ausblick auf die Kommunalwahl, weil alles ist verzahnt ineinander. Und wenn die Bundestagswahl rum ist im September, steigen wir da richtig ein. Danke und viel Spaß im Laufe der Debatte heute. Ja, vielen Dank, Harald. Jetzt aber, ihr habt es wahrscheinlich mitgekriegt, in der Türkei ist gestern Nacht ziemlich viel passiert. Das wollen wir zum Anlass nehmen, darüber hier auch nochmal ein paar Worte zu verlieren. Und da gebe ich dem Sven das Wort. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, während gestern, Harald hat es gesagt, viele von uns ja auch durchaus zu Recht und mit sehr viel Freude diese tolle Party gefeiert haben, gab es aber zeitgleich eine ganz schlimme Eskalation in der Türkei. Ihr habt das vielleicht mitbekommen jetzt in den Nachrichten heute Morgen und teilweise lief es ja auch schon gestern als Gerücht rum, dass die Polizei jetzt den Gezi-Park in Istanbul, also das Herz des Aufstands der türkischen Zivilgesellschaft, gewaltsam geräumt hat. Und unter den Protestierenden war auch unsere Bundesvorsitzende Claudia Roth. Und das haben vielleicht auch eine mitbekommen, dass auch Claudia selber Opfer einer Tränengasattacke der türkischen Polizei war. Und das, was sie heute Morgen auch sehr eindrücklich geschildert hat, ist, dass es eben nicht nur so war, dass die Polizei einfach den Platz geräumt hat, sondern dass sie dann eben auch mit Tränengas die Demonstrierenden verfolgt hat durch die Straßen, teilweise Demonstrierende, die sich in Hotels geflüchtet haben und dort bei den Hoteliers auch Unterschlupf gefunden haben auf Toiletten in Räumen, dass die Polizei auch dort eingedrungen ist und eben in den Toiletten der Hotels und in teilweise Versammlungsräumen dann eben auch Tränengas versprüht hat. Und Claudia war eben auch Opfer dieser Attacke, ihr geht's gut. Und sie konnte auch heute Morgen das der Presse auch entsprechend in den Medien schildern. Aber das zeigt eben, dass es bei dieser Eskalation der Polizeigewalt eben nicht nur um die Räumung eines Platzes geht, sondern wirklich auch um eine Hatz auf Demonstrierende, die sozusagen sich dort einfach Freiheits- und Bürgerrecht erkämpfen möchten. Und das können wir an dieser Stelle nochmal ganz, ganz aufs Schärfste verurteilen, liebe Freundinnen und Freunde. Wir können also, wir haben ja gestern diese Resolution auch verabschiedet und nochmal ganz, ganz deutlich diesen Kern der Resolution auch bekräftigen, indem wir die Regierung Erdogan auffordern, wirklich unverzüglich die Gewalt auf die Friedlichen Demonstrierenden zu unterlassen. Und wir wollen das nicht nur mit einer Resolution tun, sondern wir haben uns auch überlegt, und das ist eine Idee, das möchte ich auch sagen, hier von der Terry Reinke, die Sprecherin der jungen europäischen Grünen ist, der Federation of Young European Greens, die jetzt im Laufe des Parteitags noch auch Solidaritätsplakate entwerfen werden, also Solidarität mit den Demonstrierern in der Türkei. Und wir werden dann am Ende des Parteitags die Gelegenheit haben, hier auf der Bühne mit allen, die das möchten und die noch da sind, auch ein großes Foto zu machen, um wirklich Solidarität zu demonstrieren, um auch bildlich Solidarität zu demonstrieren, und das auch in unseren Kontakten in die Türkei und in der Europäischen Union, in den sozialen Netzwerken auch nochmal bildlich deutlich zu machen, weil wir wissen eben, dass auch die Medienlage in der Türkei eine ganz, ganz bestimmte ist und dass es auch wichtig ist, dass die Demonstrierenden in der Türkei mitbekommen, dass wir solidarisch mit ihnen sind. Das heißt, ich bitte euch, wenn die LDK gleich vorbei ist, hier auf die Bühne zu kommen, dass wir eben mit diesen Plakaten nochmal auch ein Foto machen können und das ihr auch nutzen könnt, um euch solidarisch zu erklären und dafür bitte ich euch herzliche Unterstützung. Vielen Dank. Ja, danke schön Sven. So, damit steigen wir dann in die Beratung heute ein. Ich möchte euch kurz berichten, was heute noch alles ansteht. Wir fangen jetzt gleich an mit dem Top 7 Mobilität, Antrag M1 mit Änderungsanträgen. Dann kommen wir zu den Satzungsänderungen mit den Anträgen S1, S2 und S3. Top 9 Verschiedenes, da haben wir ja gestern schon einige Anträge vorgezogen. Heute bleiben noch übrig V1, Gülle Tourismus, V2, Gender Budgeting und V4, der Polizeiantrag. Und wenn alles gut läuft, hoffen wir, dass wir so gegen 14 Uhr dann mit unserem Programm heute fertig sind. So, bevor wir jetzt in den Top Mobilität einsteigen, möchte ich euch noch darauf hinweisen, dass vorne im Foyer ja auch ganz viele Anbieter der Mobilitätswirtschaft oder der Mobilitätsverbände ihre Stände aufgestellt haben. Also wenn ihr zwischendrin mal rausgehen möchtet, guckt euch das da an. Da gibt es viele gute Informationen zu gewinnen. So, und jetzt gebe ich erstmal an meinen Kollegen ab, der euch in den Top 7 einführen wird. Guten Morgen, auch an meiner Seite. Wir kommen zur Top 7 Mobilität. Wir haben uns das jetzt so vorgestellt, diesen Punkt, dass wir eine Einbringungsrede haben von 7 Minuten. Die wird Arndt Glock halten. Dann haben wir einen Gastredner, Michael Ciesack, der Bundesvorsitzende vom KAUCD. Danach haben wir uns vorgestellt eine Aussprache, 5,5 a 3 Minuten. Danach, dazwischen, kommen noch gesetzte Redebeiträge von Gisela Nacken und Thomas Wagner. Und dann zum Schluss eine Gastrede von Toni Hofreiter, Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Bundestag. Und danach gehen wir in die Abstimmungsverfahren, weil wir einige kontroverse Punkte haben. So haben wir uns das vorgestellt. Dann würde ich sagen, dass Arndt das Mikrofon hat und du darfst den Antrag einbringen. Ja, schönen guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Herzlichen Dank an den Landesvorstand, dass sie das heute hier zum Schwerpunktthema der LDK macht. Denn Verkehrspolitik ist in den letzten Monaten wieder ganz klar in das Zentrum der Politik zurückgerückt. Viele haben das ja von euch mitbekommen. Zum Beispiel durch die Situation auf unseren Straßen, den großen Sanierungsstau, die Sperrung der Rheinbrücke A1 bei Leverkusen, die Schließung einer U-Bahn-Linie in Mühlheim. Der große Sanierungsstau, den wir einfach haben und über den wir diskutieren, ist ein wichtiger Punkt. Aber ein anderer wichtiger Punkt ist auch die Änderung des Mobilitätsverhaltens der Menschen heutzutage. Und da gab es Verbände, da gab es eine Partei wie die Grünen, die das seit vielen Jahren vorbereitet haben, die in Regierungsverantwortung schon Mitte der 90er Projekte vorangebracht haben, wie das Programm 100 Radstationen oder im Regionalisierungsbereich bei der Wahn wichtige Akzente gesetzt haben, Strecken reaktiviert haben etc. Der VCD, der ADFC, Leute, die da ganz dicke Bretter gebohrt haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und siehe da, mittlerweile wirkt es. Weil wenn man guckt, was heutzutage auf unseren Schienen los ist, an den Bahnsteigen, in den Abteilen, wie viele Leute heutzutage auf Bus und Bahn umsteigen, die ganze Generation Semesterticket, die sich in die Züge bewegt, Leute, wo man nie gedacht hat, dass sie ÖPNV nutzen, das, was sich im Radverkehrsbereich tut, die Fahrradläden, die zentralen Einkaufsgenossenschaften bei den Radhändlern, die von riesigen Sprüngen sprechen beim Radverkauf, bei den E-Bikes etc. Es gibt heutzutage wirklich viele Menschen, die bereit sind, signifikant Mobilität zu verändern, auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umzusteigen. Und wir Grüne, liebe Freundinnen und Freunde, waren die Vorreiter, lange, lange bevor andere auf dieses Thema gekommen sind. Es gab am Freitag im Kölner Stadtanzeiger eine Umfrage zum Thema Autonutzung in dieser Stadt, immerhin der größten in NRW, über eine Million Einwohner. Und da haben 30% gesagt, dass sie bereit sind, auf ein eigenes Auto zu verzichten und Carsharing-Angebote zu nutzen. Und 26% haben gesagt, ich habe überhaupt kein Auto und ich würde mir auch keins kaufen. Das sind Zahlen, die weit über dem liegen, was wir früher angenommen haben, wo Leute bereit sind, sozusagen andere Mobilitätsformen zu nutzen. Und jetzt kommt es darauf an, dass man diese Bereitschaft zum Wechsel auch durch gute Programme unterstützt, indem man gute Angebote macht, indem man auch intensiv darüber diskutiert, wie man den Straßenraum anders aufteilt. Denn wenn wir in Stadtteilen, was auch in Münster längst der Fall ist, aber auch in anderen Großstädten, wie in Aachen, Bonn, in Köln, Ehrenfeld etc. bei Verkehrszählungen feststellt, dass mehr Radfahrer auf der Straße sind als Autofahrer bei den Alltagsfahrten, dann müssen wir darüber diskutieren, wie man den Raum Straße anders aufteilt. Da kann es nicht sein, dass Autos 90% der Straße haben und die Fahrräder am Rand sind und daneben irgendwo noch die Fußgänger sind. Ich war vor einigen Wochen, vielleicht haben einige, wer das bei Facebook verfolgt, in New York eine Woche und da hat Bloomberg mit einem Programm in den letzten zwei Jahren ganz konsequent durchgegriffen als Bürgermeister. Einige haben in New York gesagt in Gesprächen, das hat er deswegen gemacht, weil das ist eh seine letzte Wahlperiode und zweitens ist er Milliardär und ist sowieso nicht von der Wirtschaft angreifbar. Auf den Haupt-Avenues in New York ist jeweils eine Autospur komplett jetzt als Radspur umgewandelt und für die Busse. Und zum 1. Juni ist eine große Kampagne an den Start gegangen mit 15.000 Leihrädern an über 400 Stationen, wo man im ganzen Stadtgebiet sich Fahrräder ausleihen kann. Und es gibt viele andere europäische Metropolen. Guckt man nach Barcelona, guckt man nach Paris, guckt man nach Kopenhagen, wo unglaublich viel passiert ist, Stockholm etc. wo es auch solche Angebote gibt. Und ich meine, was in Stockholm geht und was in Barcelona geht, das geht in Köln, Düsseldorf, Münster, Bielefeld auch genauso. Vielleicht im kleineren Umfang, aber da müssen entsprechende Angebote gemacht werden und da muss auch die Verwaltung so mutig sein, entsprechende Schritte zu machen. Und da müssen auch CDU und SPD, die gerne in Sonntags reden und wenn der ADFC einlädt, dafür werben, dass man mehr Radverkehr hat, da müssen auch diese Parteien bereit sein, endlich die Schritte zu gehen, die Gelder zur Verfügung zu stellen und in der Verwaltung die Anweisung zu geben. Wir wollen mehr Rad und wir müssen deswegen den öffentlichen Raum auch neu aufteilen. Hat, habt ihr einmal kurz zwischendurch vielleicht einmal ein Glas Wasser für mich, weil ich habe noch ein bisschen was vor mir und hier steht nämlich keins. Liebe Freundinnen und Freunde, es gibt ein großes Programm der Bundesregierung zum Thema E-Autos. Bis 2020 sollen eine Million E-Wagen auf unserer Straße sein und dafür gibt die Bundesregierung... Danke. Gut, das ist besser. Dafür gibt die Bundesregierung 75 Millionen Euro aus in den nächsten Jahren. Dieses Programm läuft fünf Jahre und wir haben heutzutage noch keine 5000 E-Autos auf deutschen Straßen. Es gibt einen anderen Bereich, wo wir Ende letzten Jahres schon 1,2 Millionen Gefährte auf deutschen Straßen hatten, ohne einen Pfennig Subventionen, das sind die E-Fahrräder und Pedelecs. Die Leute stimmen es beim Einkauf ab, sie wollen ein vernünftiges Fahrrad haben, weil sie wissen, das braucht weniger Raum, da bin ich besser mobil und nutzen entsprechend diese Angebote. Und ich frage die Bundesregierung, das ist auch eine Frage an Toni, gleich bei der Frage grüne Regierungsbeteiligung auf Bundesebene, wollen wir dieses E-Konzept weiterführen, indem wir da wirklich Millionen von Euro verbrennen, wo leider die Automobilindustrie entsprechend nicht darauf anspringt, oder gibt es Ideen, wie man andere Mobilitätsarten, wie zum Beispiel E-Autos und E-Pedelecs entsprechend fördert und voranbringt, weil die Leute entscheiden es beim Einkauf, dass sie entsprechend Fahrräder wollen und etwas skeptisch sind, was mehr Automobilität auf deutschen Straßen angeht. Wobei, das will ich an der Stelle auch sagen, ich bin nicht grundsätzlich gegen E-Wagen, das wäre auch Quatsch, aber ich glaube, sie haben eher ihren Platz im Bereich Carsharing, im Bereich Leihautos und ich glaube, die Vorstellung, die man noch vor einigen Jahren hatte, dass man einfach sozusagen die alten Benziner von der Straße verbannt und dass man das sozusagen durch E-Autos ersetzt, die man dann mit umweltfreundlichem Strom auch auflädt, ich glaube, die Vorstellung braucht man heutzutage nicht mehr zu haben. Es ist eine Ergänzung, aber es wird sozusagen auch nicht mehr bleiben in der Zukunft. Ich will zu einem zweiten Punkt kommen, das ist nämlich zur Frage der Verkehrsinfrastrukturfinanzierung. Nordrhein-Westfalen ist die Verkehrsdrehscheibe im Westen der Republik und auch im Herzen von Europa. Das gilt sowohl für den Güterbereich wie auch für den Personenbereich. Und was wir hier feststellen in der Landesregierung, dass wir seit Jahren in den zentralen Bereichen von der Bundesregierung unterfinanziert sind, dass wir abgehängt werden und dass zentrale, wichtige Projekte, die in Nordrhein-Westfalen dringend finanziert werden müssen, sowohl im Schienenbereich wie auch bei der Straßensanierung, leider nicht so unterstützt werden müssen, wie das dringend notwendig wäre. Und deswegen ist unser Auftrag mit diesem Antrag heute und mit der Debatte für die nächste Bundesregierung, hoffentlich mit grüner Beteiligung, für alle mindestens 20 gewählten künftigen grünen nordrhein-westfälischen MdBs und natürlich auch für die nächste grüne Bundestagsfraktion. Das ist ein Kernthema für euch. Da gilt es zu kämpfen in den nächsten Jahren. Wir haben einen riesigen Sanierungsstau hier bei Straßen, Brücken, bei den Tunnelbauwerken. Und wenn wir hier nicht Stillstand erleben wollen in den nächsten Jahren, dann muss ich hier dringend was tun, da muss dringend investiert werden. Das Land wird da seinen Beitrag leisten, aber der Bund muss auch Nordrhein-Westfalen angemessen zu seiner Größe und zu seiner Einwohnerzahl und auch Einkommenszahl entsprechend berücksichtigen in den nächsten Jahren, liebe Freundinnen und Freunde. Und stehen nach Königsteiner Schlüssel, das ist der Berechnungsschlüssel der Bundesländer, 21 Prozent für Nordrhein-Westfalen zu, bei den Projekten und bei den wichtigen zentralen Projekten bekommen wir häufig nur drei bis fünf Prozent der Mittel und haben entsprechend wenig Möglichkeiten, das umzusetzen, was hier dringend notwendig wäre. Jetzt gab es am Freitagabend die Nachricht vom Verkehrsminister Groschek, dass es wohl Signale aus Berlin gibt, dass im Bereich RAX, also der schnellen Nahverkehrsverbindung von Dortmund übers Ruhrgebiet bis nach Köln und bei der Betübelinie, der Güterverbindung von Duisburg über Emmerich nach in die Niederlande, also zum Rotterdamer Hafen, dass es dort Bewegung gibt. Das war, wenn es denn wirklich der Fall ist, ein bohrend ganz dicker Bretter, auch schon der letzten Landesregierung, da hat unser damaliger Staatssekretär Horst Becker sehr viel Einsatz hintergeleistet, da hat jetzt die Ministerpräsidentin entsprechend mitgebohrt. Es gibt da positive Signale von Seiten der Bahn, also von Grube und offensichtlich auch aus dem Kanzleramt, aber ich sage Vorsicht an der Bahnsteigkante, bis heute ist da noch nichts unterschrieben, es sind nur Zusagen, mündliche Zusagen und wir hatten schon mal 2010 einen Bahngipfel hier, vor der Landtagswahl, damals noch mit Rüttgers als Ministerpräsident, große Inszenierung in Düsseldorf, viel angekündigt, nichts umgesetzt. Wenn es jetzt diese Signale gibt, dass der RX endlich auf die Schiene gebracht wird, dass wir einen 15-Minuten-Takt im Ruhrgebiet bekommen, dass wir mehr Waggons bekommen, dass wir mehr Kapazitäten bekommen, dann wäre das ein riesenwichtiger Schritt, aber ich sage, nicht zu früh freuen, genau hingucken und erst mal abwarten, bis die Tinte unter dem Papier steht, weil wir sind hier oft genug enttäuscht worden, insbesondere von Seiten der CDU, CSU, die jetzt wieder rausgegangen ist und gesagt hat, das Ding ist in trockenen Tüchern. Und erlaubt mir am Ende noch ein paar Sätze zum Thema Straßenbau zu sagen. Und da muss man so offen und ehrlich sein, dass da zwischen SPD und Grünen auch an mancher Stelle entsprechend Dissens herrscht. Wir haben uns verständigt, 2011 auf eine Straßenpriorisierungsliste, SPD und Grüne, wo wir uns ehrlich gemacht haben, wo wir gesagt haben, es kann nicht alles realisiert werden, es soll auch gar nicht alles realisiert werden, weil es gute Gründe gibt, manche Straße auch nicht zu bauen. Und wir haben von 350 Straßenprojekten, die es mal waren, teilweise völlig überplant, Straßen NRW, fast 60 Millionen Defizit und entsprechend durch die Planungsaufträge, die rausgegangen sind, wir haben uns da ehrlich gemacht und haben über 100 Projekte rausgenommen, auf Rotgesetz zurückgestellt. Jetzt steht die Anmeldung zum Bundesverkehrswegeplan an, der eigentlich 2015 sozusagen auf jeden Fall dann von einer neuen Bundesregierung verabschiedet werden soll. Und man stellt fest, wenn man jetzt die Zeitungen liest, wir haben ja 99 direkt gewählte SPD-Abgeordnete aus dem ganzen Land, dass man immer wieder dort Fotos sieht von Straßen, wo wir schon gesagt haben, die sind zurückgestellt, die kommen nicht, wo dann der SPD-Abgeordnete sich gerne mit IHK und CDU hinstellt und dafür wirbt, dass man die Straße dringend braucht. Ich sage, liebe Sozialdemokraten, und das teilt auch der Verkehrsminister, deswegen würde ich mir da auch mehr Ehrlichkeit wünschen bei den Genossen selber. Wir haben kaum Geld für Straßenbau, wir haben ein riesiges Sanierungsdefizit, wir müssen alles darauf setzen, dass wir unsere Infrastruktur auf Vordermann bringen und Straßenbau in irgendwelchen ländlichen Regionen von Projekten, die 30, 35 Jahre dort liegen, die können da auch noch die nächsten 35 Jahre liegen, wir arbeiten an Mobilitätsalternativen, wir wollen ein Stück weg vom Auto und wir können und wollen nicht jede Straße bauen, die in diesem Plan drinsteht und von den Regionalräten auch entsprechend angemeldet worden ist. Da werden wir Grüne darauf achten. Und da ist es erfreulich und gut, dass auch die Grüne Bundestagsfraktion entsprechend die Dinge formuliert hat und jetzt auch mit einem Antrag zum Bundesverkehrswegeplan, wo auch klar drinsteht, es muss ein Bürgermobilitätsplan sein, wo es Verkehrsalternativen gibt, wo auch Bürgerinnen und Bürger in Planungsprozesse einbezogen werden, wo auch alternative Verkehrsverbände gehört werden, wo man sich sozusagen Alternativen vorher anguckt, bevor man Dinge beschließt und dann mühsam, wie das bei Stuttgart 21 war, entsprechend zurückholen muss. Das finden wir richtig und gut, da unterstützen wir auch unsere Bundestagsfraktion und man kann nur hoffen, dass das auch bei den anderen Parteien gehört wird und dass das Regierungspolitik ab dem 23. September auch in Berlin wird. Liebe Freundinnen und Freunde. So, ich bin fast am Ende meiner Reden. Nein, ich würde noch gerne was zu Luftverkehr sagen. Das will ich mir dann doch nicht verkneifen, weil es auch da zunehmend zum Glück kritische Berichterstattung gibt. Wir haben ja viele Verkehrslandeplätze hier im Land. Wir haben jetzt noch Kassel-Kalden dazu bekommen. Es gibt Planungen, in Enschede noch einen neuen Flughafen aufzumachen. Viele dieser Regionalflughäfen sind im absoluten Defizit, auch mit kommunalen Zuschüssen, insbesondere in Dortmund, wo im letzten Jahr alleine 20 Millionen Euro von den Stadtwerken, eine Stadt wie Dortmund mit großem Finanzierungsbedarf in vielen anderen Bereichen, die Stadt Dortmund meinte sich leisten zu können, 20 Millionen Euro in einen maroden Flughafen reinzusetzen, statt das Geld für Schwimmbäder, für Kitas und für andere Dinge auszugeben. Und für uns, manchmal erinnert mich das ein bisschen an Georg Leber Ende der 60er, Anfang der 70er, der gesagt hat, jede Stadt soll in 10 Kilometern Nähe einen Autobahnanschluss haben. Es gibt einige, auch bei den Sozialdemokraten, die meinen, man müsste sozusagen in 20 Kilometern Nähe unbedingt einen Flugplatz hier in Nordrhein-Westfalen haben, weil immer mehr dazukommen oder aber Flughäfen, die marode sind, auch entsprechend nicht stillgelegt werden. Da haben wir eine klare Vereinbarung SPD und Grüne auf Landesebene getroffen und die ist sehr wertvoll im Koalitionsvertrag. Es gibt keinen Cent aus Landesmitteln an Subventionen für defizitäre Regionalflughäfen und dabei bleibt es auch, liebe Freundinnen und Freunde. So, und jemand, der dafür auch engagiert gekämpft hat, kann leider heute nicht da sein. Vielleicht sitzt er zu Hause mit seinem iPad. Ich habe jedenfalls diese Woche mal mit ihm telefoniert. Später war Bundestagsverkehrsdebatte, hat Toni geredet. Da lag er gerade noch im Krankenhaus, hatte das iPad vor sich und sagte, ja, ja, jetzt redet gerade der Hofreiter, jetzt kann ich nicht telefonieren, ruf mal gleich zurück. Also, herzliche Grüße von Horst Becker, der leider Anfang Mai einen schweren Fahrradunfall hatte, wie vielleicht einige von euch mitbekommen hatten. Er hätte nämlich heute hier auch einen gesetzten Beitrag gehabt. Vielleicht sitzt er zu Hause. Also, lieber Horst, wir grüßen dich ganz herzlich. Und ich soll auch Grüße ausrichten. Wir wünschen dir gute Besserung, dass du bald wieder bei uns bist. Ahn, Ahn, kommst du bitte zum Schluss? Ja, genau. Also, danke für die Aufmerksamkeit. Ich bin gespannt auf die Debatte. Es gibt ja auch einige kontroverse Geschichten, die wir nachher noch zu diskutieren und abzustimmen haben. Toll, dass ihr den Punkt heute setzt. Und getreu meinem letzten Wahlkampfslogan in Köln für besseren Verkehr, danke ich euch für die Aufmerksamkeit. Dann möchte ich Toni Hofreiter begrüßen, der jetzt hier bei uns anwesend ist und später mit uns hierüber debattiert, über Verkehr. Herzlichen Glückwunsch, dass du hier bist. Grüß Gott. So, und jetzt haben wir einen gesetzten Redebeitrag von Michael Ciesack, Bundesvorsitzender VCD. Sie haben das Wort. Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Der Weg zur grünen Verkehrswende ist weit und unklar. Zumindest wenn man, wie ich, heute Morgen mit dem Bus angereist ist, an der Haltestelle Ökocenter ausschliegt und dann suchte, wo könnte die Tagungshalle sein. Kein Wegweiser, keine Hilfestellung. Hoffentlich ist das kein schlechtes Zeichen für grüne Mobilität. Denn grün ist eigentlich die Farbe der Hoffnung. Nach dem Wälzen der wirklich sehr schrecklichen Wahlprogramme der meisten Parteien war es doch für mich eine Wohltat zu lesen, dass zumindest eine Partei die Verkehrswende ernsthaft angehen möchte. Vieles, was ich in dem Antrag gelesen durfte, ist abgeschrieben vom VCD. Finde ich prima, habt ihr gut gemacht. Äh, nein. Ich will nicht zu euphorisch werden. Euphorisch kann man schnell werden, wenn man Positives liest angesichts der Realitäten im Berliner Politikgeschäft. Da freut man sich doch schnell über jedes grüne Pflänzchen, was von der Verkehrspolitik Ramsauers und Co. noch nicht plattgefahren worden ist. Das ewige Mantra Verkehrswachstum bringt Wirtschaftswachstum. Seit Jahrzehnten folgt daraus Betonpolitik, Lobbyistenpolitik, nur Geldpolitik für mehr Infrastruktur. Nachhaltige Verkehrspolitik, Vielanzeige. Beispiel Verkehrsminister. Aus seinen neu eingeführten, geschlossenen Finanzierungskreisläufen für die Straße, Monstertrack-Liberalisierungsideen, Festhalten an Prestigeprojekten, Rübelradlern und Flensburger Pünktchenreformen, ist in den vergangenen Jahren leider nichts aus diesem Verkehrsministerium gekommen. Doch Ramsau hat recht. Ich stimme Ramsau an einer Sache zu. Ich gebe ihm recht, wenn er sagt, ich lobe mich für die Quantensprünge, die ich in der Verkehrspolitik erreicht habe. Das sagt er so. Denn Quantensprünge, Physik, bedeutet kleinste Zustandsveränderungen im atomaren Bereich, meist ohne jene Auswirkung. Denn als Ramsauer sagt, er hat da was bewegt im Quantensprungniveau, dann stimme ich ihm zu, es hat sich nichts bewegt. Das ist richtig. Was mich aber dann doch ärgert, ist, dass ein Doktor Ramsauer auch nach vier Jahren Verkehrsministerdasein immer noch nicht den Unterschied kennt zwischen Verkehr und Mobilität. Tja, doch wird dieser Ausfall leider nicht durch andere Umweltminister oder andere Minister kompensiert. Der Umweltminister selber hat außer für E-Autos eigentlich kein Interesse an umweltverträglicher Mobilität. Und das E-Auto ist ernsthaft erstmal nur ein Beitrag zur Industriepolitik, kein Beitrag zum Umweltschutz. Ansonsten Interesse für Lärm? Nö. Interesse für Luftreinleihaltung, Luftschadstoffe? Nö. Der Wirtschaftsminister ist wie der Umweltminister nicht zuständig, aber der Wirtschaftsminister hat da mehr gemacht. Er hat es als Nichtzuständiger geschafft, dass beispielsweise Porsche-Autos zukünftig noch lauter fahren dürfen, als heute erlaubt. Das ist Verkehrspolitik 2.0 dieser Bundesregierung. Statt Lärmreduktion noch mehr Lärm für die Städte. Und die Klimakanzlerin Merkel, naja, sie ist das letzte Bollwerk der Daimlers und BMWs gegen schärfere CO2-Grenzwerte, wie sie gerade auf europäischer Ebene diskutiert werden. Klimaschutz? Ja, aber bitte nicht in der Verkehrspolitik. Diese Verkehrspolitik, liebe Delegierte, ist das krasse Gegenteil einer nachhaltigen Mobilität. Aber leider nicht nur die CDU, leider nicht nur die FDP, leider nicht nur CSU, eigentlich auch die SPD als Natural Bond Partner der Grünen. Sie macht es leider nicht viel besser. Das SPD-Motorrad blinkt meistens nach links, biegt dann aber noch allzu oft nach rechts ab. SPD-Verkehrspolitik ist de facto auch nur allzu oft altbackene Infrastrukturpolitik, zu oft Betonpolitik. Und auch hier werden nur Partikularinteressen vertreten. Beispiel im Bereich Bahn, auch wenn man das da ein bisschen geschickter macht, da werden dann halt konzernnächste Gewerkschaftsfunktionäre im Doppelmandat gleichzeitig auch noch bahnpolitische Sprecher. Diese Verkehrswende ist mit Beton und mit dieser Klientelpolitik nicht zu erreichen. Und so sind wir als ökologischer Verkehrsklub darauf angewiesen, dass die Grünen eine andere, eine bessere Perspektive in Sachen Mobilität aufzeigen. Ihr habt in eurem Leitantrag die Probleme zu einem großen Teil zutreffend beschrieben. Viele gute Lösungsansätze sind im Antrag des Landesvorstandes zu finden. Für mich aber ist trotzdem die Frage, reichen die skizzierten Ansätze aus, um die gewaltigen Herausforderungen in der Verkehrspolitik anzugehen? Ihr wisst Bescheid über Klimaschutz, klar. Demografischer Wandel steht auch drin, klar. Lebensqualität wird schon dünn. Raum für Kinder, mehr Raum für Menschen, Raum für Verkehrssicherheit, aber auch für unzerschnittene Natur, da wird es dünn. Luftschadstoffe, taucht bei euch gar nicht auf. Ressourcenbegrenztheit, die Zeit billigen Öls ist vorbei und billiger motorisierten Verkehrs, die Zeit ist eigentlich auch vorbei. Leider noch nichts. Schuldenbremse, taucht irgendwie auch nicht auf. Haushaltsknappheit und die Frage der Sicherstellung der Finanzierung kommunaler Aufgaben, auch hier finde ich bisher sehr wenig. Und da ist für mich die Frage, da muss nachgelegt werden, wie können wir da Mobilität anders denken. Hier sind für mich noch große Fragezeichen, ob die von euch vorgeschlagenen Ansätze der Verkehrswende ausreichend sind, die genannten Herausforderungen zu bewältigen. Natürlich, klar, so ein Verkehrspolitiker, so ein Öko wie ich, der kann natürlich sich viel wünschen und natürlich ist Verkehrspolitik viel komplexer und natürlich kann ich nicht alles in einen einzigen Antrag setzen. Aber ich hätte schon ganz gerne mehr darüber gelesen, was die NRW-Grünen in NRW zur Verkehrswende beitragen wollen. Unter der Überschrift, die weichen stellen wir, toller Titel, steht. Der Bund soll Carsharing-Stellplätze zulassen, mehr Tempo 30 in den Kommunen ermöglichen, einen Bundesmobilitätsplan entwickeln. Der Bund muss die Lkw-Maut ausdehnen, Grenzwerte für klimaschonende Neuwagen forcieren, den Luftverkehr leiser machen, die Luftverkehrsteuer ausbauen, die eine Einbindung des Luftverkehrs in den Emissionshandel sorgen. Ja, stimme ich grundsätzlich zu, aber da steht immer, der Bund muss. Der Bund muss weiterhin Geld in die Hand nehmen für eine Innovationsoffensive für den Erhalt der Netze. Der Bund soll die Entflechtungsmittel weiterführen und Planungssicherheit schaffen. Der Bund soll die Finanzmittel für den Lärmschutz verdoppeln. Der Bund soll die Regionalisierungsmittel erhöhen und auch neu verteilen. Frage auf Kosten anderer Länder? Und er soll den Kommunen mehr Finanzmittel geben und der Bund soll auch noch mehr Anschlussstellen zur Autobahnen schaffen. Nochmal die Überschrift, die Weichen stellen wir. Das klingt für mich gut, aber es ist immer nur das Aufhalten der Hand. Lieber Bund, gib uns mal, lieber Bund, mach mal. Ich würde gerne wissen, was wollt ihr? Was ich da lese, ist prima, aber es klingt eher nach einer Resolution an die Bundespartei oder nach einem Wahlprogramm Bundestag 2.0 und da habe ich eigentlich noch mehr Erwartung. Ich würde gerne wissen, da ich ein Freund des Föderalismus bin, was wollt ihr hier tun? Was wollt ihr selbst noch zusätzlich tun? Ich gebe ein paar Stichpunkte. Stichwort ÖPNV-Finanzierung. Soll sich das Land Nordrhein-Westfalen zukünftig auch mit eigenen Landesmitteln an der Finanzierung des Nahverkehrs nennenswert beteiligen? Oder wollt ihr erweitern, wie bisher, hauptsächlich die Bundesgelder durchreichen? Gilt die Finanzierungsverantwortung auch für den Nahverkehr oder weiterhin nur für die Landesstraßen? Ein Vorschlag von mir. Gebt doch zukünftig mindestens genauso viel Geld für euren ÖPNV aus in den Kommunen und im Land, wie ihr das für eure Landesstraßen tut. Stichwort Kommunen. Wie will ich denn den Klamenkommunen helfen, beispielsweise den Betrieb ihres Nahverkehrs aufrechtzuerhalten? Oder ist das auch wieder Rolle des Bundes? Wo sollen weiterhin die Milliarden Euro für die Sanierung vorhandener Straßenbahnen herkommen, für die Sanierung vorhandener U-Bahn? Der Bund hat sich dazu mit den Ländern geeinigt und gesagt, nach Föderalismusreform 2, der Bund ist nicht mehr zuständig. Die Kommunen können nicht. Also, liebes Land, jetzt fangt mal an zu finanzieren. Oder? Was wollt ihr tun? Wie will ich den Kommunen die Möglichkeit geben zur Finanzierung ihres Nahverkehrs? Keine Antwort bisher. Gibt es eine landesweite zweckgebundene Zuweisung, auch für den Betrieb? Oder sollen die Kommunen eigene Finanzierungswege angehen? Was ich in den Änderungsvorschlägen gehört habe, zeigt mir noch nicht den Weg auf, wie ihr den Kommunen die Möglichkeiten geben wollt, dass sie Nahverkehr auch wirklich finanzieren können. Denn die bisherigen Finanzierungswege sind ausgereizt. Stichwort Stadt oder Land. Ich will gar nicht über Mobilität im ländlichen Raum reden, wobei die Frage, was ist ländlicher Raum, auch nochmal spannend ist. Sondern ich frage, wie wollt ihr Mobilitätsjenseits der Großstädte organisieren? Wo sind eure Ansätze, wo sind eure Konzepte? Wollen wir einen Stundentakt auch für den ländlicheren Raum haben? Wie gehen wir um mit Regionen wie in der Eifel, in Münsterland, in Ostwestfalen, Lippe, wo teilweise nur drei, vier Busse am Tag sind? Ist das für uns ausreichend? Oder wollen wir da nicht noch etwas anderes haben? Wollen wir da nicht noch mehr haben? Oder wollt ihr vielleicht doch nur das begrenzte Geld noch mehr in die Ballungszentren gehen, weil wir haben nur wenig Geld? Da hätte ich gerne Antworten. Stichwort Luftschadstoffe. Was will denn Nordrhein-Westfalen tun, um die Luftreinhaltung einzuhalten, die Grenzwerte? Sollen die Umweltzonen ausgedehnt werden? Oder hofft man auch, wie der Bund, auf neue Technologien und auf zugedrückte Augen der E-Kommission, denn wir haben es mit fortgesetzter Vertragsverletzung zu tun? Genau das Gleiche beim Lärm. Will das Land Nordrhein-Westfalen zukünftig alle Landesstraßen und Kommunalstraßen mit lärmarmen Asphalt versehen und dies finanzieren? Oder sollen das die Kommunen, die kein Geld haben, dann doch selber machen? Was will man machen, um den Lärm in den Kommunen auch tatsächlich zu reduzieren? Und zwar nicht nur den Schienenlärm, auch den Straßenlärm. Stichwort Komodalität, Verlagerung, Vermeidung. Eigentlich Grundstücke, Grundbegriffe kommunaler und grüner Politik. Aber ich frage euch, ist der von Nordrhein-Westfalen angesetzte Komodalitätsansatz wirklich noch hilfreich? Ein sehr gut ausgebautes Bus- und Bahnnetz kann NRW zwar auf ähnliches Niveau der Nutzung wie in der Schweiz bringen, aber vorsichtig mit der Schweiz. Die Schweizer sind genauso viel mit dem Auto unterwegs wie wir Deutschen und ihre verkehrliche Klimabilanz ist noch viel schlechter. Nur den Ausbau von Bussen und Bahn voranzubringen, nur ein bisschen mehr Bundesgelder für Fuß- und Radverkehr zu machen, damit erreiche ich noch keine Verlagerung und nur durch Appelle und eine etwas veränderte Bauplanung erreiche ich auch keine Vermeidung. Dafür braucht es mehr. Und zuletzt das Straßenbau. 70 Jahre nach Ende des Zweiten Waldkriegs hat Nordrhein-Westfalen das mit Abstand dichteste Straßennetz der Welt. Braucht Nordrhein-Westfalen tatsächlich noch weitere Straßen? Wann habt ihr eigentlich euer Zielnetz erreicht? Oder gibt es gar kein Zielnetz und wir machen immer weiter? Und ist das Thema Verkehrsvermeidung doch eher zurückzustellen zu mehr Wachstum, auch bei den Grüns? Welche Rolle spielt da bei der demografische Wandlei? Wenn Pendler beispielsweise zu Rentnern werden, werden sich wahrscheinlich auch die Mobilitätsbedürfnisse anders entwickeln, dann werde ich vielleicht nicht mal morgens um halb acht als Rentner auf dem Urschnellweg fahren. Und auch in Nordrhein-Westfalen wird die Zahl der berufstätigen Steuerzahler stark abnehmen. Was sind da eure Antworten? Doch nicht mehr Straßen für mehr Güter, oder? Liebe Delegierte, das sind nur einige der zentrale Fragestellungen, die mir bei Lesen eures Papiers gekommen sind. Für die Verkehrswende braucht man, meiner Ansicht nach, aber nicht nur Erkenntnis, was alles schiefläuft, sondern wir brauchen auch Willen, wir brauchen Vernunft, wir brauchen Mut zur Veränderung. Und ich rufe euch zu, habt mehr Mut. Als Umweltverband sage ich euch, werdet ihr als Grüne zur Anti-Schlagloch-Partei. Wir haben so viel Instandhaltungsrückstand. Lasst uns doch erstmal schauen, was in Stand gehalten werden muss. Macht eine Summe, macht einen Strich drunter und stellt dann fest, wie viel Geld habt ihr überhaupt da? Und dann werdet ihr ganz schnell feststellen, dass für jegliche Form von Neu- und Ausbau, auch bei den Landesstraßen, kein einziger Cent mehr übrig sein wird, wenn ihr eure Straßen wirklich komplett sanieren wollt. Ich finde das viel spannender, als hinzugehen und dann mit den SPDlern zu verhandeln, was wollen wir denn jetzt nochmal verhindert haben, welches Projekt wollen wir jetzt nochmal vermeiden, welches Projekt wollen wir nicht haben. Da sollten wir mal einen anderen Ansatz machen. Werdet Anti-Schlagloch-Partei. Werdet zur Verkehrssicherheits-Partei. Ich finde es ein bisschen schräg, dass die Kommunen begründen sollen, wenn sie statt Tempo 50 in den Städten nur Tempo 30 wollen. Das müsste doch eigentlich umgekehrt sein. Sie müssen begründen, wenn eine Straße zukünftig 50 statt 30 haben soll, wenn es also umgekehrt ist, da 30 die Regelgeschwindigkeit sein sollte. Setzt euch dafür ein. Wenn ihr euch dafür nicht durchringen könnt, dann kommt wenigstens anschließend an den VCD-Stand und dann unterschreibt bei uns einen Stand für mehr Tempo 30. Wir brauchen im Rahmen der Europäischen Bürgerinitiative eine Million Unterschriften. Es wäre schön, wenn heute ein paar dazu kommen. Redet aber nicht nur über Tempolimits auf Autobahnen. Die meisten Unfälle geschehen bei uns auf den Landstraßen. Die meisten Toten gibt es bei uns auf den Landstraßen. Er fordert deshalb auch ein schärferes Tempolimit auf Landstraßen. Ausnahmen sind natürlich wie nach oben, wie nach unten möglich. Und auch das braucht Mut, sagt Nein zu jeder Form von Flatrate im Verkehrsbereich. Wie beispielsweise angedacht bei der Vignetten-Pkw-Maut. Nicht, weil sie Pendler belastet, das ist Blödsinn. Sondern weil sie unsozial ist, die Pkw-Maut. Weil sie unökologisch wird, die Pkw-Maut. Jede Form von motorisierten Verkehr versucht externe Kosten. Treibhausgase, Lärm, Luftzartstoffe, Tote, Verletzte, verbraucht wertvolle Ressourcen und Fläche. Und warum wollen wir auch noch selten Fahrer, warum sollten selten Fahrer, viel Fahrer unterstützen? Das macht für mich keinen Sinn. Sagt Ja. Ja zum NRW-Takt für Bus und Bahn. Eingebettet in einen Deutschland-Takt. Eine fahrplanorientierte Infrastrukturplanung für Personen- und Güterverkehr, wie in der Schweiz. Das bringt uns doch deutlich mehr, als wenn wir wieder anfangen. Und dann hätten wir ganz gerne nochmal hier die S13 und hier die S7 und hier die Regionalbahnstrecke und hier. Ich möchte einen anderen, ich möchte einen ganzheitlichen Ansatz. Ich möchte weg von dem Stuttgart 21 und Prestigeprojekt denken. Und dann hilft es nichts, wenn wir da andere Projekte reinbringen, die vielleicht ein bisschen sinnvoller sind. Wir brauchen einen gesamthaften, netzhaften Ansatz. Und deshalb sagt Ja zu einem NRW-Takt und schreibt das auch. Liebe Freundinnen und Freunde, viele Trends spielen uns in die Hand. Der gesellschaftliche Wandel, der im Antrag und von Arndt zutreffend beschrieben worden ist, aber auch die Geldknappheit, die viele unsinnige Spinnereien zukünftig verhindern kann. Wenn wir, wenn ihr einerseits mehr Kostengerechtigkeit und Kostenwahrheit erzeugt, auch durch andere Steuern, durch gerechte Steuern, durch Steuern, die Umweltbelastung mehr besteuert. Und ihr kennt die Instrumente. Wenn ihr mehr Effizienz einfordert, auch im Nahverkehr, wenn ihr die Prioritäten neu setzt. Und Prioritäten setzen heißt nicht nur, was wollen wir uns zukünftig leisten, sondern Prioritätensetzung heißt auch, was will ich mir zukünftig nicht mehr leisten, was können wir uns nicht leisten. Und dann, glaube ich, kommen wir in Nordrhein-Westfalen sicherlich auch ein großes Stück ran in Sachen Verkehrswende. Grün ist die Verkehrswende, also packt's an. Seid der Wegweiser für eine nachhaltige Mobilität, dann finden doch mehr Menschen zu euch. Herzlichen Dank. Halt, 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 noch einen Moment, bitte. So schnell, so schnell geht es nicht, lieber Michael Ciesack. Wir freuen uns, hier einen kompetenten und mächtigen Verband an unserer Seite zu haben, den VCD im Streiten um eine neue Mobilität. Und wir haben hier als Geschenk mal die Vision der Mobilität der Zukunft mitgebracht. Nämlich ein Sonnenstrahl genügt und es bewegt sich. Und ich glaube, das als Symbol. Es gibt auch gleich noch einen schönen Bausatz zum Selberbasteln dazu, nur damit alle schon mal sehen, wie es aussieht. Also ein kleiner Sonnenstrahl und es geht los und es geht rund. Und als Zeichen, naja, hier ist ja auch kein Sonnenstrahl. Oder ist nicht richtig eingestöpselt. Nein, nein, aber es muss ein Sonnenstrahl sein. Und dann geht's los. Ja, schönen Dank. Herzlichen Dank fürs Kommen. Toll. Und dazu gibt es, wie gesagt, gleich den Bausatz für die Rückfahrt. Kann man dann schön noch mal basteln. Der Solarradler. Alles ohne Schrauben, völlig ökologisch. Und ja, schön. Wir haben jetzt eine Million und ein Elektrofahrzeug. Die Bundesregierung kämpft ja seit Jahren dafür, eine Million Elektrofahrzeuge zu reden. Sie redet nie von einer Million Elektroautos. Und tatsächlich, ohne auch nur einen Cent dazu zu geben, haben wir seit letztem Jahr endlich eine Million Elektrofahrzeuge in Form von Elektrofahrrädern. Und da brummt es. Insofern, ein guter Beitrag. Macht weiter so. Herzlichen Dank. Danke dir. Tschüss. Ganz herzlichen Dank. Auch vom Präsidium. Wir steigen jetzt in die Debatte ein. Wir haben Redebeiträge gelost. Und zwar, als erste wird gleich Mona Neubauer vom KV Düsseldorf sprechen. Danach Georg Hund vom KV Münster. Dann Ute Kotschi vom KV Lippe. Danach Rolf Boy vom KV Bonn. Und dann Gisela Nacken aus dem KV Wachen. Das ist die Reihenfolge. Ihr könnt euch also schon mal ein bisschen vorbereiten. Und es besteht die Möglichkeit, noch weitere Redebeiträge anzumelden, dort unten an der Antragskommission. Mona, du hast jetzt das Wort. Ja, liebe Freundinnen und Freunde. Ich mache es kurz und ich habe auch nur zwei Punkte, auf deren Folie wir uns gerade bewegen und wo ich glaube, es noch mal wichtig ist, das ein bisschen zuzuspitzen für uns. Gerade im Hinblick auf den Bundestagswahlkampf. Das erste ist, wir stecken mitten im Klimawandel. Wir erleben es gerade mit dem Elbhochwasser tragisch und richtig mit Bildern. Jeden Tag wieder in der Zeitung, welche Schicksale da entstehen. Das ist bei uns. Das passiert weltweit. Es gibt einen Beschluss, dass wir bis 2050 95 Prozent unserer CO2-Emissionen reduziert haben müssen. Das ist jetzt nicht ein Beschluss der Grünen Partei, sondern das ist ein Beschluss der aktuellen Bundesregierung. So, und da sage ich euch, was tun sie dafür, wenn es darum geht, jetzt in Verkehrspolitik zu übersetzen, diese Einsparungen zu tun? Nichts. Und wenn sie was machen, dann macht CDU und FDP ganz bestimmt das Falsche. Das Zweite, was ich mit euch besprechen will, was ich euch auf den Weg geben will, ist die Schuldenbremse. Wir stehen vor der Situation, dass wir auf eine Schuldenbremse zulaufen und dass wir überschuldete Haushalte haben der öffentlichen Hand. Und aus dieser Hand, das heißt aus unseren Steuergeldern, wird Infrastruktur, wird Straße, wird Schiene finanziert. Wir haben eine Investitionsquote, die miserabel ist. Wir haben ein so wohlständiges Land, aber wir investieren nichts dafür, dass Transport von Gütern gewährleistet ist, geschweige denn, Menschen sich hier auf unseren Straßen noch bewegen können, entweder in Autos oder mit Fahrrädern. Und dabei sind Wege und Fahrzeuge der eine Teil, sowas zu beplanen. Der zweite und ganz wichtige Teil, und deswegen habe ich den auch als Änderungsantrag eingebracht, sind natürlich die Nutzerinnen und Nutzer und deren Rechte und die Daten, die dadurch gesammelt werden, was in Schlichtungsstellen gesammelt ist, um zu sagen, damit kann man jetzt politisch aktiv arbeiten, das kann man nutzen, um eine Planung der Infrastruktur so zu gestalten, dass es sich lohnt, dass sich Ausgaben, die getätigt werden, nicht an irgendeiner Lobby orientieren, sondern an denen, die entweder die Güter brauchen von A nach B, um ihren mittelständischen Betrieb weiterfahren zu können, oder die Pendlerinnen und Pendler oder Mütter und Väter, die mit ihren Kindern unterwegs sind, um die zu Schule und Kitas zu bringen. Und deswegen sage ich euch, lasst uns jetzt nutzen, dieses Zeitfenster, wo die Öffentlichkeit und der breite Teil der Gesellschaft sagt, wir sind dagegen, unsinnig Geld rauszuwerfen in der Verkehrspolitik, sondern wir wollen eine Verkehrswende, die hingeht und sagt, wir wollen eine umweltverträgliche, eine intelligente Vernutzung von Anbietern und von Verkehrsmitteln. Wir hören im Wahlkampf den Menschen zu, wir haben ein gutes Angebot, mit dem wir jetzt auf die Straßen gehen, wir nehmen das mit, was sie uns sagen, bringen es in die Kommunalwahlprogramme ein. Und ich sage euch, die Energiewende haben wir schon im Schrank stehen, da haben wir einen guten Prä schon bekommen. Für die Verkehrswende braucht es uns alle, wie wir hier alle im Saal sitzen, um das auch grün zu etikettieren und zu sagen, klug gibt man öffentliche Mittel aus, wenn man es so macht, wie es die Grünen vorschlagen. Dankeschön. Danke, Mona. Dann bitte ich als Nächsten Georg Hund aus dem KV Münster hier nach oben. Schon da. Wunderbar, du hast drei Minuten. Ja, schönen guten Morgen allerseits. Vom Namen her bin ich vorgestellt worden. Auch der Kreisverband ist vorgestellt worden. Und wenn man aus Münster kommt, dann liegt es ja nahe, dass man zum Thema Mobilität vielleicht auch etwas sagen kann oder sollte. Ich will mich aber auch noch vorstellen, beruflich bin ich seit 25 Jahren im Verkehrssektor tätig. Erst als Interessenvertreter und jetzt immerhin als Unternehmer seit 14 Jahren mit dem Unternehmen Betreiber der Radstation in Münster. Also insofern unmittelbarer Dienstleister auch im Mobilitätssektor und von daher auch mit einer unmittelbaren Erfahrung, was den wirtschaftlichen und dem beruflichen Hintergrund anbetrifft. Ich möchte eigentlich zwei Dinge heute hier bei euch loswerden. Ich bin zum ersten Mal als Delegierter der Grünen in Münster hier. Ich habe mich auch ausdrücklich deshalb wählen lassen, weil ich gesagt habe, bei meinem Kreisverband, Mobilität ist das Thema, was die Grünen seit ihrem legendären Beschluss 1995, 1996, fünf DMchen für einen Liter Sprit, nicht so wirklich erfolgreich besetzt haben. Wenn die Grünen jetzt das Thema Mobilität wieder aufnehmen, ist das im Grunde genommen der Zeitpunkt für mich auch gekommen, wo ich mich wieder in die politische Debatte einbringen kann, weil ich da, denke ich, auch einen gewissen professionellen Hintergrund habe und das würde ich auch gerne für die nahe Zukunft weiter tun. Das Zweite, was ich loswerden möchte, ist aus der Erfahrung auch der ersten rot-grünen Koalitionsregierung, wo wir als Interessenorganisation gemeinsam mit der Landtagsfraktion zum Beispiel Projekte wie 100 Fahrradstationen für Nordrhein-Westfalen oder das Radnetz Nordrhein-Westfalen, denke ich, einigermaßen erfolgreich auf den Weg gebracht haben und auch für, um das dem Kollegen vom VCD auch nochmal nahe zu bringen, auch für den hiesigen Raum, als Grüne erfolgreich in der Umsetzung gewesen sind, möchte ich für eine zentrale Fragestellung der aktuellen grünen Landtagsfraktion und auch den Handelnden einfach nochmal deutlich sagen und das Lob auch loswerden, dass es endlich gelungen ist, mit den Sozialdemokraten zu vereinbaren, dass die Instandhaltung und die Pflege der vorhandenen Infrastruktur für Grüne unabdingbar ist und dann, wenn die Sozialdemokraten das jetzt auch für sich programmatisch und innerlich für sich mit entschieden haben, dann ist das zumindest für Nordrhein-Westfalen schon mal ein großer Fortschritt. Aber, und das Aber bezieht sich jetzt auch auf den vorliegenden Antrag und was die Herausforderungen sind, die dort genannt worden sind. Von mir aus die Einschätzung, wenn es uns gelingen sollte, den Verkehrszuwachs einigermaßen CO2-neutral zu organisieren und dafür in den nächsten 20 Jahren die politischen, finanziellen und administrativen Rahmenbedingungen zur Verfügung zu stellen, dann haben wir eine Herkulesaufgabe bewegt. Aber ich habe ausdrücklich nur über den Verkehrszuwachs gesprochen, über den Verkehrsbestand haben wir noch gar nicht gesprochen. Und ich möchte das jetzt an zwei Beispielen aus meiner Sicht erläutern, wie groß die Auge... Kommen Sie langsam zum Schluss. Ja, dann mache ich nur ein Beispiel. Dann will ich es an einem Beispiel erläutern. Vor drei Wochen, vier Wochen ist eine neue Regionalexpresslinie in Nordrhein-Westfalen neu vergeben worden. Für 15 Jahre, da ist jetzt alles vertragmäßig gesichert. Der Betreiber sagt, wir haben 20 Sitzplätze pro Zug in Zukunft mehr bei gleichem Angebot. Das heißt, auf den Tag gerechnet sind es 400 Plätze. Wenn wir im Bestand, wenn wir Verkehrswende erreichen wollen, im Bestand bis 2030 20 Prozent weniger, dann müssen wir 400 Sitzplätze pro Zug mehr haben. Nur dann werden wir unsere Klimaziele auch tatsächlich erreichen können. Dankeschön. Vielen Dank, Georg. Als Nächste ist jetzt die Ute Kotschi dran und wir haben zwei weitere Redebeiträge ausgelost und zwar von Johanna Jurczyk, Grüne Jugend NRW und Martin Metz vom KV Rhein-Sieg. Jetzt hat erst mal Ute das Wort. Ja, guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Es geht bei der Verkehrswende ja auch um die richtige Investitionspolitik. Und dafür treten wir ein. Und ich will euren Blick mal gerne auch ein bisschen noch nach Osten wenden. Und ich kann da nur sagen, es ist auf jeden Fall richtig, dafür zu kämpfen, für eine neue gesellschaftliche Investitionsbereitschaft. Die müssen wir kämpfen, die müssen wir erstreiten. Und ich glaube, dass die sehr wohl in unserem grünen Antrag hier angelegt ist. Wir brauchen eine neue, effiziente Verkehrsinfrastruktur. Und die, das ist auch unser Anliegen, können wir nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickeln. Auf die beiden Sachen, Investitionspolitik, kluge Investitionen und Bürgerinnen und Bürger, darauf setzen wir unsere Maßnahmen. Und wer wie ich aus Ostwestfalen-Lippe kommt, hat ja öfters Gelegenheit, darüber zu diskutieren, wie es auch dort im Osten aussieht. Ich war dabei bei einem Petitionstermin zur Frage des Güterschienenverkehrs rund um Bad Oeynhausen. Da geht es um Lärmschutzwelle. Übrigens, 90 Prozent aller Petitionen handeln zum Thema Verkehr und zum Thema Lärm. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger wenden sich zunehmend an den Petitionsausschuss, um dagegen zu kämpfen, dass sie von Lärm belästigt werden. Bei der Frage rund um Bad Oeynhausen, wie geht es zum Güterschienenverkehrsnetz, da ging es auch um die Frage, wie wird künftig die Strecke von Bad Oeynhausen, Hannover, in den weiteren Osten, also Braunschweig, Berlin gewählt. Wir haben dort die Situation, dass von der Bahn und auch von der Bundespolitik angegangen wird, die Frage über Hannover oder eben durch den Wesernaturpark. Die Regionen dort, politikübergreifend, sind gegen diese Südrüte, wollen über Hannover gehen. Die Regionen, also in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, beide Bürgerinitiativen sind sich einig, gewollt ist nicht der Ausbau der Südrüte, sondern gewollt der Ausbau der Nordstrecke über Hannover. Dort aber, an dieser Seite ist verschlafen worden, die nötigen Planungen voranzutreiben. Wir wissen aber, dass diese Strecke zu über 120 Prozent überlastet ist. Das heißt, man muss im Grunde dringend dort Investitionen tätigen, findet aber nicht statt. Ich sage, es ist erschütternd, wie elend, langsam, intransparent, bürokratisch und schlecht ausgestattet die Bahn mit ihren Prozessen vorankommt. Und es ist noch erschütternder, wie wenig auf Lärm und Bürgerinteressen geachtet wird. Und auch daher, es muss grüner Druck her, wir brauchen ein anderes Verständnis von Verkehr. Und wenn unsere IHKs in Ostwestfalen-Lippe dann zusätzlich noch verlangen, wir wollen hier Straße, 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 dann sage ich, das heißt im Grunde genommen der Slogan verpulvern, verpulvern, verpulvern. Und solch eine Versagerpolitik der alten Politik, das muss ein Ende haben. Und dafür streiten wir, dafür streiten wir auch in Ostwestfalen-Lippe. Und da sind wir gemeinsam auf dem Weg, hier eine grüne, nordrhein-westfälische Verkehrswende zu erreichen. Ich danke euch. Vielen Dank, Ute. Jetzt ist der Rolf Beu aus dem KV Bonn. Liebe Freundinnen und Freunde, 50 Prozent der Fahrten mit dem Auto sind nicht länger als sechs Kilometer. Das bedeutet, wenn einmal pro Woche nur eine einzige dieser Fahrten zu Fuß gegangen würde, dann wäre es schon eine Verkehrsreduzierung von sieben Prozent. Wenn dazu noch zwei weitere Fahrten im Prinzip mit dem Fahrrad zurückgelegt würden, kämen noch mal elf Prozent dazu, dass sie alleine dadurch, dass das eigene Verhalten, könnten 20 Prozent der Autofahrten innerstädtisch oder in der Region vermieden werden. Wenn wir über Fußwege und Radfahrmöglichkeiten nachdenken, dann heißt das auch kommunal, wir müssen dafür mehr Platz schaffen. Sehr späß, mehr Wege, auch aus mehr Hauptverkehrsstraßen tatsächlich dann nur zweispurige Straßen zu machen, daneben im Prinzip Radfahrmöglichkeiten, Fußwegemöglichkeiten zu schaffen, wird automatisch ein Angebot sein, eine kommunale Verpflichtung, die wir haben. Für den Bereich ÖPNV, und da muss es natürlich dem VCD-Vertreter Rest geben, brauchen wir mehr Geld ins System. Das heißt, es krankt natürlich immer im Prinzip an der entsprechenden Finanzausstattung, dass wir am Ende keine zusätzlichen Straßen bauen werden, weder auf Landes- noch auf Bundesebene, ist meines Erachtens alleine schon aus der Finanznotweih am Ende automatisch gegeben. Aber wir brauchen trotzdem Investitionsmöglichkeiten für den Bereich des SPNV und des ÖPNV. Denn heute in NRW, in bestimmten Verdichtungsräumen, zwischen Düsseldorf, zwischen Düsseldorf und Köln, zwischen Köln und Bonn, aber auch in anderen Teilen des Landes, können wir mit den vorhandenen Zügen gar nicht mehr Leute befördern. In Hauptverkehrszeiten sind die Züge voll. Wir haben vorige Woche erlebt, dass ein privater Anbieter einer Bahnstrecke statt in Doppeltraktion mit Einzeltraktion fuhr. Ergebnis war, die Leute blieben auf den Bahnsteigen stehen und wurden gar nicht mitgenommen. Das heißt, das ist die Realität in einzelnen Teilen dieses Landes, weil die Infrastruktur teilweise gar nicht mehr Züge pro Stunde darlegt. Wir brauchen da tatsächlich Ausbau. Stadtbahnmaßnahmen in den Städten. Ergebnis teilweise verfehlter, irrwitziger Großplanung aus den 16- und 70er Jahren. Wo man hinging und sagte, die Autos gehören im Prinzip nach oben und die Straßenbahn, der öffentliche Verkehr unter der Erde und wir leiden jetzt darunter, dass praktisch diese Stadtbahnprojekte sanierungsbedürftig sind und zwar sanierungsbedürftig sind mit Millionenaufwänden. Da stellt sich wirklich die Frage, ob jeder einzelne Tunnel auch wirklich erhalten werden muss oder ob man nicht kostengünstiger wirklich den öffentlichen Verkehr wieder auf die Erde, auf die Straße legen kann. Wir fordern bei der Fortschreibung des ÖPNV-Gesetzes dafür zu sorgen, dass die Kriterien des Landes dann so geändert werden, dass zukünftig auch oberirdische Trassen gefördert werden können, wenn sie auch im Einzelfall keine eigenen Trassen haben, weil wir natürlich die historischen Innenstädte nicht abreißen können. Das sind also auch Kriterien, wo das Land durchaus tätig werden kann und auch tätig werden wird. Kommunal brauchen wir nachhaltige Mobilitätskonzepte als Aufgabe sowohl an die Kreisverwaltung wie an die Stadtverwaltung. Wir brauchen möglichst optimale Bedingungen für durchgängige, verkehrsübergreifende Mobilitätsketten. Diese sind zu schaffen. Mobilitätsmanagement lohnt sich. Seniorenfreundlich, sozial, stadtverträglich, Energie- und Flächensparen, das schafft Erreißbarkeit für alle. Vielen Dank. Vielen Dank, Rolf. Als Nächste spricht Gisela Nacken, danach Martin Metz, danach Johanna Jurczyk und dann Tom Wagener. Ja, schönen guten Tag, liebe Freundinnen und Freunde. Und erst mal dieses Motto Grün macht mobil könnte nicht besser zu diesem Thema passen, das wir heute jetzt hier behandeln im Landesparteitag. Und vielen Dank an Monika und Sven, dass Sie dieses Thema mal wieder zum Thema gemacht haben eines Parteitages hier in Aachen. Danke auch an Michael Fiesek mit seinen kritischen Anmerkungen. Ich denke, man kann immer noch besser werden, als man schon ist. Aber ich glaube, wir haben mit vielen Partnern, ob es ADFC ist oder VCD, einen ganz langen Weg gemeinsam zurückgelegt und viel schon bewegt in Nordrhein-Westfalen. Ich kann das besonders gut sagen, weil Verkehrspolitik ist für mich seit 23 Jahren mein Thema. Erst neun Jahre als Landtagsabgeordnete und verkehrspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion und jetzt schon 14 Jahre als Beigeordnete für Planung und Umwelt in der Stadt Aachen mit auch vielen Verkehrsthemen und seit anderthalb Jahren als Vorsitzende der Kommission der Landesregierung Zukunft des ÖPNV. Und dazu will ich ein paar Punkte sagen. Aber nochmal vom Rückblick her. Als ich in den Landtag gekommen bin, war das Thema ein Männerthema. Und wir wurden verschrien oder die Männer als Pufferküsser, weil man sehr in Bereichen gedacht hat. Man konnte perfekt die Zugfahrpläne herunter deklinieren. Man hat sich für Radverkehr eingesetzt, man hat sich für Fußverkehr eingesetzt, aber immer sektoral und das nicht zusammengedacht, wie man das eigentlich heute macht. Aber trotzdem haben wir auf dem Weg mit viel Beharrlichkeit sehr, sehr viel erreicht. Es ist auch bei Arndt ja eben angeklungen und viele Dinge, die wir heute selbstverständlich finden schon, Radautobahnen, Mobilitätsplan, den es in Nordrhein-Westfalen gibt, waren damals noch Visionen, gemeinsame Visionen von VCD und Grünen. Und wir haben uns mit den Ministerpräsidenten Klemen und Steinbrück über Neubau von Straßen, Landesstraßen und Autobahnen gestritten. Wir haben heute einen Minister, der sagt, der sagt zumindest, heute geht Erhalt vor Neubau. Darauf sollten wir ihn festnageln. Und das ist unser Erfolg. Und jetzt sage ich nochmal was zu der Kommission ÖPNV. Es geht dabei in einem zentralen Punkt um die weitere Finanzierung des ÖPNVs. Wir haben festgestellt in einem Gutachten, was vor ein paar Monaten schon auch vorgestellt worden ist, dass NRW dort nicht finanziert wird nach dem üblichen Königsteinschlüssel, den wir ja alle kennen, sondern in diesem Fall die Finanzierung basiert für den Schienenverkehr auf dem Kursbuch. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Auf dem Kursbuch von 1993 und 1994. Ein völliges Unding. Und da müssen wir hin, dass es auch eine Pro-Kopf-Finanzierung des Schienenpersonennahverkehrs in Nordrhein-Westfalen gibt. Und das ist eine Bundesaufgabe. Und das ist eine Aufgabe für den nächsten Bundestagswahlkampf. Es geht aber noch um mehr. Das ist eben auch schon bei Beiträgen der Kollegen angeklungen. Es geht auch um den Ersatz von Schienen im ÖPNV, der im Rückstand ist. Wir rechnen damit in der Kommission, dass wir eigentlich 300 Millionen im Jahr brauchen, um den Investitionsstau aufzufüllen. Da sind wir noch lange nicht bei dem notwendigen Infrastrukturausbau, der ja noch viel mehr Geld bringen wird. Und da wird die Kommission schon deutlich zeigen, was es an Finanzierungsmöglichkeiten geben muss. Es geht um Nutzerfinanzierung, es geht um indirekte Nutzerfinanzierung. Es geht auch um eine Maut für LKWs auf allen Straßenarten und nicht nur auf den Bundesstraßen, weil Schuldenbremse und die Notwendigkeit unserer Haushalte zu passen zu kriegen, macht es notwendig, dass wir für den ÖPNV neue Finanzierungsquellen geben. Und das ist eine Landesaufgabe, aber vor allen Dingen auch eine Bundesaufgabe. Bist du zum Schluss, bitte? Ja, ich komme zum Schluss. Der zweite wichtige Punkt in dieser Kommission ist der Paradigmenwechsel, den wir erleben. Dass es heute nicht mehr darum geht, mit meinem eigenen Automobil zu sein, das zeigt uns gerade die Jugend, die macht es uns vor. Es ist nicht mehr der Autobesitz, der cool ist, sondern das Auto teilen. Es ist kein Statussymbol mehr. Das Autoquartett, früher ein beliebtes Spiel, hat völlig ausgesehen, gibt es nicht mehr bei Kindern und Vätern. Und Verkehrsbetriebe werden immer mehr zu Mobilitätsmanagern. Und ganz wichtig, auch als Punkt der Kommission, werden die Vorschläge sein, die wir machen, für den ländlichen Raum, weil gerade die Demografie wird dort erhebliche Finanzierungsprobleme und nochmal Veränderungen in der Bedienung des ländlichen Raumes bringen müssen. Auch dazu werden wir Vorschläge machen. Und ganz zum Ende, ganz schnell noch, mein Blick in die letzte Reihe, Frauentisch außen links. Ich würde mich sehr freuen, wenn in zehn Jahren eine von euch hier stehen würde und sagen würde, was eure Bilanz ist, dass ihr euch dieses Themas annimmt. Es ist ein Thema, wo noch sehr viel drinsteckt und ich freue mich, wenn wir den Weg gemeinsam gehen. Herzlichen Dank. Danke, Gila. Martin Metz vom KV Rhein-Sieg. Liebe Freundinnen und Freunde, Michael Ciesack hat ja schon einiges gesagt. Mobilität ist notwendig, sie sichert gesellschaftliche Teilhabe. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist das Verkehr. Ressourcen verbraucht, finanzielle Ressourcen, Rohstoffressourcen und Schadstoffe produziert und Lärm. Und diese Balance müssen wir finden. Und das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Ich sage an dieser Stelle auch deutlich, das gilt der Ressourcenverbrauch sowohl für Autoverkehr, Lkw-Verkehr, aber auch für den ÖPNV. Und mit Hinblick auf die Änderungsanträge gleich. Ich möchte euch appellieren, bitte sorgt nicht dafür, dass wir als Grüne die Position einnehmen würden. Es braucht eine Flatrate dafür, Geld zu verbrauchen und Energie zu verbrauchen. Sowohl im Autoverkehr wie auch im ÖPNV wäre das extrem ungerecht und auch nicht ökologisch. Unser grünes Ziel muss sein, so viel Mobilität wie möglich zu garantieren und so wenig Verkehr wie nötig zu produzieren. Die Eckpunkte sind klar, da wurde eben viel drüber geredet. Doch wir stehen zwar an der Seite eines wachsenden Anteils der Gesellschaft, der das für richtig hält, was wir sagen. Doch die Realitäten in der politischen Landschaft sehen ganz anders aus. Man muss sich das angucken, wenn man kämpft unten in den ganzen Kreistagen, in den Stadträten, Gemeinderäten, wie dort die verkehrspolitische Debatte läuft. Es ist doch oft so, dass Grüne alleine dastehen und CDU, FDP und SPD einfach oft eine ganz, ganz große Koalition des Straßenbaus bilden. Und dann, wenn es wirklich hart auf hart kommt, eben doch dem motorisierten Individualverkehr den Vorrang geben. Das heißt, wir Grüne sind die einzige Partei, die ökologische Ziele und soziale Verantwortung im Verkehrsbereich ehrlich zusammenbringt. Wir Grüne wehren uns gegen wilden Straßenbau. Wir sind die, die ehrlich sind mit Tempolimits. Wir sind die, die gegen Prestigeprojekte streiten und dafür sorgen wollen, dass das Geld dahin kommt, wo es den Menschen nützt und nicht Politikern, die mal wieder einen großen Spatenstichfoto produzieren können. Wir wollen Verkehrslärm reduzieren über Nachtflugverbote. Wir wollen das alles eben, Michael Ciesack hat das gesagt, nicht nur in Städten, sondern wollen es auch im Umland und im ländlichen Raum. Wir haben diese Konzepte. Dieser Antrag ist sicherlich nicht das Ende der verkehrspolitischen Debatte. Das kann es auch nicht sein, das soll es auch nicht sein. Dieser Antrag ist auch durch Änderungsanträge hoffentlich etwas reicher geworden. Wir werden diesen Weg weitergehen. Wir müssen standhaft bleiben, auf allen Ebenen, von der EU runter bis zu den Kommunen, egal, ob in der Opposition oder eben auch in der Koalition. Das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen. Und deshalb, ich glaube, wir können diesen Antrag heute sehr gut beschließen. Es ist ein wichtiger Weg, uns weiter als die Verkehrswende-Partei hier zu positionieren. Deshalb möchte ich euch bitten, auch von meiner Seite diesem Antrag zuzustimmen. Herzlichen Dank. Ganz vielen Dank an dich auch für die perfekte Einhaltung der Redezeit. Als Nächste Johanna Jurczyk. Wir haben weitere Redebeiträge gelost. Nach Johanna wird Tom Wagener sprechen. Das hatte ich schon angekündigt. Dann wird Regina Wittmann vom KV Oberhausen. Danach Ernesto Ruge. Ja, ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich kann es schlecht lesen. Ernesto Ruge, KV Bochum. Danach Bettina Halicius vom KV Aachen. Und als Letzter der Dominik Pallau vom KV Bielefeld. Aber jetzt ist erst mal die Johanna dran. Okay, danke. Liebe Freundinnen und Freunde, ich hoffe, ihr habt die Party gut überstanden. Und trotz wenig Schlaf seid ihr jetzt voll dabei bei einem super wichtigen Thema. Mir ist vor allem ein Aspekt wichtig. Unser roter Faden in der Mobilität. Was gehört zu diesem roten Faden? Vor allem drei Dinge. Ausgangspunkt, Weg und Ziel. Unser Standpunkt ist klar. Mobilität im 21. Jahrhundert muss das Recht einer jeden und eines jeden sein. Und das muss anerkannt werden. Und das und nur das muss unsere Prämisse sein. Denn Mobilität ist der Knackpunkt. Kein Arbeitsplatz oder Schulbesuch ohne den Zug. Keine Produkte aus anderen Volkswirtschaften ohne den Schiffsverkehr. Keine soziale Teilhabe ohne das Fahrrad oder den Bus. Also kein gesellschaftliches Leben ohne unsere täglich genutzte Mobilität. Wenn wir danach handeln, ist das Ziel schnell klar. Jeder und jeden muss es möglich sein, die verfügbaren Fortbewegungsmittel zu nutzen. Und zwar unabhängig von Alter, Behinderung oder Geldbeutel. So weit sind wir uns in den meisten Punkten wohl einig. Aber der Weg, ja, der Weg, da gehen die Meinungen auseinander. Für die grüne Jugend NRW ist ganz klar. Wir müssen den Weg konsequent und ohne Kompromisse gehen. Und dafür brauchen wir mehr Kapazitäten im richtigen Bereich. Nicht im Flugverkehr. Wir brauchen auch keinen Ausbau der Autobahnen. Wir brauchen mehr Kapazitäten im Radverkehr und vor allen Dingen mehr Kapazitäten im ÖPNV. Die grüne Jugend NRW sieht in diesem Antrag den roten Faden, den ich schon angesprochen habe. Wir danken dem Landesvorstand dafür, dass er dieses wichtige Thema auf die Tagesordnung gesetzt hat. Aber wir haben auch einige Änderungsanträge gestellt, wovon nachher zwei abgestimmt werden. Wir wollen einen Schritt weiter. Wir wollen den Weg konsequent gehen. Ich bitte euch deswegen, der Partei zu helfen, mit einem Antrag in den Wahlkampf zu gehen, der den Menschen zeigt, dass die Grünen vor allen Dingen eins im Blick haben, den roten Faden. Ich danke euch. Vielen Dank, Johanna. Und jetzt hat Tom Wagner aus der LAG Verkehr das Wort. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, noch nie war Deutschland so mobil wie heute, sagt man. Und meint dabei das Automobil. Während noch im Jahr 1990 35 Millionen Fahrzeuge über unsere Straßen rollten, sind es heute annähernd 60 Millionen Fahrzeuge. Also fast eine Verdopplung. Und die meisten davon rollen durch NRW. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben in NRW von allen Bundesländern die meisten Straßen. Wir haben den meisten Güterverkehr, sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene. Und wir haben auch den meisten Personenverkehr. Das bedeutet aber auch, wir haben auch die meisten negativen Auswirkungen, sprich Lärm, Schadstoffe, Feinstaub, CO2-Emissionen. Und mittlerweile haben wir auch die größte marode Infrastruktur in Deutschland. Liebe Freundinnen und Freunde, da fragt man sich doch wirklich, wieso es sein kann, dass 95 Prozent der Bundesmittel des Verkehrsetats in die anderen Bundesländer fließen. Und bei uns nur 5 Prozent ankommen. Ich denke, wir brauchen dringend eine Verkehrswende. Das wurde hier schon deutlich gesagt. Aber dafür brauchen wir auch dringend eine entsprechende finanzielle Unterstützung. Dankeschön. Liebe Freundinnen und Freunde, insbesondere brauchen wir aber auch, das wurde auch schon mehrfach gesagt, einen attraktiven, bezahlbaren, aber auch insbesondere einen barrierefreien Personennahverkehr. Einen öffentlichen Personennahverkehr, der allen Menschen die Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglicht und die Daseinsvorsorge auch tatsächlich sicherstellt. Denn Barrierefreiheit ist keine Extravus für Behinderte. Da sollten wir uns klar sein. Barrierefreiheit nutzt uns allen. Ob das die Durchsage im Bus ist, wo die nächste Haltestelle kommt oder der niveaugleiche Ausstieg aus der Bahn oder Piktogramme oder der Aufzug, wenn man mit Koffern oder mit einem Kinderwagen unterwegs ist. Barrierefreie Zugänglichkeit und Nutzbarkeit des ÖPNVs, Serviceleistungen und Information und Kommunikation, die barrierefrei sind, muss einfach selbstverständlich sein. Und das ist ganz im Sinne des Inklusionsgedanken. Aber natürlich brauchen wir für eine Verkehrswende auch noch andere Mittel. Wir brauchen attraktive Mobilitätsangebote, wie zum Beispiel Rufbussysteme, Carsharing, gute Radwege, Möglichkeiten, auch ein Fahrrad oder ein Pedelec sicher unterzustellen oder aufzuladen. Wir brauchen eine Mobilitätskette, die eine Mobilität ohne Auto ermöglicht. Und zwar nicht nur in der Stadt, sondern auch auf dem Lande. Ich spreche heute hier für die LAG Verkehr NRW und bedanke mich auch im Namen von meiner Co-Sprecherin, der Sigrun Katscher, sehr herzlich beim Landesvorstand, dass wir die Möglichkeit hatten, sehr intensiv an dem Leitantrag bezuwirken. Und selbstverständlich bedanke ich mich auch bei den Abgeordneten, ob das die Bettina Herrlizius ist, Ann Glocke, Rolf Beu und andere, auch der Markus Völker, die uns immer tatkräftig unterstützen und das Ganze in die richtigen Bahnen lenken. Aus unserer Sicht ist dies ein sehr gelungener Antrag, der natürlich nicht alle Facetten des grünen Verkehrs erfassen kann. Da stimme ich dem VCD zu. Aber es ist ein sehr großer Schritt in die richtige Richtung. Und ja, es ist ein Signal an die Bundesebene. Lieber Toni, nach jahrelangem Aufbau Ost und Ausbau Süd, du weißt es, jetzt ist endlich die Verkehrsfende West angesagt. Und selbstverständlich hoffen wir, dass sie uns der Tat kräftig unterstützt. Ja, ich komme zum Ende und bitte auch euch, euch alle, liebe Freundinnen und Freunde, dass ihr auch diesen Antrag unterstützen könnt. Vielen Dank. Dankeschön, Tom. Als Nächste spricht Regina Wittmann vom KV Oberhausen. Guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde. Das Thema Mobilität ist aus der Stadtentwicklung nicht wegzudenken. Der Zustand der Verkehrsinfrastruktur wirkt sich nachhaltig auf unsere Lebensqualität auf. Wie mobil wir sein können und müssen, hängt auch davon ab, welche Wege wir in der Stadt- und Quartiersentwicklung gehen. Aufgrund dieser Schnittstelle haben wir uns auch in der LAG Regional- und Stadtentwicklung intensiv mit dem Antrag beschäftigt und eingebracht. Als Sprecherin der LAG möchte ich hier auch einige Aspekte dieser Debatte wiedergeben. Denn im Antrag finden wir an verschiedenen Stellen, unter anderem in der Forderung nach einer verknüpfenden Siedlungs- und Verkehrspolitik, wichtige Punkte wieder, die wir unterstützen. Vor der Mobilität kommt erst einmal die Baustelle. Verkehrsinfrastrukturen prägen Stadt- und Landschaftsräume baulich ganz entscheidend. Vielerorts entstehen dadurch Barrieren und Zäsuren. Und wie gehen wir damit um? Zum Beispiel, wenn mit dem Bau von Schallschutzwänden fünf Meter hohe Betonwände durch dicht besiedelte Stadtquartiere geführt werden. Und hier darf die Frage der Gestaltung und der Maßstäblichkeit für uns keine Luxusdebatte sein, sondern selbstverständlicher und verantwortungsbewusster Umgang mit den räumlichen Konsequenzen, auch von Infrastrukturplanung. Ein wichtiger Baustein der Energiewende ist die Verkehrswende vor Ort. Hier stellen wir mit der Nahmobilität wichtige Weichen. Dies wird mit dem Aktionsplan und der Förderrichtlinie Stadtverkehr auf Landesebene bereits angepackt. Der Ansatz vom Rand zur Mitte korrespondiert mit grünen Ansätzen für eine zukunftsfähige Flächenentwicklung. Und dann sind alle Straßen, die wir haben, erforderlich. Hierzu brauchen wir differenzierte Ansätze für wachsende und schrumpfende Regionen. Wenn es uns mit der Umsetzung dieser Nahmobilitätskonzeption ernst ist, und davon gehe ich aus, dann habe ich angesichts der vorgesehenen Mittel allerdings noch Fragezeichen. Damit Nahmobilität vor Ort funktionieren kann, ist es wichtig, gleichzeitig lebendige Quartiers- und Dorfkerne zu stärken. Denn ob individuelle Teilhabe möglich ist, hängt maßgeblich von den Strecken ab, die im Alltag und darüber hinaus zurückzulegen sind. Hier wollen auch mobilitätseingeschränkte teilhaben. Wir wollen sie nicht ausschließen, aber auch gleichzeitig die Chance nutzen, Verkehre zu vermeiden. Was das prozentual bedeutet, haben wir ja gerade schon gehört. Und dazu braucht es Angebote, die in der Nähe bleiben und dort etabliert werden. Zum Beispiel mit dem Erhalt eines nahräumlichen Einzelhandelskonzepts, Einzelhandels, wie im Antrag formuliert. Liebe Freundinnen und Freunde, der Antrag gibt uns einen facettenreichen Rahmen, um das Thema Mobilität in den kommenden Wahlkämpfe zu nehmen. Für das Gelingen der Verkehrswende gilt es, Bürgerinnen und Bürger mitzunehmen und Mobilität als integrierter Bestandteil einer grünen Stadt der Zukunft zu planen. Vielleicht auch mit einem impulsgebenden Schwerpunkt Stadtentwicklung auf einer späteren LDK. Verkehrswende, das sind auch die zahlreichen Projekte vor Ort, die es mit belastbaren Aussagen konkrete Ziele formulieren gilt. Um hier das Mögliche machbar zu machen, brauchen wir den Wechsel im Bund und die Unterstützung im Land. Und ich freue mich darauf, diese Themen jetzt in den Wahlkampf mit einzubringen. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Regina. So, die letzten Rednerinnen und Redner sind Ernesto Ruge, Bettina Halicius und Dominik Hallau. Und danach hören wir dann noch Toni Hofreiter. Ernesto, du hast das Wort. Guten Morgen. Guten Morgen. Eine schöne, große, dicke Karre. Schwarz muss sie sein, einen großen Auspuff haben und natürlich 200 PS. Wichtig. Und keinen Parkplatz haben, eine verstopfte Autobahn, viel Lärm machen, viel CO2-Emissionen haben. Da beginnt diese große Karre irgendwie ganz schön uncool zu werden. Gerade in meiner Generation. Mobilität von heute ist umweltfreundlich, aber trotzdem schnell und flexibel. Mobilität von heute bedeutet, dass man nicht ein Verkehrsmittel für alles hat, das Auto, sondern das richtige Verkehrsmittel für die jeweilige Situation, zwar für jede Situation. Es bedeutet öffentlicher Nahverkehr, Carsharing, Bikesharing, aber auch Bürgerbus-Systeme, kleine angepasste Fahrzeuge, Autos wie Fahrräder und oft vergessen die eigenen Füße. Grün bedeutet, ressourcenschonende Mobilität für die Menschen mit ihren individuellen Bedürfnissen möglich zu machen. Umweltfreundlich, schnell, flexibel und eben einfach passend. Intelligente Mobilität benötigt aber auch eine Vernetzung ins Internet. Und das bedeutet Open Data. Freie, nicht personenbezogene Daten, wie Fahrpläne, Verspätungen, aber auch Investitionen. Denn vor Beteiligung steht zunächst einmal Transparenz und daran geht die eine oder andere Beteiligung auch zu Bruch. Aber warum hat Google die Fahrplandaten, Open Source Entwickler und kleine Unternehmen aber nicht? Warum stehen die Verspätungen der Privatbahnen nicht auf Bahn.de? Informationen sind elementar für neue Mobilität. Mobilität, die die Verkehrsträger übergreift. Wir brauchen Open Data für die Verkehrswende. Danke für die Übernahme des Änderungsantrags 207. Lasst uns hier Vorräter werden, hier in NRW bei Open Data. Danke. Vielen Dank, Ernesto. Als Nächste hören wir Bettina Halicius, bitte. Liebe Freundinnen und Freunde, ein großes Dank an den Landesvorstand, dass er dieses Thema Verkehr in einer LDK so schwerpunktmäßig setzt. Dank der Rede von Michael Cisack, der uns sehr kritisch das Thema beleuchtet hat, glaube ich, dass wir noch ein paar LDKs brauchen, um dieses Thema weiter zu besetzen. Vielleicht noch einmal zur Erklärung. Das Thema Verkehr auf dieser LDK hat wirklich den Schwerpunkt die nächste Bundestagswahl. Insofern ist der Antrag, wie er jetzt vom Landesvorstand vorgelegt worden ist, thematisch schon etwas eingedampft. Aber die anderen Themen, die du benannt hast, sind wichtig. Und ich glaube, wir müssen sie dringend weiter bearbeiten. Verkehr ist ein ganz wichtiges Thema in Nordrhein-Westfalen. Wir sind das einwohnerstärkste Bundesland und wir haben auch die meisten Verkehrsströme hier bei uns. Fast über vier Millionen Pendler jeden Tag. Aber die Finanzierung auf Bundesseite sieht genau anders aus. Nur zehn Prozent der Bundesmittel fließen zurzeit nach NRW. Das ist viel zu wenig und wir müssen darauf achten, dass der nächste Bundesverkehrswegeplan 2050 anderes darstellt. Nordrhein-Westfalen ist ein Industrieland. 70 Prozent der Güter, die durch NRW fließen, finden auch hier ihren Umschlag. Aber anders als die Ausrichtung des Bundes auf Nord-Süd, auf die Häfen Hamburg, Bremerhaven, runter nach München, sind unsere Verkehrsströme in Ost-West-Richtung, in West-Ost-Richtung und in Ost-West-Richtung. Wir sind das Hafenhinterland von den Sahra-Häfen, Seebrücke, Antwerpen, Amsterdam und Rotterdam. Das sind die größten Häfen für uns und da laufen unsere Güterströme. Und hier haben wir Defizite in den Schienen-Hinterland-Anbindungen. Die Betübelinie, der Kölner Knoten, das dritte Gleis in Aachen, das sind wichtige Projekte für uns. Aber, Toni, du wirst es uns gleich noch erzählen, es ist natürlich zu wenig Gelder auf Bundesebene. Das wissen wir. Und wir wollen auch nicht einen Tabularase haben. Wir brauchen mehr und mehr und mehr. Das ist nicht die Zielrichtung. Wir wollen uns ehrlich machen. Wir sind bereit, die Projekte, die NRW dringend braucht, auf den Tisch zu legen. Wir müssen uns die Abschnitte angucken, was sind die effektivsten Maßnahmen, was kann direkt gemacht werden, was kann man vielleicht noch etwas später machen. Nur so können wir uns ehrlich machen, nur so können wir wirklich Stück für Stück die Verkehrsinfrastruktur bei uns im Land nach vorne schieben. Und dafür brauchen wir vom Bund, und das ist unsere Forderung an den Bund im nächsten Bundesverkehrswegeplan, endlich eine Klarheit, eine Verlässlichkeit, wie unsere Projekte eingestellt werden, damit wir hier effektiv planen müssen. Und das sind die Forderungen, und da müssen wir in die nächste Bundestagswahl. Wir sind bereit, die Projekte auf den Tisch zu legen. Wir sind bereit, die Effektivität zu überprüfen. Wir sind bereit, die verkehrliche Notwendigkeit auch zu prüfen und uns ehrlich zu machen. Kein Stuttgart 21, das wollen wir nicht. Aber wir brauchen zum Beispiel eine Strecke Münster-Lünen, eine kleine Strecke, die aber verkehrlich ein kleines Schlüsselprojekt ist. Wir Verkehrsleute haben als Unterstützung noch einmal einen Flyer gemacht. Danke noch einmal an die LRG Verkehr, die das mit unterstützt hat. Wir wollen damit in den Bundestagswahlkampf ziehen. Und insofern wollten wir euch da auch noch etwas Material an die Hand geben. Vielen Dank, und ich freue mich auf weitere Debatten. Vielen Dank, Bettina. Und als letzter Redner in der offenen Debatte ist jetzt Dominik Hallau dran vom KV Bielefeld. Ich habe gesungen. Nein, nicht gesungen, lieber Sven. So, da oben steht es. Grün ist der Wandel. Grün muss der Verkehr der Zukunft sein. Und es sind wir Grünen, die es in ihren Wurzeln haben, dass dies alles nur im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern geht. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, müssen wir uns auch bewahren, wenn es die Aufgabe schwieriger macht, als sie eh schon ist. Politik und Großprojekte, das ist seit Elbphilharmonie, Stuttgart 21 und dem Berliner Flughafen etwas, was die Bürgerinnen und Bürger uns nicht mehr bedingungslos zutrauen. Wir merken dies gerade in Bielefeld, wo es um den Aufbau einer fünften Stadtbahnlinie und der Verlängerung einer bestehenden Linie geht, wo dadurch neue Stadtteile an das Schienennetz angeschlossen werden und es sogar die Chance gibt, den Jahnplatz autofrei zu gestalten. Für die Ortsunkundigen, das ist der Platz, wo Google den roten Pin hinsetzt, wenn man es bei Maps eingibt. Ein Projekt also, so sind wir sicher, was den ÖPNV in Bielefeld deutlich stärken wird. Also eigentlich klingt das doch wunderbar. Und ich dachte auch, Bürgerinnen und Bürger tragen so ein Vorhaben quasi von selbst mit. Aber es gibt doch Widerstand und nicht nur wegen der finanziellen Zweifel, sondern auch aus der Befürchtung, die bisher sehr gut durch Busse angeschlossenen Stadtteile würden durch die Stadtbahn eben schlechter angeschlossen als vorher, dass Haltestellen wegfallen würden. Und auch die Linienführung ist hart umstritten und zwar nicht in dem Sinne, dass möglichst viele die Bahn nahe haben wollen, sondern möglichst weit weg. Aber wir haben in Bielefeld verstanden, dass dieses nun im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern angegangen werden muss. In einem Netzdialog und mit Vorortveranstaltungen haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, das Projekt Mobilefeld 2030 mitzugestalten. Und mit der Erfolg, das Onlineforum dokumentiert rege Diskussionen und die erste Veranstaltung zählte 500 diskussionsfreudige Besucherinnen und Besucher. Aber wichtig ist vor allem, außerhalb dieser Veranstaltung korrekt zu kommunizieren. Denn es gibt nun mal Punkte im System, die eine Bürgerbeteiligung erschweren. So muss sich der Rat demnächst festlegen, ob Hoch- oder Niederflurtechnik für die neuen Bahnen genutzt werden, damit es die Chance auf Fördergelder aus Berlin gibt. Aber schon allein diese kleine Entscheidung erweckt bei Teilen der Bürgerinnen und Bürgern den Eindruck, alle Beteiligungsangebote sind nur Alibi-Veranstaltungen und letztendlich entscheidet die Politik nach eigenem Gusto. Befeuert wird das dann noch dadurch, dass schwächelnde politische Mitbewerber jeden Bürgerprotest dazu nutzen, sich mit billiger und unkonstruktiver Polemik zu profilieren. Liebe Freundinnen und Freunde, dicke Beretter bohren, das können wir. Deswegen lasst uns auch weiter bohren, wenn die Bürgerbeteiligung leider nicht die Hand an den Bohrer legt, sondern ein Brett dahinter legt. Lasst uns zuhören, lasst uns den Bohrer gegebenenfalls in einem anderen Winkel ansetzen und lasst uns daran arbeiten, dass wir möglichst viele Bürgerinnen und Bürger eben die Hand an den Bohrer bekommen. Deswegen freue ich mich, dass wir es nicht versäumen, dieses auch wie in jedem Antrag weiter zu erwähnen. Die Verkehrswende darf nicht nur politisch grün sein, sondern muss auch eine Verkehrswende der Bürgerinnen und Bürger sein. Dankeschön. Vielen Dank, Dominik. Bevor wir jetzt gleich die Rede von Toni Hofreiter hören, möchte ich euch einmal fragen, ob ihr alle diese Übersichtverfahren M1, Grüne macht mobil und V4 für eine moderne bürgernahe Polizei NRW bekommen habt, weil danach gehen wir dann nach der Rede von Toni durch die Abstimmung. Wenn ihr das nicht habt, wendet euch bitte an die Geschäftsstellenmitarbeiterinnen, an das Tagungsbüro. Dort bekommt ihr dann noch eine Kopie. So, und jetzt freuen wir uns auf Toni Hofreiter, der unsere Debatte zum Abschluss noch einmal krönen wird. Liebe Freundinnen und Freunde, erstmal guten Tag von meiner Seite oder da ich ja ursprünglich aus Bayern komme, eigentlich grüß Gott, auch wenn es hier eher ungewöhnlich klingt. Ich freue mich, dass ich zu euch sprechen darf. Noch dazu zu dem Thema Mobilität. Grün macht mobil. Es ist ganz klar, nach der Energiewende, die zwar dank Schwarz-Gelb auch in gewissen Schwierigkeiten steckt, muss es unbedingt jetzt endlich auch zur Verkehrswende kommen. Das Motto der Grünen, der Grünen Bundestagsfraktion, ist da ganz eindeutig. Wir wollen Mobilität für alle, allerdings ökologisch und sozial gerecht. Warum wollen wir eine vollkommen andere Verkehrspolitik? Manche Gründe sind offensichtlich, aber trotzdem muss man es immer noch einmal sagen, weil manchmal erscheint es ja in der Öffentlichkeit so, als wenn bestimmte Dinge Selbstzweck geworden sind. Ein ganz zentraler Grund ist, sind ökologische Gründe, sind Klimaschutzgründe, sind allerdings auch Gründe, was Flächenverbrauch angeht, was die Zerschneidung der Landschaft angeht, durch exzessiven Straßenbau. Da gibt es eine ganze Reihe ökologischer Gründe. Gerade insbesondere der Klimawandel wird ganz, ganz stark befeuert von der Art und Weise, wie wir Verkehrspolitik organisieren, wie Verkehrspolitik bei uns in Europa organisiert ist. Ihr müsst euch vorstellen, wenn wir von der Endlichkeit von Rohöl sprechen, dann sprechen wir von Endlichkeit, von Mobilität, von Verkehrspolitik, so wie wir es jetzt kennen. 70 Prozent des Rohöls, das Tag für Tag nach Europa importiert wird, verbrennen wir nur für Mobilität. Und unsere Mobilität hängt zu 95 Prozent am Rohöl. Das zeigt sich, die Verkehrswende kann nur, die Energiewende kann nur gelingen, wenn es uns gelingt, die Verkehrswende durchzusetzen. Denn wenn man mal ehrlich sein soll, wenn Schwarz-Gelb von Energiewende spricht, dann sprechen sie im Grunde in Anführungsstrichen nur von einer anderen Stromversorgung und schon das sind sie nicht in der Lage umzusetzen. Es gibt allerdings auch eine Reihe weiterer Gründe. Es gibt soziale Gründe und Teilhabegründe, warum wir zu einer anderen Verkehrspolitik kommen müssen. Wenn Schwarz-Gelb davon spricht, dass Sie Mobilität ermöglichen wollen, meinen Sie damit, Sie wollen Straßen bauen und in Ihrer beschränkten Sichtweise, die ganz häufig die Sichtweise von 50- bis 60-jährigen, wohl situierten Menschen ist, die einen Führerschein besitzen und ein Auto, glauben Sie nur, wenn Sie Straßen bauen, ermöglichen Sie Mobilität für alle. Das ist ein absoluter Irrtum. Sie ermöglichen Mobilität für Menschen, die einen täglichen Zugriff aufs Auto haben. Aber das sind nur in der Bundesrepublik ca. 50% aller Menschen. Es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die sind unter 18 und haben deshalb keinen Autoführerschein. Es gibt Menschen, die sind zu alt zum Autofahren. Es gibt Menschen, die wollen nicht Autofahren. Es gibt Menschen, die haben kein Auto. Es gibt Menschen, die wollen keinen Führerschein besitzen. Aber auch all diese Menschen haben einen Anspruch auf Mobilität, haben einen Anspruch, sie in der Gesellschaft zu beteiligen. Das heißt, es gibt ganz starke Inklusionsgründe und soziale Gründe. Aber es gibt auch starke ökonomische Gründe, warum wir zu einer anderen Verkehrspolitik, zu einer anderen Mobilitätspolitik kommen müssen. Wenn wir uns anschauen, wie überlastet, insbesondere im Bereich des Güterverkehrs, unser Straßennetz ist, wenn wir uns anschauen, welch gigantische Summen da in den vergangenen Jahren ausgegeben worden sind, ohne dass die Verkehrsprobleme wenigstens im Bereich der Straße gelöst worden sind. Wenn wir all das betrachten, kann man ganz klar erkennen, auch aus ökonomischen und finanziellen Gründen müssen wir zu einer anderen Verkehrspolitik kommen. Und wie wollen wir das erreichen? Wie wollen wir das erreichen, dass wir wirklich Mobilität für alle durchsetzen? Eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen da die Kommunen. Die Kommunen sind, und insbesondere die Städte, die Größeren und die Kleinen, sind ganz zentral, um eine andere Mobilitätspolitik zu erreichen. Es heißt dann immer oft von den Befürwortern des jetzigen Systems, naja, die Menschen, die Kunden wollen es so. Naja, nach Entscheidungen in den Räten, wo die bekannten, wohl situierten Autofahrer drin sitzen, hat man 90 Prozent des öffentlichen Raums ausschließlich für den Autoverkehr gewidmet. Und nachdem diese Machtentscheidung stattgefunden hat, sagt man, naja, die Menschen wollen das so. Aber wollen die Menschen nicht vielleicht auch Verkehrssicherheit für sich und ihre Kinder? Will man nicht ohne Sorge auch in einer großen Stadt kleine Kinder aufziehen können? Will man nicht vor Ort, vor seiner eigenen Haustür von Lärm und von Schadstoffen freigehalten sein? Will man nicht eine Stadt haben, die nicht nur Verkehrsraum ist, die nicht nur Durchgangsraum ist? Da will man nicht eine Stadt haben, wo auch der öffentliche Raum Lebensraum für alle ist, und zwar gleichberechtigter Lebensraum für alle ist. Seien es jetzt Fußgänger, seien es ältere Menschen, seien es kleine Kinder, seien es Rollstuhlfahrer, seien es Radfahrer, wollen das die Gesamtheit der Menschen nicht eher das. Und das ist das Entscheidende, was wir hier im städtischen Bereich, im Mobilitätsbereich durchsetzen müssen. Dazu müssen wir, auch wenn das schreckliche Kooperationsverbot und schwerer Fehler in der Föderalismusreform 2 dem entgegensteht, müssen wir von Bundesseite Wege finden, in denen wir die Kommunen auch finanziell dazu ermächtigen, dass sie in der Lage sind, den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass es wieder ein öffentlicher Raum für alle wird. Und auf Bundesebene gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Dinge zu tun. Auf Bundesebene brauchen wir eine andere Bahnpolitik, eine Bahnpolitik, die dafür sorgt, dass die Bahn sich wieder insbesondere zuständig fühlt für die Eisenbahn und weniger zuständig fühlt für Speziallogistik in Australien und weniger zuständig fühlt für Hafenlogistik in China, sondern eine Bahn, die zu 100 Prozent der öffentlichen Hand gehört und damit zu 100 Prozent im Grunde den Menschen in Deutschland gehört. Eine Bahn, die sich verantwortlich dafür fühlt, pünktliche, saubere und auch bezahlbare Züge in Deutschland anzubieten und in Europa anzubieten. Ich glaube, das ist etwas, was die Bundesebene verantwortlich durchsetzen muss. Und da muss man ganz klar sagen, es ist ein Bereich, wo wir leider noch im Grunde gegen alle anderen stehen. Es ist ein Bereich, wo es ganz, ganz stark auf Grüne ankommt. Da gibt es eine ganz, ganz große Koalition, dass die Bahn vor allem als Konzern gesehen wird und sehr, sehr wenig als Dienstleister für ökologischen Transport von Menschen und Gütern. Des Weiteren ist in der nächsten Legislatur steht der nächste Bundesverkehrswegeplan an. Der Bundesverkehrswegeplan ist im Grunde ein technokratisches Monster, wo für 15 Jahre festgelegt wird, welche Straßen, welche Wasserstraßen und welche Schienen ausgebaut werden. Dieser Bundesverkehrswegeplan hat in der Vergangenheit, ist der so zustande gekommen, dass die Bundesländer, die die BAG und interessierte Kreise, Unmengen Projekte angemeldet haben. Und diese Projekte sind dann in ewig langen Listen zusammengeschrieben worden, völlig unabhängig davon, ob sie sinnvoll oder unsinnig sind. Ich kenne da Beispiele aus meinem Bundesland. Da ist ein stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD, hat einem Bürgermeister versprochen gehabt, dass er eine Umgehungsstraße kriegt, kleine Ortschaft. Dann ist mit Bundesgeldern 30, 40, 50 Millionen für 1.500 Autos, was de facto nichts ist, was so viel ist wie an einer normalen Ortsdurchgangsstraße, ist eine Umgehungsstraße gebaut worden. Und woanders, wo dringend Geld benötigt wird für den Ausbau der Bahn oder durchaus auch für die Sanierung des Straßennetzes, woanders war kein Geld vorhanden. Diesen Bundesverkehrswegeplan müssen wir ganz, ganz anders gestalten. Wir müssen damit endlich, es muss endlich damit Schluss sein, dass das Geld nach rein politischen Interessen, nach rein Himmelsrichtungen und rein nach Proporz vergeben wird, sondern wir müssen das Geld endlich nach verkehrlichen Prioritäten vergeben. Und das wäre da eine absolute Neuheit. Ihr müsst euch vorstellen, dass die jetzige schwarz-gelbe Bundesregierung viel davon spricht, dass Erhalt vor Neubau kommen muss und dass mehr Gelder für den Unterhalt eingestellt werden müssen. Ja, sie spricht sehr, sehr viel davon, aber de facto passieren tut fast nichts. Der neue Bundesverkehrswegeplan wird wieder so gestaltet wie der alte Bundesverkehrswegeplan und das Verkehrsministerium hat die Länder gebeten, lange Listen einzureichen. Eins der ersten Bundesländer hat bereits seine Liste abgegeben. Das ist ein CSU-geführtes Bundesland, leider noch immer. Aber das wollen wir ja auch ändern. Das müssen wir ändern. Ich meine, wenn ihr uns da irgendwie helft und wenn euch langweilig ist im Herbst diesen Jahres, was ich mir nicht vorstellen kann, wir haben ja eine Bundestagswahl, wie gesagt, das müssen wir ändern. Dieses CSU-geführte Bundesland hat mit Kabinettsbeschluss die neue Liste für den Straßenbau abgegeben. Sie haben 398 neue Straßenbauprojekte abgegeben zu einem Volumen von 17 Milliarden. Wenn man diese 17 Milliarden jetzt teilt durch die Mittel, die vorhanden sind, Jahr für Jahr, für das wunderschöne Bundesland Bayern, das ganz schrecklich politisch geführt wird und wir haben immerhin auch einen CSU-Bundesverkehrsminister, dann kommt man zu der absurden Zahl von 160 Jahren. Das heißt, die haben eine Wunschliste abgegeben, nur im Bereich Straße für 160 Jahre und das mit Kabinettsbeschluss. Politik, die so agiert, ist nicht nur peinlich, sie macht sich sogar gegenüber jedem, der einigermaßen vernünftig denken kann, lächerlich. Das ist ein weiterer Grund, warum die weg müssen. Aber diese Form von Prioritätensetzung bzw. Nicht-Prioritätensetzung muss aufhören. Wir müssen die Prioritäten da setzen im Bereich der Infrastruktur, wo es sehr, sehr viel Verkehr de facto unterwegs ist. Im Bereich der Straße müssen wir da Prioritäten setzen, dass wir Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlagern können. Und da gibt es ja dann immer Befürchtungen in den Bundesländern, wenn es von Bundesebene eine neue Prioritätensetzung kommt. Aber NRW braucht da, glaube ich, nicht die geringsten Sorgen haben, nämlich mit dieser Methode, dass der Bund die Infrastruktur selber eigentlich überhaupt nicht geplant hat, sondern letztendlich das Geld nur nach Himmelsrichtungen vergeben hat, hat NRW als dicht besiedeltstes Bundesland, als Bundesland, wo sehr, sehr viel Güterverkehr aus den Häfen durchläuft, wo sehr, sehr viel Ausbaupotenzial auf der Schiene vorhanden ist, hat NRW letztendlich immer ganz, ganz schlecht abgeschnitten. Das heißt, wenn wir dafür sorgen, dass Prioritäten nach ökologischen, nach verkehrlichen, nach ökonomischen Kriterien gesetzt werden, wird NRW eins der Bundesländer sein, das ganz, ganz groß davon profitiert. Denn wir sollten ja auch eine Bundesverkehrswegeplanung haben. Das heißt, eine Planung, die aus Bundessicht überlegt, wo sind die größten Engpässe und wie kann man diese Engpässe beseitigen. Und im Bereich der Schiene sind mit die größten Engpässe hier in NRW. Und diese Engpässe müssen endlich angegangen werden. Und dafür brauchen wir endlich eine vernünftige Bundesplanung. Aber es kommt nicht nur darauf an, dass wir die Infrastruktur endlich vernünftig gestalten, sondern es kommt auch ganz stark darauf an, dass wir dafür sorgen, dass die Mobilität, die wir haben, in ihren Sektoren ökologischer wird. Und da haben wir auf Bundesebene ganz, ganz schwierige und ganz harte Auseinandersetzungen vor uns. Denn einer der härtesten Gegner in dem Bereich ist die Autoindustrie. Und die Autoindustrie ist bekanntermaßen jetzt nicht gerade der unwichtigste und schwächste Lobbyist, den wir in der Bundesrepublik haben. Aber wir brauchen endlich eine Bundesregierung mit Unterstützung aus vielen Landesregierungen, die nicht zur Autoindustrie immer sagt, ja selbstverständlich müsst ihr keine zu strengen CO2-Grenzwerte einhalten. Selbstverständlich laufen wir zur EU und vertreten eure Interessen. Nein, wir brauchen eine Bundesregierung, die zu dieser für uns durchaus zentralen Industrie sagt, Leute, ihr könnt so nicht weitermachen, wenn in 10, 20, 30 Jahren noch erfolgreich Autos in Deutschland gebaut werden. Dann müssen es Null-Emissionsautos sein und dann müssen es Autos, und dazu brauchen wir einen zuverlässigen, verlässlichen Absenkungspart der CO2-Emissionen. Und das muss jetzt durchgesetzt werden und darf nicht jetzt, wie von Frau Merkel ständig getan, weiter verschleppt werden. Das heißt, wir brauchen ganz, ganz starke Grüne, sowohl in den Ländern als auch auf Bundesebene, um der Autoindustrie eine Zukunft zu geben, aber auch um der Autoindustrie eine emissionsfreie Zukunft zu geben. Denn es wird nicht genügen. Wir haben eine Doppelstrategie. Auf der anderen Seite wollen wir eine andere Mobilitätspolitik, andere Städte, Städte der kurzen Wege, mehr fürs Fahrrad, mehr für den Fußgänger, mehr für den ÖPNV, besseren Schienenverkehr und eine vernünftigere, eine weitaus vernünftigere Infrastrukturplanung. Aber das alleine wird nicht genügen. Wir müssen auch dafür sorgen, dass der weiterhin vorhandene Individualverkehr, Individualverkehr, dass auch der weiterhin vorhandene Güterverkehr auf der Straße, dass wir den nach und nach, wenn nicht vielleicht ökologisch, aber wenigstens so gestalten, dass er unser Klima nicht zerstört, dass er unser Klima nicht ruiniert. In den Städten braucht man einen völlig anderen Mobilitätsmix, denn für die Verkehrssicherheit macht es für mich keinen Unterschied, ob ich jetzt von einem stinkenden Dieselauto über den Haufen gefahren werde oder ob ich von einem Nullemissionsauto über den Haufen gefahren werde. Für die Verkehrssicherheit braucht man da vernünftige, integrierte Ansätze. Und deswegen haben wir da ein ganz wichtiges, nicht nur symbolisches Thema, das wir in der nächsten Legislatur durchsetzen müssen. Auch gegen die SPD, auch gegen alle anderen, die im Parlament sind. Nämlich endlich 120 auf deutschen Autobahnen. Es kann doch nicht sein, dass ausgerechnet Deutschland im Herzen von Europa das letzte Land dieses Planeten ist, wo man so schnell rasen kann, wie man will. Egal sozusagen, wer sich sonst noch auf der Straße aufhält. Es kann doch nicht sein. Da braucht man endlich auch einen zivilisatorischen Fortschritt in diesem Bereich in Deutschland. Und mit diesem Gesamtkonzept, es muss uns gelingen, dieses Gesamtkonzept umzusetzen, um, wie gesagt, die Energiewende umzusetzen, um Mobilität für alle zu erreichen. Und in diesem Bereich brauchen wir einfach schlichtweg so starke Grüne wie irgendwie möglich. Ein vernünftiges Mobilitätskonzept haben auf Bundesebene leider nur die Grünen, ein bisschen die SPD, aber im Grunde nur die Grünen. Deshalb kämpfen wir, um die Verkehrswende Realität werden zu lassen und nicht nur Programm und Antrag werden zu lassen, kämpfen wir dafür, dass wir ganz, ganz starke Grüne im nächsten Bundestag haben. Danke. Joni, wir lassen dich nicht einfach so gehen. Erstmal von uns ganz großen Dank. Wir haben nach deiner sehr ambitionierten Rede wohl verstanden. Bei dir ist die Verkehrswende in Berlin mit vielen anderen Kolleginnen und Kollegen aus Nordrhein-Westfalen in guten Händen. Und ich glaube, die Delegierten haben sehr wohl auch verstanden, dass du uns in Berlin bei den spezifischen Interessen hier auch in Nordrhein-Westfalen unterstützt. Und wir haben natürlich mit besonderem Wohlwollen zur Kenntnis genommen, dass auch du sagst, Mittel nach Bedarf, bitte nicht mehr nach Himmelsrichtung und nach Proports. Und auch dafür, dass du da so eine klare Haltung hier heute gezeigt hast, danken wir dir. Auch die NRW-Interessen sind bei Ton in guten Händen in Berlin. Und das beruhigt uns sehr für die nächste Legislaturperiode. Und auch für dich, genau, aber das hatten wir ja gerade schon bei Michael Ciesack vorgestellt, die Zukunftsvision mit dem Sonnenstrahl, der dann alles zum Laufen bringt, auch für dich. Für die Rückfahrt hast du diesen Bausatz und kannst den dann auf der Rückfahrt zusammenbasteln. Und ja, schönen Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Danke schön. Und es gibt noch ein Bild, was wir meinen, was auch sehr gut in dein Büro passen könnte. Oder meinst du nicht? Hast du das eigentlich schon gesehen? Du darfst erst mal angucken hier. Ja? Also das müssen wir einfach mal mit dem Roland fotografieren. Sven rückt dabei. Eigentlich muss Toni in die Mitte. Toni muss in die Mitte, sorry. Du weißt, die Bilder sind eigentlich jetzt hier nochmal der Höhepunkt des Tages. Okay, danke lieber Roland fürs Foto. Nochmal herzlichen Dank. Alles Gute nach Berlin. Und wir freuen uns drauf, dass wir mit richtig starken Grünen und mit dir in Berlin eine super Lobby haben für die Verkehrswende. Und damit wird sie sicher auch gelingen. Dankeschön. Ich sage danke. Und zu den NRW-Interessen. Im Falle der Verkehrspolitik habt ihr schlichtweg Glück, dass sich vernünftige Verkehrspolitik und zumindest die Interessen der NRW-Grünen decken. Wenn ihr mal was Unvernünftiges habt, dann müsst ihr vorsichtiger sein. Das gibt es in diesem Landesverband eigentlich nie. Wir machen nur vernünftige Sachen. So, liebe Freundinnen und Freunde, bevor wir jetzt in die Antragsbefassung gehen, haben wir einen GO-Antrag von Anna Schröder aus dem Geistverband Bonn. Du hast die Möglichkeit, ihn vorzustellen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde. An den letzten beiden Tagen, glaube ich, habe ich kein Wort so oft gehört, wie das Wort streiten. Lasst uns streiten für dies, lasst uns streiten für jenes. Und das ist doch auch gut. Denn wir wollen doch miteinander streiten. Deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben zu diesem Antrag tatsächlich schon viel miteinander geredet. Wir haben gesehen, dass dieser Antrag Grün macht mobil begeistert, dass Mobilität diese Debatte dazu begeistert. Und deswegen glaube ich, dass gerade diese vielen motivierten grünen Menschen, die hier zu diesem Antrag geredet haben und gezeigt haben, dass sie mit Leidenschaft bei diesem Thema sind. Ich glaube, dass diese Menschen auch Positionen haben zu den Änderungsanträgen, die hier gestellt werden und die noch zur Abstimmung stehen werden. Ich glaube, dass die durchaus auch was zu sagen haben zu diesen Änderungsanträgen, dass sie da eben Pro oder Contra sind. Diese Änderungsanträge sind ja schließlich auch noch strittig. Und deshalb, lasst uns darüber streiten mit folgendem Verfahren. Ich schlage euch vor, abweichend von dem Verfahren, das wir vorhin beschlossen haben, zu jedem Änderungsantrag, der zur Abstimmung stehen wird, jeweils zwei Pro- und zwei Contra-Beiträge zu losen. Dafür wirft man sich dann vorne in eine Pro- oder in eine Contra-Box ein. Warum zwei und nicht einer jeweils, damit wir eben die Redeliste auch gendern können. Und ja, lasst uns diese offene Aussprache wirklich zu den Änderungsanträgen haben, denn die sind doch wirklich umstritten. Wir wollen doch Positionen hören und wir wollen auch darüber abstimmen auf einer Grundlage. Wir wollen Pro- und Contra-Argumente hören, um uns dann auch zu entscheiden, ob wir dagegen oder dafür stimmen. Denn nur diese Änderungsanträge sind doch wirklich interessant und nicht der Leitantrag, wo wir sowieso nachher alle dafür sind. Kommst du zum Ende? Die Redezeit kann, meinen Sie, gerne vom Präsidium bestimmt werden. Deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, stimmt mit mir für dieses Verfahren, für mehr lebendige Debatte. Denn wir Grünen, wir können doch von lebendiger Basisdemokratie nie genug kriegen. Deswegen wollen wir mehr davon. Bitte für diesen GO-Antrag. Dankeschön. Gibt es eine Gegenrede? Ich habe gehört, dass es formal ist. Gut, dann frage ich euch. Wer stimmt dem GO-Antrag nach längerer Aussprache bei den Änderungsanträgen zu? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Und wer enthält sich? Danke. Für uns ist es noch nicht eindeutig hier oben. Deswegen bitten wir die Antragstellerin auf die Bühne, damit sie auch mit uns gucken kann. Und wenn ich gleich sage, über die Abstimmung, dann bitte ich euch aufzustehen. Einen Moment. Okay, ich frage euch noch einmal. Wer stimmt dem GO-Antrag nach längerer Debatte zu? Der soll jetzt aufstehen und das Zeichen geben. Wer stimmt gegen den Antrag? Wer stimmt gegen den Antrag? Danke. Wir müssen uns jetzt hier beraten noch. Monika, mach zwei Drittel. Ja, dann ist keiner mehr da, aber bitte schritten nicht aus. Danke. 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 Vielen Dank. Okay, wir haben uns hier beraten. Wir sehen den enormen Debattenbedarf bei den Änderungsanträgen noch und schlagen euch jetzt deswegen vor, dass wir 2-2 jeweils ziehen, also 2-Contra und 2-Pro reden und das dann auch noch quotieren. Wir weisen aber nochmal darauf hin, dass dadurch auch die LDK ein wenig länger werden könnte. Das muss man nur berücksichtigen. Seid ihr damit einverstanden? Dann würde ich jetzt gerne um ein Kartenzeichen bitten. Vielen Dank. Dann machen wir das jetzt so. Okay, dann wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Gut. Wir machen das jetzt mit diesen 2-2 jeweils und wir fangen gleich damit an. Wir nehmen jetzt... Gut. Gut. Also, wir nehmen jetzt die Übersichtverfahren her, das euch ausgeteilt worden ist. Darin seht ihr die ganzen Änderungsanträge und die Sachen, die übernommen worden sind oder die modifiziert übernommen worden sind. Wir haben, wenn ihr euch das anguckt, 4 strittige Punkte, die noch nicht geklärt sind und auch, wo wir Abstimmungen machen müssen. Das wären in der Zeile 165 von der Grünen Jugend. Das wäre in der Zeile 172 Grüne Jugend. Dann wäre es nochmal 172, falls der von der Grünen Jugend abgelehnt wird, von Ralf Lottmann. Und es ist ein Antrag in Zeile 201 von Werner Ignatowicz und anderen. So, wir machen zuerst den Änderungsantrag zu Zeile 165, Grüne Jugend. Und wir haben jetzt hier die Möglichkeit, sozusagen hier vorne einzuwerfen, Pro und Contra. Da werden wir auch gleich losen und es gibt dann natürlich noch die Einbringungsrede und die Gegenrede. Einbringen wir jetzt den Antrag, Sophie Karow von der Grünen Jugend. Das sind drei Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, wer von euch kennt das nicht oder hat das vielleicht auf der Fahrt hierher auch erlebt? In der zweiten Klasse stapeln sich die Koffer, die Menschen, die Kinderwägen und in der ersten Klasse vom Regionalexpress sitzt vielleicht eine Handvoll Leute. Genau deswegen ist unsere Idee im Vorfeld von dieser LDK auch schon so gut angekommen. Deshalb haben wir schon so viel Rückenwind bekommen, medial und auch von vielen von euch. Denn wir, die Grüne Jugend NRW, fordern eine einheitliche Wagenklasse im Nahverkehr. Wir wollen die freien Kapazitäten der ersten Klasse nutzen. Denn wir Grünen, wir wollen doch alle, und das hat man in den Reden auch gerade gehört, wir wollen einen besseren Nahverkehr. Wir wollen einen attraktiveren Nahverkehr. Und das bedeutet eben auch, dass dort mehr Platz ist. Denn das brauchen wir in NRW dringend. Jeden Tag fahren Millionen von Menschen durch NRW, sei es auf dem Weg zur Schule, auf dem Weg zur Uni oder auch auf dem Weg zur Arbeit. Wir haben super viele Pendlerinnen und für die muss der Nahverkehr ausgebaut werden. Und da wollen die Leute in der Uni oder in der Schule oder auch auf der Arbeit eben nicht wie so eine zerquetschte Sardine total verschwitzt ankommen, sondern eben auch Komfort haben. Wir sagen, mit der Umrüstung der ersten Klasse schaffen wir mehr Sitzplätze. Wir nutzen vorhandene Waggons aus. Dazu muss die Bahn keine neuen anschaffen, so kurzfristig, sondern wir nutzen sie optimal aus. Wir können so auch das Ticketsystem vereinfachen, indem wir sagen, es gibt einfach nur noch eine Klasse im Nahverkehr. Das ist eine kurzfristige Lösung. Die Bahn kann das simpel umsetzen und sie würde damit auch definitiv in der Gunst von diesen ganzen Pendlerinnen und Pendlern steigen. Wir sprechen uns ausdrücklich gegen eine Kannlösung aus. Eine Kannlösung, wie sie uns eben zur Modifizierung vorgeschlagen wurde. Das heißt, dass die Bahn, wenn sie den Bedarf sieht, die erste Klasse für alle öffnen kann. Diese Möglichkeit gibt es heute schon. Aber ehrlich, wer von euch hat das denn schon erlebt? Und ich bin mir sicher, alle von euch fahren sehr häufig Bahn. Aber das passiert super, super selten, obwohl sehr viele sagen, dass die Bahn voll ist. Wenn klar ist, dass alle mit einer Klasse fahren, dann herrscht da auch Planungssicherheit. Dann können eben auch die, die den Komfort der ersten Klasse bei einer Kannlösung unter unsicheren Umständen nutzen können, die wüssten genau, okay, es gibt nur eine Klasse. Das ist eine Attraktivitätssteigerung. Wir wollen einen einfacheren, einen attraktiveren Nahverkehr, eine pragmatische Lösung. Das ist unsere Idee. Und ich hoffe, dass wir euch von unserem Änderungsantrag überzeugen können, dass er euch dafür ausspricht, für einen erstklassigen Nahverkehr, aber einen ohne erste Klasse. Vielen Dank. Und jetzt Arndt Lopp, die hat Gegenrede hält. Ja, liebe Sophie, liebe grüne Jugend, ich kann den Antrag ein Stück nachvollziehen, wenn man jeden Tag, so wie ich auch, Bahn fährt in Nordrhein-Westfalen, gibt es viele Situationen, wo man wirklich verzweifelt ist aufgrund der Platznot in den Zügen, insbesondere Feierabendzeit, Wochenende etc., nach Großveranstaltungen, Fußballspielen etc. Aber insbesondere vormittags oder auch in der Feierabendzeit ist auch in den Regionalexpresslinien die erste Klasse voll. Das kann ich sagen, weil ich da jeden Tag mitfahre und auch sehe, dass diese Plätze entsprechend ausgenutzt werden. Die Pendlerinnen und Pendler, die in der ersten Klasse sitzen, haben dafür bezahlt und zahlen 60, 70 Prozent höheren Fahrpreis. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen, ja, das ist sozusagen ein Privileg, was man sich auch finanziert, entsprechend, indem man das auch bezahlt. Und darüber finanziert sich auch entsprechend der Nahverkehr, liebe Coesfelderinnen und Coesfelder. Wir haben in NRW keine Staatsbahn, also wir können nicht als Landesregierung beschließen, wir machen jetzt eine Einheitsklasse, sondern wir haben drei Zweckverbünde hier in Nordrhein-Westfalen, die sehr eigenständig als VRR, NVR und NWL die Züge bei den entsprechenden Anbietern bestellen. Wir haben bei den Regionalexpresslinien entsprechend auch die erste Klasse sozusagen im Angebot, häufig sozusagen ein halber Wagen bei den sechs Waggoneinheiten der Hauptregionalexpresslinien. Ich würde euch vorschlagen, weil ich das Anliegen oder weil wir auch das Anliegen gut nachvollziehen können, zu sagen, es ist absoluter Unsinn, wenn die Züge voll sind zu den Stoßzeiten und in der ersten Klasse ist viel Platz, der nur deswegen freigehalten wird, weil die Leute entsprechend keinen Fahrschein haben. Dass wir noch einen Appell an die Nahverkehrsverbände machen, an die Zugleitungen, gebt diese erste Klasse frei, auch für Leute mit zweite Klasse Fahrschein, insbesondere am Wochenende bei großen Volksfesten, nach Fußballspielen, nach großen Ereignissen, weil es überhaupt keinen Sinn macht, da einen Wagen oder einen halben Wagen freizuhalten und entsprechend das andere sozusagen, dass die Menschen da gequetscht stehen, gedrängelt stehen etc. Aber grundsätzlich die erste Klasse abzuschaffen, also zu sagen, man hat das gar nicht mehr im Angebot, das schafft keinen Platz mehr und es würde entsprechend Kosten uns nehmen, sozusagen Erträge nehmen, die wir haben und es sind einfach auch viele Leute, die bewusst diesen Platz buchen, es sind viele Businesspendler, die da jeden Tag drin sitzen, die bewusst aufs Auto verzichten, die heutzutage mit der Bahn fahren, die sich nicht mehr kutschieren lassen mit dem Auto, die mit Notebook, mit Arbeitsmaterialien sich in den Zug setzen und dafür den Aufpreis für die erste Klasse zahlen und diese Chance den Leuten zu nehmen, das fänden wir falsch und deswegen schlagen wir euch vor, diesen Antrag der Grünen Jugend abzulehnen. Vielen Dank. So, wir haben jetzt gelost. Wir haben zwei Pro- und zwei Konterreden. Die zwei Pro-Reden sind männlich und die zwei Konterreden weiblich. So, das heißt jetzt Pro-Rede René Hesen vom KV Viersen. Zwei Minuten. Ja, lieber Arndt, also ich habe mir fast gedacht, dass du genau darauf eingehst, dass die Leute dafür mehr bezahlen und musst du direkt so ein bisschen auch in Richtung Gesundheitspolitik gucken, wo es wirklich den Unterschied des allgemeinen Pöbels gibt und der Privatversicherung. Meiner Meinung nach darf Mobilität und auch das Platzangebot in Zügen nicht vom Geldbeutel abhängen. Aber ich wollte noch auf eine ganz andere Sache hinaus, nämlich wieder in den ländlichen Raum. Du sprichst wahrscheinlich gerade oder hast gerade von den Dostos geredet, von den großen Nahverkehrszügen, RE1, RE5 und so weiter und so fort. Ich komme aus Kempen, bei uns fährt ja RE10. Das sind Dieseltriebwagen von einfach bis dreifach Traktion. In jedem dieser Dieseltriebwagen ist ein Drittel des Platzangebotes, die ersten Klasse zur Verfügung gestellt. Wenn ich mir morgens am Bahnsteig angucke, dass die Bundespolizei täglich aus dem überfüllten 2. Klassenabteil Leute wieder aus dem Zug rausholen muss, während eine 1. Klasse gehende Lehre herrscht, dann frage ich mich wirklich nach der Sinnhaftigkeit der 1. Klasse und auch nach der Sinnhaftigkeit, dass man wirklich gucken muss, ja ich weiß, ich muss schon zu Ende kommen, dass man gucken muss, dass wir wirklich Platzangebot schaffen. Wir haben ein strukturelles Problem, wo die Leute dann eben in die 1. Klasse gehen und das darf nicht dann hinterher vom Geldbeutel schön erkauft werden. Danke. Dankeschön. Jetzt kommt die Kontrarede von Anne Schröder, auch 2 Minuten. Und bitte bleibt hier vorne, wir haben jetzt wirklich einen zeitlichen Druck, ja, bleibt hier vorne, wenn ihr redet. 2 Minuten, nach einer Minute zeigen wir euch das Signal, dass ihr noch mehr eine Minute habt. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es geht hier doch darum, dass Schienenverkehr attraktiv sein soll. Und Attraktivität, das schaffe ich doch nicht nur durch niedrigen Preis in der 2. Klasse, sondern Attraktivität, das kann ich auch schaffen durch eine höhere Qualität. Wir haben es gehört, das Angebot der 1. Klasse wird eben wahrgenommen, die ist häufigst voll und das wird die Bahn doch wohl selber wissen, ob es effizient wirtschaftlich ist, diese 1. Klasse anzubieten, ob das angenommen wird, dieses Angebot oder nicht. Deshalb, diese gesteigerte Qualität trägt doch auch zur gesteigerten Attraktivität der Bahn bei und dazu, dass die mehr genutzt wird. Und genau das wollen wir doch. Und sollte es mal passieren, dass die 1. Klasse nun mal nicht ausgebucht ist, aber die 2. Klasse und vielleicht irgendwelche 2. Klasse Reisende vor den Türen stehen bleiben, ja, dann gibt es doch immer noch die Möglichkeit zu sagen, sobald die 2. Klasse voll ist, muss die 1. Klasse geöffnet werden. Dann haben wir doch das Problem überhaupt nicht mehr. Warum sollte man das nicht tun? Dann noch mal eine kurze Sache. Hier steht noch, hier im Antrag wird gefordert, wir wollen die Ausstattung der 2. Klasse angleichen oder die 1. Klasse angleichen an die 2. Klasse. Ja, was passiert denn da, liebe Freundinnen und Freunde, das wissen wir doch gar nicht. Sagt dann die Bahn, okay, wir müssen hier erstmal groß umbauen und Ressourcen verschwenden und die Züge neu einrichten und vielleicht noch um Subventionen betteln, weil wir ja diese neue Richtlinie umsetzen müssen. Das wissen wir doch gar nicht. Wir haben doch gerade vor ein paar Jahren die Erneuerung der Züge gehabt. Was kommt jetzt? Neue Sitze in der 1. Klasse, weil die alten nicht mehr genutzt werden dürfen, weil es sich nicht mehr rentiert, die zu pflegen, weil die Bahn nicht den Hickerhack um die 1. Klassenplätze haben will. Das wissen wir nicht, was da passiert, das wollen wir nicht. Dann möchte ich noch mal auf den Punkt eingehen, vorhin wurde verglichen mit dem Gesundheitssystem. Das ist genau, wie im Gesundheitssystem keine 2-Klassen-Bahnfahrten geben sollte. Das ist doch absurd. Hier geht es nicht um ein 2-Klassen-System der Mobilität, sondern hier geht es lediglich um 2 Klassen bei der Qualität, bei einem geringen Aspekt der Ausgestaltung der Mobilität. Hier geht es lediglich darum, ob ich mit etwas weniger Leuten, etwas unüberfolter in einem Abteil sitze und da vielleicht auch arbeiten kann oder ob ich in einem überfüllteren Abteil für weniger Geld sitze. Und das ist einfach absurd, das mit dem Gesundheitssystem zu vergleichen, wo es wirklich um die Würde und um die körperliche Gesundheit der Menschen geht und nicht nur darum, mit welcher Qualität die Bahn fahren. Deshalb gegen den Antrag. Dankeschön. Applaus So, vielen Dank. Wir haben jetzt nochmal gelost. Es gibt keine Pro-Rede mehr, es gibt aber eine Kontra-Rede mehr. Eine Kontra-Rede gibt es noch und die lassen wir zu. Von Bettina Hializius, Aachen. Wir haben vereinbart 2-2 und da sich keiner eingeworfen hat und wir haben auch das Verfahren... Das waren doch alle möglich gewesen. Nein, das hat... Und wir haben gerade schon gelost und es ist jetzt vorbei. Ihr müsst euch vorher einwerfen. Das ist zu, ne? Ja. Komm. Okay, dann lassen wir das zu. Sollen Sie dann erst reden? Aber dann wird zuerst die Pro-Rede gemacht. Er ist die Kontra, ne? Wir haben eine Antragseinbringung, eine Gegenrede zu dem Antrag und dann nochmal 2-2. So. Wir haben jetzt eine Pro-Rede, dann kommst du zuerst dran. Okay, tut mir leid, das ist jetzt echt spontan. Aber mir ist der Antrag echt wichtig, weil ich fahre oft mit der Bahn und es ist immer total voll. Ich fahre immer im regionalen, also im RE1, der ist jedes Mal voll und die erste Klasse ist leer. Also das stimmt überhaupt nicht, was Arndt eben gesagt hat. Also jedenfalls nicht da, wo ich fahre, dass die erste Klasse irgendwie auch voll ist. Das sehe ich nicht. Da sitzen ein, zwei Leute drin. Es sei denn, es sitzen nicht Leute rein, die kein Ticket haben, weil es einfach zu voll ist. Aber sie wird von der Bahn einfach nicht geöffnet. Auch wenn es voll ist. Und da sind kleine Kinder und da fallen Leute drüber und es sind alte Leute, die können nicht mehr so gut stehen und sie müssen trotzdem stehen, weil die erste Klasse einfach leer ist und nicht geöffnet wird, weil die Plätze einfach nicht zur Verfügung stehen. Außerdem noch ein Argument, was Arndt eben genannt hatte, dass die erste Klasse die zweite Klasse finanzieren würde. Das stimmt im Nahverkehr einfach nicht so. Die erste Klasse ist ja leer, wie soll die denn die zweite Klasse finanzieren? Außerdem war das Argument, die erste Klasse könne ja geöffnet werden. Das kann im Moment schon gemacht werden, es wird aber nicht gemacht. Das kann natürlich verbessert werden. Ich sehe das aber überhaupt nicht, dass das passiert. Außerdem ist das nicht die Lösung. Denn gerade wenn viel los ist, dann wird das ja das Prinzip der ersten Klasse völlig aushebeln. Die Leute, die da sitzen wollen, gut, die brauchen Ruhe, was weiß ich was. Wenn das gerade dann, wenn es voll ist, wenn sie dann die Ruhe brauchen, sonst können sie die ja auch in der zweiten Klasse haben, aber wenn sie die Ruhe bräuchten, theoretisch, und die dann geöffnet wird, so dann haben sie die Ruhe da auch nicht mehr. Also das ist ja, dann wird die erste Klasse, dann kann man sie gleich abschaffen. Außerdem müssen andere Leute, die sich das nicht leisten können, auch arbeiten im Zug. Die brauchen auch Ruhe. Bloß weil sie nicht so viel Geld verdienen und sich das nicht leisten können, heißt das dann nicht, dass sie dadurch benachteiligt werden sollen. Wer arbeiten muss, fährt im Zug teilweise. Also ja, das stimmt. Kommt du zum Ende, bitte? Okay, ich komme zum Ende. Aber das kann doch kein Privileg von Reichen sein, sondern es muss allen gleich zur Verfügung stehen. Nicht Leuten, die reich sind, die können sich das leisten, in der ersten Klasse zu fahren. Die anderen wollen genauso viel Platz und deshalb sollte der Platz gerecht verteilt werden und nicht an Leute, die reich sind und die anderen müssen sich irgendwie quetschen. Danke schön. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich würde es gerne ein bisschen ruhiger debattieren. Ich finde es schade, dass wir hier über ein, das so ein bisschen zuspitzen auf den Konflikt erste, zweite Klasse. Das ist doch nicht unser Problem in NRW. Unser Problem in NRW ist, dass die Züge zu voll sind. Und der Anteil der ersten Klasse, das sind 10 bis 20 Prozent, das ist wirklich nicht viel. Es gibt wohl, und da kann ich die Säuernis und die Ärgernis wirklich verstehen, es gibt Züge, da sind vier Waggons, nochmal zweite Klasse und dann kommt ein ganzer Waggon erste Klasse. Das ist natürlich nicht nötig und das ist ungeschickt. Und das ist auch, was wir fordern und was auch der Landesvorstand den Antragstellern nochmal angeboten hat. Wir müssen die bedarfsgerechte Einsetzung der Waggons machen. Wir brauchen mehr. Und erste und zweite Klasse muss natürlich im Verhältnis stehen. Und insofern bitte ich euch, den Antrag abzulehnen. Ich bitte euch wirklich, in den Dialog nochmal reinzugehen, was der Landesvorstand gemacht hat. Es sind die Verbände, die das fordern müssen, die das bestellen müssen. Und da ist wirklich die bedarfsgerechte und vor allen Dingen noch mehr. Wir brauchen längere Züge, längere Bahnsteige, mehr Verkehr. Vielen Dank. Wir kommen jetzt zur Abstimmung, zu dem Änderungsantrag in der Zeile 165 Grüne Jugend. Ich frage die Versammlung, wer stimmt diesem Änderungsantrag zu? Vielen Dank. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Danke. Wir sind uns sicher, dass der Antrag nicht angenommen wurde. So, dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Änderungsantrag. Und zwar, das ist in der Zeile 172, auch von der Grünen Jugend. Dieser Antrag ist im Zusammenhang zu sehen mit einem Antrag, der dahinter steht, von Ralf Lottmann. Der Antrag der Grünen Jugend ist weitergehend. Insofern stimmen wir den jetzt auch gleich als erstes ab. Sollte dieser Antrag abgelehnt werden, stimmen wir dann über den nicht so weit gehenden Antrag von Ralf Lottmann ab. Soweit zu diesem Vorgehen. Wir haben jetzt eine Einbringung des Änderungsantrags von der Grünen Jugend. Das macht der Max Lux, wenn ich das jetzt hier richtig notiert habe. Die Gegenrede wird Arnd halten. Und dann machen wir eine kurze Debatte. Zweimal Pro, zweimal Contra. Und da könnt ihr euch jetzt schon eure Wortmeldzettel einwerten. Max, du hast drei Minuten für die Antrags einbringen. Liebe Freundinnen und Freunde, im Leitantrag ist festgehalten, dass sich die Anzahl der PKW-HalterInnen von 1994 bis 2011 der unter 30-Jährigen drastisch reduziert hat. Und gerade bei den jungen Menschen wird der ÖPNV immer attraktiver. Und ich glaube, wir sind uns zweifelsohne einig, dass das mit dem Studierendenticket zusammenhängt. Und deshalb machen wir euch einen Vorschlag, um auch diesen Effekt, dass Menschen den ÖPNV nutzen, dass sie das anpacken, dass sie von der Straße auf die Schiene kommen. Und deshalb wollen wir mit euch gemeinsam heute ein solidarisch finanziertes Pauschalticket beschließen, das NRW-weit gültig ist. Denn warum sollten wir denn nicht ein Konzept beschließen, das für alle Menschen ein Plus an Lebensqualität wäre, wenn man einfach den Nahverkehr ohne irgendwelche Komplikationen oder Hindernisse nutzen könnte? Das liegt doch auf der Hand. Außerdem stellen wir euch heute ein Konzept vor, das allen Menschen Mobilität ermöglicht. Es geht uns hierbei um das Menschenrecht auf Mobilität. Und deshalb möchten wir dieses Pauschalticket auch gerne einkommensabhängig gestalten. Denn eine Staffelung nach Einkommen, das wäre doch nicht, wie es vorhin gesagt wurde, irgendeine Flatrate oder ein kostenloser Nahverkehr, wie es zum Beispiel die Piraten fordern. Sondern es beschreibt einfach die Grundlage eines Sozialstaates, der jedem Menschen in diesem Bezug das Menschenrecht auf Mobilität gewährleistet. Ich würde auch noch gerne daran anknüpfen, was Michael vom VCD gerade gesagt hat. Er sagte, wir brauchen Mut zur Veränderung für die Verkehrswende. Und ich glaube, hier ist es gefragt, dass wir einen sehr progressiven Schritt in Richtung Verkehrswende gehen, dass wir uns trauen, das jetzt zu beschließen, dass wir für einen solidarischen Nahverkehr kämpfen in ganz NRW. Und dazu ist ein Pauschalticket ein wichtiger Schritt. Also bitte, nehmt diesen Änderungsantrag an. Dankeschön. Dankeschön, Max. Arndt, du hast drei Minuten für die Gegenrede. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, die Debatte ist nicht neu. Die hat die letzte Landtagsfraktion mal sehr intensiv geführt, mit vielen Gutachten auch, damals der Horst Becker und Johannes Remmel. Und letztlich haben wir uns mit großer Mehrheit dafür entschieden, in Nordrhein-Westfalen ein Sozialticket einzuführen. Weil alle Studien und Gutachten belegt haben, dass pro Person monatlich Kosten von zwischen 60 und 70 Euro entstehen würden, wo wir Leuten dann das Fahren im bestehenden System ermöglichen, aber noch kein Geld dafür haben, die dringend notwendigen Kapazitätsausweitung überhaupt zu finanzieren. Und jetzt ist für einen Kölner, Aachener, wie auch immer, für 60 Euro freie Fahrt im Monat, wenn man in der Innenstadt wohnt und ein gutes ÖPNV-Angebot vor Ort hat, natürlich ein lukratives Angebot. Aber für alle im ländlichen Raum, also meine Eltern, die im Kreis Herford wohnen, in Flotho, wo sechsmal am Tag ein Bürgerbus fährt, für die ist natürlich, wären 60 Euro im Monat, das ist eine Familie mit drei Personen, 180 Euro, die sie im Monat abdrücken, exakt für nichts. Und es würde sich nur dann finanzieren, ein solches Bürgerticket, wenn ich es von jedem erwachsenen Bürger in Nordrhein-Westfalen, Bürgerinnen und Bürger auch einsammeln würde. Und das ist mega ungerecht für all diejenigen, die in den ländlichen Räumen wohnen, wo es kein vernünftiges Angebot gibt und wo es auch absehbar kein adäquates Angebot gibt, was mit Großstädten vergleichbar ist. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine Reihe von guten Angeboten, natürlich mit dem Semesterticket an den Hochschulen, mit solchen Dingen wie dem Junior-Ticket, Bären-Ticket beim VHR. Wir haben es geschafft und das war eine große Kraftanstrengung. Das ist ein riesiger grüner Erfolg, weil das eben nicht auf dem Mist der SPD gewachsen ist. Sondern das war unser grünes Anliegen, in den Koalitionsverhandlungen das Sozialticket einzuführen. Wo wir jetzt mittlerweile, zwar noch nicht landesweit, aber in vielen Kreisen und Kommunen, für unter 30 Euro die Möglichkeit haben, für Leute, die im Hartz-IV-Bezug sind, die nicht genug Einkommen haben, die entsprechend in Ausbildung sind, dieses Sozialticket anzubieten. Und da weiterzudenken, diese Angebote aufrechtzuerhalten, ist ein großer Aufwand. Und das kostet uns entsprechend viel Geld. Aber jetzt drüber hinaus, noch ein solches Bürgerticket anzubieten, wie das von der Grünen Jugend vorgeschlagen wird, das scheitert an der Realität der Verkehrsverhältnisse in Nordrhein-Westfalen. Wir hätten nicht genug Geld. Die ganzen Kapazitäten, die entstehen würden, wenn die Leute auf einmal da stehen und sagen, jetzt will ich aber auch fahren für diese 60, 70 Euro, die ich da entsprechend investieren muss. Diese Kapazitäten sind nicht vorhanden. Wir sind mühsam dabei, neue Kapazitäten aufzubauen. Das wird einige Jahre dauern. Aber ein solches Bürgerticket würde leider dazu nicht beitragen. Deswegen bitte ich euch, entsprechend diesen Antrag abzulehnen. Dankeschön, Abend. So, wir haben jetzt die Redebeiträge gelost für Pro und Contra. Als Erste wird für den Änderungsantrag reden Julia Wenzel, Grüne Jugend. Gegen den Änderungsantrag reden wird Christian Trützler, KV Bonn, dann noch einmal für den Änderungsantrag Felix Lüttke vom KV Wesel und gegen den Änderungsantrag Gisela Nacken vom KV Aachen. So, du kannst jetzt anfangen, Julia. Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich noch nicht. Ich heiße Julia Wenzel, bin im Moment erster Vorsitzende der Universität Duisburg-Essen. Wir haben in der letzten Woche ein Wahlergebnis von an die 40 Prozent geholt mit der Grünen Hochschulgruppe. Und das haben wir unter anderem auch dadurch eingebracht, dass wir uns konsequent für ein sozial gerechtes und ein zugängliches Semesterticket einsetzen. Nun geht es hier in dieser Debatte nicht um Sozialticket, wie der Abend gerade gesagt hat, sondern es geht darum, ein Mittel zu schaffen, eben wie an den Hochschulen, ein gerecht zugängliches Ticket zu schaffen. Wir wollen den Nahverkehr stärken als Grüne. Wir wollen Anreize setzen, dass Pendlerinnen und Pendler mehr Bahn benutzen und das Auto stehen lassen. Diese Anreize können wir durch eine sichere Finanzierung schaffen. Wir wollen eben nicht eine Pauschalabgabe für jeden Bürger und jede Bürgerin, sondern eine einkommensabhängige Solidarabgabe, die diese Finanzierung sicherlich attraktiv macht. Darum bitte ich euch, im Prinzip für ein solidarisches und gerechtes Ticket zu stimmen und dem Antrag zuzustimmen. Dankeschön. Die Kontrarede von Christian Trützler. Liebe Freundinnen und liebe Freunde, vielleicht bin ich ein bisschen befangen, weil ich nämlich als Vertriebsleiter in einem Nahverkehrsunternehmen arbeite. Insofern habe ich auch zwei Seiten. Es kommen immer neue Wünsche für irgendwelche Ticketanträge. Auf der anderen Seite soll es einfacher werden. Langsam ist das nicht mehr schaffbar. Prinzipiell muss klar sein, Nahverkehr kostet, und wie Arndt auch schon sagt, ein Ausbau von Nahverkehr kostet eben noch viel mehr. Die andere Sache, warum soll ich jetzt bei meinem Einkommen 70, 80 Euro Flatrate zahlen, wenn ich für ein Formel 9-Ticket für Bonn weit weniger zahlen muss? Das muss mir auch mal jemand begründen. Das kann es doch nicht sein, dass man dann dadurch Leute davon abhält, ihr normales Ticket zu kaufen. Nahverkehr ist allgemein gut auf der einen Seite, aber Nahverkehr ist auch eine Dienstleistung. Jeder will einen qualitativ guten Nahverkehr. Jeder will, dass die Anschlüsse stimmen. Das kostet einfach Geld. Und wir müssen einfach auch gucken, zum Beispiel als Nahverkehrsunternehmen, wie kriegen wir dieses Geld rein? Abhängig ist es davon dann natürlich, was die Politik auch bereit ist zu zahlen. Ich fand es hervorragend mit dem Sozialticket. Da haben wir die 30 Millionen zur Verfügung gestellt. Jetzt können wir Menschen mit wenig Geld Mobilität anbieten. Aber ich denke mal, eine Flatrate für alle hat wenig, wenig Sinn. A, kaufe ich kaum, das sehr, sehr viel mehr bei dem derzeitigen Angebot dann auf Bahn umgehen, denn neben der Preisentscheidung ist nämlich noch eine andere da. Wie gut komme ich irgendwo hin? Wie qualitativ ist es? Wir müssten da wirklich wahnsinnig viel Geld bereitstecken. Und wer soll das bitte bezahlen? Die Kommunen sind fast alle am Ende, bis auf ganz wenige Ausnahmen. Das Land hat auch nicht mehr Finanzierungsspielraum. Deswegen bitte ich euch, hier den Änderungsantrag der Grünen Jugend abzulehnen. Vielen Dank. Dankeschön. Als nächster Felix Lüttke, KV Wesel, mit der Pro-Rede. Ja, liebe Leute, ich würde gerne noch mal dafür reden, dass sie diesem Antrag zustimmt. Anders als das jetzt bislang gesagt war, ist es ja so, dass bei dem Semesterticket, wie es bei den Studierenden gilt und was wir jetzt eigentlich als Modell anbieten wollen, was alle Leuten dann frei zugänglich ist, ist es ja nicht so, dass wir da eine Pauschalabgabe für jeden einfordern und jeder zahlt dann gleich viel Geld und hat dafür keine Leistung. Es ist so, was wir machen können und es steht ja auch in dem Antrag, steht überhaupt noch gar nichts so konkret drin, wie das hier behauptet wurde. Wir können ja zum Beispiel eine einkommensabhängige Mobilitätsabgabe machen, dass wir über den gleichen Prinzip, was wir an anderen Stellen haben, starke Schultern können, auch mehr tragen und Mobilität kann dadurch jedem zugänglich gemacht werden. Dass wir irgendwelchen Hartz-IV-Leuten, die jetzt 60 oder 70 Euro aus den Taschen ziehen wollen, steht nirgendwo. Wir wollen, dass Mobilität jedem zugänglich ist und wir glauben, dass das auch durch eine solidarische, starke Gemeinschaft bezahlt werden kann. Wir haben bei den Semestertickets in Nordrhein-Westfalen haben die Universitäten in Verhandlungen mit den Verkehrsverbünden das explizit abgemacht, dass zum Beispiel Leute, die sich das nicht leisten können oder Leute, die halt schon durch andere Gründe vom Ticket befreit sind, können individuell verhandeln, dass sie von dieser Umlage befreit werden. Wenn wir als Universitäten, als Universitätsvertretungen das können, als ganz kleine Studierendenvertretungen, warum sollten wir das dann als Land mit den Verbänden nicht auch können? Wir können das schaffen, dass hier eine Mobilität für alle garantiert wird. Wir können das schaffen, dass wenn alle einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass dann auch wirklich für alle ein freier Ticketzugang möglich ist. Ich glaube auch daran, dass wir, wenn wir diesen Anreiz schaffen, dass wir dadurch ja den Verkehrsverbünden eben eine sichere Finanzierung bieten, weil ein gewisses Geld immer, immer reinkommt. Und dadurch schaffen wir eben auch die Anreize, dass dann auch ländlicher Raum, dass auch kleinere Betriebe, kleinere Kommunen besser angebunden werden können. Wir schaffen Anreize dafür, dass der Nahverkehr für alle ausgebaut wird. Und deswegen würde ich euch bitten, stimmt diesem Antrag zu. Dankeschön. Die Kontrarede jetzt von Gisela Nacken, KV Aachen. Ja, liebe Freunde und Freundinnen, der Antrag kommt ja sehr sympathisch daher und ähnliche Anträge beschäftigen uns in Parteitagen, seitdem wir gegründet worden sind. Also ich kann mich erinnern, mein eigener Kreisverband Aachen-Stadt hat in der ersten Euphorie auch beschlossen, wir wollen ein Ticket zum Nullkostenpreis für den ÖPNV. Das ist jetzt hier schon differenzierter, was die grüne Jugend vorbringt, aber zwei Argumente. Das Erste ist, man muss sich mal die Relationen vorstellen, Arndt hat es eben gesagt, was die Finanzierung angeht, was das für ein immense Unterschied ist. Semesterticket kostet einen Studierenden in der Stadt Aachen, ob jetzt FH oder TEA, zehn, zwölf Euro im Monat. Menschen, die täglich von Aachen nach Düsseldorf pendeln, zahlen im Monat 220 Euro. Also das müsst ihr euch mal vorstellen, was das für ein Unterschied ist und dann kriegt man ein gewisses Gefühl dafür, was für ein Finanzvolumen da auf uns zukommen würde, wenn wir das tun würden. Aber das wichtigste Argument ist aus meiner Sicht der ländliche Rahmen. Es kann doch nicht sein, da arbeiten wir natürlich dran, aber im Moment ist es Praxis, neun Uhr, kein Bus, kein Verkehr mehr, kein ÖPNV. Und dann soll ich als ländlicher Mensch den ÖPNV, der rund um die Uhr oder bis zwölf Uhr nachts geht, für den städtischen Raum angehen. Das hat mit Solidarität nichts zu tun. Bitte den Antrag ablehnen. Dankeschön, Gisela. Damit sind wir am Ende der Debatte zu diesem Änderungsantrag. Und ich bitte euch jetzt um das Kartenzeichen, wer dem Änderungsantrag zustimmen möchte. Danke schön. Wer ist gegen den Antrag? Bitte das Zeichen. Dankeschön. Gibt es Enthaltungen? Einige Enthaltungen. Der Antrag ist abgelehnt. Damit kommen wir jetzt zu dem nicht so weitgehenden Antrag zu Zeile 172 von Ralf Lottmann. Ralf, du hast drei Minuten Zeit, den Antrag einzubringen. Rolf Beu wird die Gegenrede halten. Und auch zu diesem Antrag machen wir zwei Pro- und zwei Kontra-Reden. Wenn es denn gewünscht wird, dann könnt ihr eure Redewünsche jetzt einwerfen. Ja, guten Morgen. Ich möchte euch nicht mit derselben Debatte noch mal langweilen, aber ich muss doch mal gegenhalten. Also wir sind angetreten, dass wir neue Konzepte machen. Und ich habe jetzt nicht den Beschluss in der Tasche zu sagen, das ist das Heilmittel. Bitte beschließt das so, wie ich euch das vorschlage. Ich möchte im Grunde, dass wir initiieren als Grüne, dass wir eine Studie erstellen, die eben prüft, welche rechtlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit wir den ÖPNV eben stärken in Form von so einem Bürgerzügel. Ich habe das genannt, Mobilitätskarte NRW. Ich möchte nicht, dass wir uns heute hinstellen und sagen, das geht nicht, ist zu teuer. Das ist doch verrückt. Wir haben die Aussage gerade gehört, dass wir das deswegen nicht wollen, weil es dann zu viel in Anspruch genommen wird. Das ist doch völlig Baller. Ja, deswegen bin ich der Meinung, müssen wir jetzt mal uns mutig hinsetzen und sagen, wir formulieren jetzt gemeinsam, das muss überhaupt nicht mein Antragstext sein, wir formulieren jetzt gemeinsam den Auftrag für eine Studie und sagen, wir wollen gerne ein vernünftiges, öffentlich finanziertes Mobilitätskonzept. Das muss ja nicht komplett kostendeck sein von privater Hand. Da kann die öffentliche Hand ja noch was dazu tun. Das macht man dann gemeinsam. Aber es kann doch nicht sein, dass wir an Formulierungen scheitern. Es kann nicht sein, dass wir an irgendwelchen Kosten scheitern. Wir haben ein ganz massives Problem. Wir wollen die Energiewende voranbringen. Das ist in NRW nicht ganz leicht. Wir haben aber immens viel Verkehr und ganz viele Leute hier, die transportiert werden wollen. Ich habe deswegen da drin, dass man in so einer Studie auch prüft, ob man vielleicht Carsharing-Modelle, Elektromobilität und sowas mit einbringt. Aber bitte, es geht nicht darum, dass ich jetzt einen konkreten Antragstext durchbringen will. Ich will durchbringen und deswegen ändere ich auch gerne meinen Antragstext ab. Ich möchte durchbringen, dass wir eine Studie beauftragen, die die Idee, die hier 90 Prozent der Leute im Raum teilen, so prüft und zu einem solchen Ergebnis kommt, dass wir eine realistische Umsetzungsperspektive haben. Das ist jetzt nicht, dass ich als Rede einen Beitrag vorbereitet hatte. Aber ich stelle fest, dass wir im Grunde ziemlich nah beieinander sind von den Emotionen und von der Sache und dass wir auf der formalen Ebene scheitern. Das kann es nicht sein, erlebe ich bei grünen Zusammenhängen immer wieder. Und ich möchte dafür werben, deswegen mein Antrag, der ist zwar noch nicht lange bekannt, aber ich möchte, dass wir uns mutig hinschauen, sagen wir machen jetzt eine Studie. In der Studie soll geprüft werden, welche Rahmenbedingungen müssen erfüllt sein, welche Auswirkungen hat das und mit dem Impetus, jawohl, das muss eine Lösung geben, die grünes Konzept ist. Ich möchte damit bewirken, dass wir ein tolles grünes Leuchtturmprojekt für uns hinkriegen, das wir später verwirklichen können und das lassen wir gründlich prüfen. Und da bitte ich dafür, dass ihr dem Antrag zustimmt, so eine Studie zu beauftragen. Ich danke ganz herzlich. Dankeschön, Ralf. Rolf Beu mit der Gegenrede. Ich glaube im letzten Art, dass man natürlich im Prinzip dieses Leuchtturmprojekt dann auch tatsächlich haben sollte und man kann glaube ich auch perspektivisch durchaus auch Untersuchungen zu dem Thema machen. Die Untersuchungen sollten aber tatsächlich auch da stattfinden, wo sie tatsächlich in NRW vorgenommen werden müssen, nämlich bei den Aufgabenträgern. Soviel zum Kurzen. Denn wir stehen ja hier letztendlich vor der Frage und ich kann ja nur auf den Antrag eingehen, ein landesweites für jeden Bürger in NRW einheitliche Mobilitätskarte. Dass es hier kein einheitliches Land gibt, weil die Rahmenbedingungen ganz unterschiedlich sind, haben glaube ich beim vorigen Redebeitrag über den anderen Tagesordnungspunkt ja doch durchaus diverse Leute glaubhaft erklärt. Da ein Teil des Landes leidet darunter, dass die Kapazitäten erschöpft sind, dass man gar nicht mehr Bahnen fahren lassen kann, dass man letztendlich die Infrastruktur braucht, dafür die Einnahmen auch tatsächlich regenerieren will, während im anderen Teil des Landes das Angebot zu schlecht ist, dass man da überhaupt einfach nicht sagen kann, dass müssen dieselben Kosten einheitlich dann über das Land gedeckt werden. Unterschiedliche Rahmenbedingungen gibt es. Aber was ist bei Inhalt der Antrag noch? Er heißt auch eine kostendeckende Gebühr. Die kostendeckende Gebühr würde bedeuten, dass die Leute, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, mehr zahlen müssten, wirklich mehr zahlen müssten, weil heute ja noch nicht mal 50 Prozent der Kosten des öffentlichen Verkehrs über die Einnahmen erzielt werden. Es ist so, dass über 50 Prozent teilweise steuerfinanziert sind. Das heißt, wenn ich an anderer Stelle kostendeckende Gebühr, dann verteuere ich letztendlich das Angebot für alle Nutzer. Wir haben es mal bei einer Stadt durchgerissen, eine Stadt mit 400.000 Einwohnern, eine Stadt im Prinzip, die zwischen dem Rheinland und dem Bergischen Land liegt, ohne sie nennen zu können oder nennen zu wollen. Da kam es zu dem Ergebnis, dass so eine Karte, selbst ohne Beteiligung von Carsharing, 30 Euro pro Monat für jeden Bürger vom Baby bis zur Großmutter betrachten würde. Und wenn man dann hingeht und sagt, es soll letztendlich dann nur für jeden sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer sein, dann würde man auf einen Betrag kommen, über 100 Euro. Da kann man doch eher sagen, versuch doch, außer Semestertickets, die Jobticketbedingungen, die sonstigen Bedingungen zu vereinheitlichen, zu vergünstigen. Es ist ein Preis, das ist entscheidend auch für die Nutzung und das heißt, die Preise müssen runter. Vor allem muss die Struktur der Preise und der Tickets vereinheitlich werden. Es kann nicht sein, dass es diverseste Tickets an diversen Grenzen gibt, aber die Einnahmesituation kann nicht zulassen der Fahrgäste sein, dass man ihnen ein Ticket zwangsverordnet, was teurer ist als Semesterticket, das teurer ist als Jobticket und das unter Umständen sogar teurer ist als neue Umwelttickets. Vielen Dank. Danke, Rolf. Wir haben jetzt einmal Pro und Contra gelost. Wir können jetzt keine zweite Runde losen, weil wir keine Frau haben, die für den Änderungsantrag sprechen möchte. Es spricht jetzt für den Änderungsantrag René Heesen und die Kontra-Rede von Sigrun Katscher. René Heesen, KV Viersen und Sigrun Katscher, KV Dortmund. Und jetzt erst die Pro-Rede von René Heesen aus Viersen. Ja, ich bin auch froh, dass der Antrag modifiziert wurde in Richtung einer Studie. In einer Zeit, wo wir von Faktenchecks, von Studien umgeben sind, gilt es auch, grüne Ideen und grüne Konzepte, die potenziell möglich sind, zu erforschen und darüber zu gucken, was kostet es uns und was bringt es. Das Zweite, das Zweite, wo ich darauf hinausgehen möchte, wo gerade schon wieder die Kosten im Raum standen, wir haben, glaube ich, heute Morgen ellenlang darüber diskutiert, wo Gelder Infrastruktur ausbaut, Infrastruktursanierung fließen müssen. Und wir sollten uns eher die Frage stellen, ist es richtig, dass wir veraltete Mobilitätskonzepte wie Autobahnen, innerstädtische Autobahnen und so weiter und so fort fördern, ob das Geld sinnvoller für eine breitere Empfängergruppe eben zur Verfügung stellen und das lieber dort einsetzen. Weil wenn man sich insbesondere auf kommunaler Ebene die Bauetats für Straßen und gleichzeitig die Abgaben etc. pp. für ÖPNV anguckt, merkt man ein großes Defizit eben an dem Bespür für die Effizienz in der Mobilität. Danke. Mobilität ist für alle wichtig. Aber ich möchte selber entscheiden, welches Verkehrsmittel ich wähle. Okay, dann fange ich nochmal von vorne an. Mobilität ist wichtig, aber ich möchte selber entscheiden, für welches Verkehrsmittel ich wähle. Manchmal habe ich gar nicht die Wahl. Auf dem Land gibt es kaum oder nur sehr eingeschränkten ÖPNV. Morgens hin, abends zurück, am Wochenende bleibe ich zu Hause. Einige Städte haben jetzt schon Kapazitätsprobleme. Nicht wenige Schüler kommen morgens wieder Fahrkarte und pünktlich zur Bushaltestelle, werden aber nicht in die Schule befördert, weil sie leider vor dem Bus stehen bleiben müssen. Nicht für alle ist der öffentliche ÖPNV nutzbar. Aufzüge fehlen, Rolltreppen sind kaputt, kein Platz für Kinderwagen, Rollatoren oder Fahrrad. Von E-Roll ist ganz zu schweigen. Der EPNV schafft es heute nicht, die Rahmenbedingungen fehlen. Die Mobilitätskarte soll für alle gemeldeten Bürger in NRW gelten. Den Wohnungs- und Obdachlosen lassen wir es gar nicht rein, weil sie ja gar nicht gemeldet sind. Aber gerade im Winter, wo es sehr kalt ist, haben sich einige darauf geeinigt, dass sie doch diese Obdachlosen und Wohnungslosen umsonst mit den ÖPNV fahren lassen, damit sie nicht erfrieren. Diese Möglichkeit hätten sie da nicht mehr. Alten und behinderten Bewohner, die im Bett liegen oder die es gar nicht ertragen können, in den ÖPNV zu fahren, müssten auch zahlen, obwohl sie davon gar keinen Nutzen hätten. Für Säuglinge und Kleinkinder ist der ÖPNV zurzeit kostenfrei. Auf einmal sollen sie zahlen. Wollen wir nicht Familien und insbesondere Kinder unterstützen? Sieht so eine Unterstützung aus? Dies wird für Familien sehr teuer. Wird der Familienausflug mit ÖPNV in Zukunft gar nicht mehr möglich sein? Brauchen wir überhaupt eine Mobilitätskarte in NRW? Die Gewinne werden im Nahverkehr gemacht und im Vererbenverkehr werden sie subventioniert. Liebe Freunde, ich bitte euch, gegen diesen Antrag zu entscheiden. Ich habe euch genügend Argumente dagegen geliefert. So, wir haben jetzt doch noch zwei Beiträge, einmal pro, einmal kontra. Pro Reden wird Ursula Dreyer vom KV Bochum und die Gegenrede kontra und Glocke vom KV Köln. Ursula Dreyer bitte. Hallo, mein Name ist Ursula Dreyer vom KV Bochum. Es gibt eigentlich nur einen Grund, dass ich jetzt für diese Studie rede. Die Studie soll ergebnisoffen sein. Das heißt, wir wollen eine Vision, erst mal, wir wollen eine Vision entwickeln. Das wollen wir als Grüne. Wir wollen nicht mit fertigen Lösungen da jetzt rangehen, sondern wir haben etwas, wie die grüne Jugend auch gesagt hat, eine Idee, wie es sein sollte, wie es wünschenswert ist. Ich habe jetzt ganz viele Gründe dagegen gehört. Erstens, die Kapazität ist auf dem Land noch nicht genug ausgebaut. Richtig. Es würde insgesamt zu teuer werden. Auch richtig. Aber eine Studie soll doch diese ganzen Dinge mitbedenken und gucken, kann es nicht eine Lösung geben? Sollten wir uns das total verbauen? Jetzt schon? Danke. Dankeschön. Und jetzt? Die Gegenrede? Ja, sorry. Wir waren jetzt gerade noch im Gespräch. Es ist jetzt auch so eine, also schon Gegenrede gegen den Antrag, so wie er vorliegt. Aber wir haben jetzt miteinander überlegt, auch mit dem Antragsteller, weil wir diesen Impuls auch gerne aufgreifen wollen und über Mobilitätskarten, Mobilitätsangebote auch diskutieren wollen. Es gibt ja auch Beispiele in den Verbünden. Die Rheinbahn in Düsseldorf hat eine solche Mobilitätskarte ja im letzten Herbst an den Start gebracht, also auch als Angebot sozusagen, gleichzeitig mit dem Rheinbahnticket Carsharing zu nutzen, Call a Bike zu nutzen, entsprechende Zugänge auch zu haben, dass wir eine Veranstaltung machen, Fachveranstaltung als Landtagsfraktion, dass wir uns die verschiedenen Gutachten auch nochmal kommen lassen, dass wir das offen diskutieren. Auch Best-Practice-Beispiele. Es gibt ja in wenigen, aber einigen Städten, Süddeutschland, der Boris Palmer sitzt da gerade in einem Konzept. Es gibt auch bei verschiedenen Mobilitätsanbietern Überlegungen, dass man das mal alles zusammenführt in einem Kongress, in einer Fachveranstaltung, die Sachen auswertet. Deswegen würde ich eher vorschlagen, dass man den Antrag jetzt nicht konträr abstimmt, sondern überweist in die Landtagsfraktion, dass wir auch bei nächster Gelegenheit, wenn wir das gemacht haben, LPR oder LDK entsprechend berichten werden und dass wir das jetzt sozusagen nicht Ja oder Nein abstimmen, sondern dass wir das als Arbeitsauftrag mit in die Landtagsfraktion nehmen. Wenn das eure Zustimmung finden würde, dann müsste der Ralf jetzt auch was zu sagen. Ich habe das mit dem Rainer Pricken abgesprochen. Ich habe das mit Rolf eben kurz geschlossen. Also das wäre sozusagen unser Angebot oder unser Vorschlag an euch. Okay, dann hat das ja jetzt noch eine Wendung genommen. Insofern ist der Antrag jetzt überwiesen worden an die Landtagsfraktion und an die LAG Verkehr, die das Weitere dann beraten sollen. Es ist jetzt dann keine Abstimmung mehr nötig und wir kommen damit zum nächsten Änderungsantrag. Den findet ihr in Zeite 201 von Werner Ignatowicz und anderen. Werner wird die Einbringungsrede halten und Arndt wird dann die Gegenrede halten. Du hast drei Minuten. Ja, hallo liebe Freundinnen und Freunde. Mein Name ist Werner Ignatowicz. Ich komme aus dem KV Euskirchen. Ich bin gerne grünes Mitglied und außerdem seit Jahren aktiv beim Fahrgastverband Pro Bahn. Beschäftige mich da deswegen auch mit Verkehrspolitik und freue mich sehr, dass Mobilität hier bei dieser Landesdelegiertenkonferenz unser Thema ist. Ich möchte allen danken, die an dem großen Leitantrag mitgearbeitet haben. Ich finde ihn insgesamt gut. Ich bin nur im Forderungsabschnitt für eine angemessene Nutzerfinanzierung bin ich über etwas gestolpert. Und zwar geht es da um die Ausweitung der Lkw-Maut auf Landstraßen und auf kleinere Sprinterfahrzeuge. Das finde ich gut und richtig. In einem Nebensatz wird allerdings formuliert, eine PKW-Maut wird also ausgeschlossen, weil sie nicht zielführend sei. Ich finde das nicht richtig, denn eine PKW-Maut kann man durchaus kontrovers diskutieren. Wir haben mit 13.000 Kilometern Autobahn das drittlängste Autobahnnetz der Welt in Deutschland und das komfortabelste dazu. Alle 30 Kilometer gibt es einen Rastplatz, habe ich gerade heute Morgen im Radio gehört. Man kann also das Für und Wider einer PKW-Maut lange kontrovers diskutieren. Das will ich aber gar nicht. Ich möchte nur, dass wir uns in diesem ansonsten sehr guten Antrag nicht mit einem Nebensatz dazu äußern und mit einem Nebensatz einer PKW-Maut sei nicht zielführend, diese ausschließen und dass es nachher heißt, wenn es dann doch wieder diskutiert wird, die Grünen haben was versprochen, aber dann doch gebrochen. Lasst uns diesen Passus streichen und deswegen bitte ich euch, diesem Änderungsantrag zuzustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Und jetzt hat Arndt Glocki das Wort. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben als NRW-Grüne uns immer klar gegen eine PKW-Maut ausgesprochen, aus folgendem Grund. Einmal ist sie aus Sozialperspektive, wenn wir über eine Vignettenlösung reden, sozusagen als das, wie wir das auch beispielsweise aus der Schweiz kennen, sehr bedenklich. Wir haben in Nordrhein-Westfalen ja auch eine sehr spezielle Situation. Viele Autobahnen hier im Land sind innerörtliche Straßen. Mich wundert nicht, dass Herr Ramsauer sozusagen das für Bayern vorschlägt, wo es drei, vier zentrale Autobahnen quer durchs Land gibt, aber wo man nicht täglich darauf angewiesen ist, wenn man denn mit dem Automobil ist, entsprechende Autobahnen zu nutzen. Ganz anders ist es hier in Nordrhein-Westfalen in den Ballungsregionen. Wenn ich mir das Ruhrgebiet angucke mit der A40, A52, wenn ich mir Düsseldorf, Köln, Bonn etc. angucke, da ist man täglich, wenn man mit dem Auto denn mobil ist oder sein will, darauf angewiesen, über Teilstücke der Autobahn zu fahren. Das heißt, uns würde das entsprechend deutlich treffen, aber es würde uns nicht den entsprechenden Benefit bringen, der über eine zusätzliche Einnahme einer Pkw-Maut notwendig ist, um hier entsprechende Investitionen auch zu lenken. Wir sagen ganz klar, wir wollen eine Ausweitung der Lkw-Maut. Alle Studien besagen, 95 bis 98 Prozent der Straßenschäden werden durch Lkw-Maut verursacht. Die Lkw-Maut sollen auch für das aufkommen, was sie hier auf unseren Straßen anrichten. Deswegen sagen wir als Landesregierung ganz klar, wir wollen ab 3,5 Tonnen auf allen Straßen ohne Ausnahme, dann braucht man auch nicht diesen ganzen Toll-Collect-Quatsch mit diesen ganzen Stationen. Das muss man sich auch unter datenschutzrechtlicher Perspektive ja sehr kritisch angucken. Sondern wir wollen, dass Lkw-Maut eine entsprechende Abgabe zahlen. Und was wir zusagen, wir hatten jetzt viele Diskussionen schon, auch kritische Diskussionen mit Spediteuren und IHKern, was für uns ganz klar ist, wenn es eine ausgeweitete Lkw-Maut gibt, dann muss es in einen Fonds eingezahlt werden, wo ganz klar ist, aus diesem Fonds wird 1 zu 1 in Erhalt von Verkehrsinfrastruktur finanziert. Die Sorge ist ja da bei vielen Unternehmerinnen und Unternehmern, dass sie zusätzlich Abgaben zahlen müssen, die dann in den allgemeinen Haushalt fließen und da alles Mögliche daraus finanziert wird. Da sagen wir ganz klar, nein, Fondslösung, auch nicht haushaltsjahresmäßig gebunden, aber Ausweitung Lkw-Maut und bei einer Pkw-Maut, nein, mit dem Blick sozusagen, was das für Nordrhein-Westfalen bedeuten würde und weil das aus sozialpolitischer Perspektive für unsere Mobilität nicht notwendig ist und auch nicht zuträglich ist und weil wir die Einnahmen, die wir da erzielen, auch hier nicht vernünftig entsprechend in unser System investieren könnten. Deswegen bitte ich euch, den Antrag abzulehnen oder beziehungsweise den Antrag in der jetzigen Form vom Landesvorstand vorgeschlagen anzunehmen und nicht die Änderung, die der Werner beantragt hat, also diesen Halbsatz aus dem Antrag rauszunehmen. Dank Arndt. Es gibt keine Pro- und Contra-Reden, somit kommen wir gleich in die Abstimmung. Wer stimmt dem Änderungsantrag zu? Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Danke. Der Antrag ist somit abgelehnt. Dann kommen wir gleich, wir haben jetzt keine weiteren Änderungsanträge, die stützig sind, das heißt, wir kommen in die Schlussabstimmung. Wer stimmt jetzt dem Antrag M1 zu? Das ist der Leitantrag. Danke. Wer stimmt dagegen? Danke. Wer enthält sich? Mit einer Enthaltung somit angenommen. Hier im Präsidium gibt es jetzt einen Wechsel. Wir brauchen ein paar Minuten, dann sind wir gleich wieder da. Das ist der Leitantrag. Kein Delegierter mehr Sven? Kein Delegierter mehr Sven? Vielen Dank. Wir beginnen mit S1, Landesschiedsgericht, Neufassung der Landesschiedsgerichtsordnung, kurz zum Verfahren. Der Antrag wird eingebracht von Barbara Nagui. Dann hatten wir drei Änderungsanträge. Wir werden S1 66 und S1 146 befassen und abstimmen. Der S1 235 ist modifiziert übernommen. Das werden wir euch dann noch vorlesen und darstellen. Zunächst bitte ich Barbara Nagui vom KV Ruppertal, den Antrag einzubringen. Das sind sieben Minuten. Die Landesschiedsgerichtsordnung ist für die meisten ein Text von sperrigem Ausmaß, trocken unverständlich und wenig spannend. Und jetzt sogar um diese Uhrzeit sowieso, nachdem wir eigentlich jetzt schon fertig sein wollten. Aber ich will euch trotzdem versuchen, die folgenden sieben Minuten diesen Text mit 21 Paragraphen möglichst nahe zu bringen. Und auch zu einem Zeitpunkt und nicht erst dann, wenn eigentlich gar nichts mehr geht. Wir als euer Landesschiedsgericht möchten euch diese neu konzipierte Ordnung vorstellen und bitten auch um eure Zustimmung. Im Vorfeld war es ein langer Prozess, bis wir diesen Text neu konzipiert haben. Und es hat ungefähr ein halbes Jahr gedauert, bis er in der jetzigen Form zusammengekommen ist. Diese neue Landesschiedsgerichtsordnung ist notwendig geworden, weil die bisher gültige Form im Ursprung aus dem Jahr 1994 stammt und letztmalig überarbeitet 2008 ganz schön in die Jahre gekommen ist. Und auch den heutigen Erfordernissen, wie sich unsere praktische Arbeit gezeigt hat, nicht mehr gewachsen war. Bei den Verhandlungen bzw. auch bei der Arbeitsaufteilung hat sich gezeigt, dass so manches nicht eindeutig geregelt war. Und diese Lücken sollten jetzt unbedingt geschlossen werden. Nach unseren Vorstellungen sollte diese neue Landesschiedsgerichtsordnung vor allen Dingen transparent, übersichtlich und verständlich sein. Der Umfang und die Überschriften haben sich im Wesentlichen nicht geändert. Aber ihr werdet, wenn ihr diese neue Landesschiedsgerichtsordnung durchblättert, schon mit der Struktur und der Anordnung der Paragraphen durch den Ablauf eines Verfahrens geführt. Was sich im Wesentlichen geändert hat und neu ist, sind die Regelungen zu den Mitgliedern des Landesschiedsgerichts. Neben einer Vorsitzenden gibt es jetzt fünf weitere gleichberechtigte Mitglieder, nicht wie bisher zwei, um auch den Arbeitsaufwand für die Mitglieder, die ehrenamtlich tätig sind, in einem erträglichen Maß zu halten. Das findet ihr dann in Paragraph 2. Eine weitere Neuerung sind die bisherigen Vorgehensweisen von Beisitzern, benannt durch die Antragsteller und Antragsgegner. Das hat sich in der Praxis als wenig hilfreich erwiesen und wird zukünftig so nicht mehr praktiziert werden. Das Grundproblem bei den Beisitzern war, dass die von den Parteien benannten Personen die gegenüber der gegnerischen Partei erforderliche Neutralität nicht gewährleisten konnten. Wie schon zuvor, nur jetzt an anderer Stelle angeordnet, wird unterschieden zwischen drei Verfahrensarten. Das wohl wichtigste ist das Schlichtungsverfahren. Darauf legen wir auch erheblichen Wert. Das Schlichtungsverfahren unter Beteiligung eines der Mitglieder des Landesschiedsgerichts ist Angebot an die Parteien, in dem versucht wird, den Konflikt beizulegen, ohne groß Geschirr zu zerschlagen. Es ist aber nicht mehr wie bisher dem eigentlich streitigen Verfahren obligatorisch vorgestaltet. Aber wir legen trotzdem höchsten Wert darauf, bevor wir überhaupt in eine Verhandlung gehen wollen. Als nächstes gibt es das Parteiordnungsverfahren, § 7, und dann noch die sonstigen Verfahren, § 8, die die Feststellung, so zum Beispiel auch die Rechtmäßigkeit eines Satzungsbeschlusses behandeln. Die Schlüssel beim Schiedsgerichtsverfahren, und das ist wesentlich, wenn ihr euch an uns wenden wollt, sind der § 4 die Zuständigkeit und § 5 der Antrag. § 4 beschreibt explizit, für welche Angelegenheiten das Landesschiedsgericht grundsätzlich zuständig ist und wer sich an das Landesschiedsgericht wenden kann. Das Landesschiedsgericht ist zuständig für Streitigkeiten innerhalb des Landesverbandes NRW, die von Bedeutung sind für das Parteiinteresse. Also wir sind eine politische Institution und durch die Parteiinteressen, die berührt werden, sehr wichtig. Das Landesschiedsgericht ist erste Instanz, wenn es unterhalb der Landesebene in den Gebietsverbänden keine eigenen Schiedsgerichte gibt. Es kann aber auch zweite Instanz sein, wenn dies der Fall ist. § 5, also der schriftliche Antrag ist auch sehr entscheidend, muss zwingend schriftlich erfolgen, dass wir überhaupt tätig werden, und beschreibt explizit, welchen Personenpreis und die Parteiorgane, die einen gültigen Antrag stellen können. Der Antrag muss in Schriftform abgefasst sein, den Antragsteller, Antragsgegner benennen, eine Beschreibung des Sachbehalts beinhalten und entsprechende Beweismittel aufführen und vor allen Dingen auch gültige Adressen und Kontaktdaten müssen vorhanden sein. Ich gehe hier nicht auf alle Paragrafen ein, das wäre zu lang und auch mit den sieben Minuten nicht machbar, und ich richte mein Augenmerk auf zentrale Bereiche wie das Parteiordnungsverfahren, das in Folge einen Parteiausschluss verhängen kann. Die Gründe für den Parteiausschluss können wir nicht bestimmen und sind im Wortlaut aus dem Parteiengesetz § 10 übernommen worden. Die sonstigen Verfahren in § 8 ist dann wichtig. Hierbei ist das Landesschiedsgericht in einem Verfahren, für uns ist nur das wichtig und Entscheidungsgrundlage, was durch die Beteiligten in dem Verfahren, nicht was schriftlich vorher mitgeteilt wurde, in dem Verfahren mündlich vorgetragen wird und die jeweiligen Formulierungen auch der Anträge. Deshalb sollten die Antragsteller und Antragsgegner, wenn es dazu kommen sollte, besonderes Augenmerk auf diesen Teil der Vorbereitung legen. Die Verhandlungen sind parteiöffentlich und werden auch protokolliert. Die Beratung des Landesschiedsgerichts über das jeweilige Verfahrensausgang ist natürlich nicht öffentlich. Im Weiteren findet ihr in der Beschreibung des Verhandlungsablaufes, Paragraf 11 und 12, die Möglichkeit, Mitglieder des Landesschiedsgerichts wegen Befangenheit abzulehnen und über Mitwirkungspflichten der Verfahrensbeteiligten und der Zeuginnen, sowie die Möglichkeit eines Alleinentscheides auch durch unsere Vorsitzende. In besonderen Fällen, wenn man ein reguläres Verfahren nicht abwarten kann, kann das Landesschiedsgericht auf Antrag eine einstweilige Anordnung erlassen. Diese Entscheidung kann auch durch ein einzelnes Mitglied des Landesschiedsgerichts getroffen werden. Es besteht das Rechtsmittel der Beschwerde, aber ohne, dass das dann aufschiebende Wirkung bedeutet. Sachentscheidungen des Landesschiedsgerichts können durch das Bundesschiedsgericht überprüft werden. Gegen diese Beschlüsse hingegen sind keine Rechtsmittel möglich. Ein oft gestellter Fragenkomplex sind die Kostenübernahmen. Grundsätzlich werden Kosten auf Antrag, ebenfalls auch ohne Antrag, übernommen. Dies betrifft die Kosten eines Rechtsbeistands und weitere durch das Verfahren veranlasste Kosten. Zum Schluss eine Bemerkung von uns in eigener Sache. Es ist schon klar, dass uns die liebsten Anträge sind für uns, die keiner stellt. Denn Konflikte müssen im Grundsatz dort gelöst werden, wo sie entstehen. Wir entscheiden nur nach den Möglichkeiten der Landesschiedsgerichtsordnung, nicht mehr und nicht weniger. Vor einer Antragstellung sollten alle Möglichkeiten einer Einigung ohne uns, ohne das Schiedsgericht ausgelotet werden. Die Energie, die für solch ein Verfahren im Landesschiedsgericht aufgewendet wird, sollte besser in die politische Arbeit einfließen. Wir wissen, dass die Schiedsgerichtsordnung auch mit dem Antrag der beigefügten Erläuterung ein schwer verständlicher juristischer Text ist. Wir wollen daher sehr bald eine Handreichung oder, wie man auch sagt, FAQs erstellen, in der wir die Funktionsweise einschließlich der Verfahrensarten in auch für Nicht-Juristen nachvollziehbarer Weise erklären. Und hiermit möchte ich euch, und ich hoffe, ich konnte euch in Kurzem darlegen, was unsere Arbeit ist, Danke sagen für die Aufmerksamkeit und bitte um die Zustimmung im Namen von uns Sechsen, das sind Jellis, das sind Kira, das sind Frank, Sebastian, Janina und ich. Vielen Dank. Vielen Dank, Barbara. Die Änderungsanträge S166, S146, dazu wird René Hesen von Kavafösen im Viersten sprechen. Ja, Viersten wird öfters mal gesagt, heißt aber wirklich Viersten. Und zwar, wir haben aus eigener Erfahrung und jetzt dem überraschenden Aufkommen diesen neuen Vorschlag zur Landesschiedsgerichtsordnung uns Gedanken gemacht, hätten es wahrscheinlich sonst unter Formalie abgepackt. Und uns ist, aus dem praktischen Betrieb sind uns zwei Sachen aufgefallen, und zwar, die Landesschiedsgerichtsordnung weist Unsicherheiten für die Basis auf. Und daher sind auch von unserer Basis Anträge gekommen, zwei Stück. Und der erste, der S166, der behandelt eben die sogenannten Ausschlussfristen. Das heißt, man kann nicht unbegrenzt nach allem klagen. Wir brauchen Sicherheit für die Kreisvorstände, für die Ortsvorstände. Und da sagen wir ganz eindeutig, wer vier Wochen nach einer Veranstaltung kein Misstrauen, beziehungsweise kein Antrag gegen diese Veranstaltung gestellt hat, sollte dann auch Ruhe sein, da sollte dann Rechtsfrieden herrschen, damit diese Leute ganz einfach normal arbeiten können. Natürlich, die Praxis hat gezeigt, unter anderem bei uns im Kreisverband, dass teils nach einem halben Jahr Leute, weil denen zur Zwischenzeit irgendwas nicht passt, irgendeine fadenscheinige Formulierung hervorheben, beziehungsweise rauspicken, um den Vorstand und die Arbeit des Kreisverbandes lahmzulegen, de facto. Wir aus dem Kreisverband Viersen wissen, was es heißt, ein Vierteljahr sich nur auf ein Schiedsgerichtsverfahren konzentrieren zu müssen. Wir wollen inhaltlich arbeiten und deshalb wollen wir einen Rechtsfrieden haben, wo ein Vorstand arbeiten kann. Es wird, denke ich, gleich natürlich das Argument kommen, von wegen, das Landesschiedsgericht arbeitet natürlich ehrenamtlich. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber die Leute, die da direkt von betroffen sind, das sind die Ehrenamtler, das ist die Basis vor Ort, die uns inhaltlich nach vorne bringt, die unsere Diskussion inhaltlich beleben soll. Und liebe Freunde und Freunde, lasst nicht zu viel Zeit verschwenden auf diese Formalia und auf innerparteiliche Schiedsverfahren. Vielen Dank. Danke. Die Gegenrede, Herr Bauer-Ranagel. Also der René hat sich ja jetzt auf den Antrag von Andreas Sonntag bezogen, das nehme ich jetzt so an. Ja, das war der? Nein? Von Monika Schütz-Madré? Okay. Grundsätzlich gibt es dazu zu sagen, dass Fristen, wie sie hier gewünscht werden, also grundsätzlich erst mal vorweggeschoben, diese Anträge, die jetzt kommen, die sich über Fristen befassen, müssen abgelehnt werden. Und das werde ich dann im Folgenden erläutern. Einen Antrag haben wir modifiziert übernommen. Wir sind gegen diese Fristenregelungen, weil sie zwar formell Rechtssicherheit darstellen mögen, wie René es wohl auch gesagt hat, aber sie im Zweifel auf Kosten der, wie es im Juristendeutsch heißt, der materiellen Gerechtigkeit geht, sprich die basisdemokratischen Rechte werden eingeschränkt. Diese Fristen überhaupt von vier Wochen kennt man im Rechtsgebilden eigentlich nur im Verwaltungsrecht und im Aktienrecht. Und da finde ich es auch sinnvoll, in diesem Geschäftsbereich mit diesen Fristen zu arbeiten. Aber ein Schiedsgericht, wie wir es sind, ist keine hochprofessionelle Aktiengesellschaft, sondern eben eine schlichte Untergruppierung eines Vereins und zugeordnet dem Vereinsrecht. Und hier gibt es keine gesetzlichen Fristen, sondern wir sind dem Satzungsrecht gebunden. Und jetzt stellen wir uns mal vor, so ein ganzer Klassiker, der dann so vom Verfahren vorkommt, ist, wir sind Mitglied, es findet MV statt, wir sind Mitglied und sind nicht anständig eingeladen worden. Wie immer auch das sein mag, ob Schüsseligkeit oder andere Gründe der Geschäftsführung, aber wir sind nicht eingeladen. Dann kommt es im Zweifel auch, dann bekommt man im Zweifel also nicht mit, was so in so einer Versammlung beschlossen wurde. Und dann soll noch nach einem Monat für mich selbst oder für euch, die ihr in der Lage sein könnt, einfach finito sein. Ihr könnt also absolut nichts mehr dagegen unternehmen und habt auch keine Rechtsmittel und könnt euch auch schließlich nicht an uns wenden, unabhängig davon, wann überhaupt man das auch erfährt. Es stellt euch also, stellt euch vor, ihr werdet das und ihr habt keine Möglichkeit, ihr werdet einfach ausgeschlossen. Und es ist ja auch so, dass diese Mitgliederversammlungen nicht öffentlich ausgeschrieben werden müssen. Also man hat keine andere Möglichkeit, als über eine Einladung zu erfahren. Es gibt keinen Bundesanzeiger oder irgendwas anderes, wo man es erfahren könnte. Ein letztes Argument, ich weiß, es klingelt schon wieder. Ein letztes Argument wäre dann, ganz entscheidend ist dann für uns auch dieses Landesschiedsgericht, wie wir es sind. Wir sind politisch. Und der Gang zum Landesschiedsgericht sollte nur gewählt werden, wenn also politisch nichts mehr klappt, um es mal ganz salopp auszudrücken. Und Politik ist eben etwas, was Zeit braucht. Zeit auch für Aufregung und für Abregung, für Diskussionen, für Dazulernen und auch eben aus diesem kriselnden Miteinander neue, bessere Beschlüsse zu fassen. Und mit solch einer Monatsfrist verbaut man all diese Möglichkeiten unnötigerweise. Und diese Frist wirkt praktisch wie ein Maulkorb. Und man möchte hier auf Kosten von basisdemokratischen Werten eine Frist durchdrücken. Das können wir alle nicht unbedingt wollen. Also ich bitte euch, diesen Antrag abzulehnen. Danke, Barbara. Gut, dann möchte ich jetzt über den S166 abstimmen und bitte um euer Kartenzeichen. Wer dem Änderungsantrag zustimmt, bitte ich die um das Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Damit ist der Antrag deutlich abgelehnt. Wir kommen zum Änderungsantrag S146. Wer dem Änderungsantrag zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. Wer ist dagegen? Enthaltungen? Mehrheitlich abgelehnt. Der Antrag S1 235 von Jochen Schaumburg und anderen wurde modifiziert übernommen. Das sollte jetzt eingeblendet werden. Und zwar sollte wie folgt ergänzt werden, erste Zeile 236 vor das Wort ergänzen, wird die Ordnung S1 eingefügt. Und nach Zeile 239 folgender Absatz eingefügt. Die zwei Entscheidungen des Landesschiedsgerichts von grundsätzlicher Bedeutung sind, in anonymisierter Form den Mitgliedern und von Bündnis 90 die Grünen zugänglich zu machen, sofern berechtigte Interessen der am Verfahren Beteiligten nicht entgegenstehen. Einzelheiten der Veröffentlichung regeln die Geschäftsordnung. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung über S1 mit dieser modifizierten Übernahme. Wer dem zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. Danke. Gegenstimmen? Keine Enthaltungen? Bei wenigen Enthaltungen so angenommen. Schön. Ihr Lieben, ein Blick auf die Uhr zeigt euch, dass wir kurz nach halb zwei haben. Wir haben eigentlich mit der Aussendung euch vorgeschlagen, die Versammlung in halb zwei zu verenden. Wir haben heute Morgen gesagt, dass wir bis zwei Uhr tagen. Ihr seht, wir sind noch mitten in der Beratung der Satzungsänderungsanträge und haben im Anschluss darauf noch V-Anträge. Wir möchten euch von hier vorne keinen Vorschlag machen, wie wir dazu verfahren. Ich würde jetzt aber abstimmen lassen, ob wir die Versammlung gegen 14 Uhr nach der abschließenden Beratung des Tops, der dann gerade beraten wird, schließen. Oder ob wir über die V-Anträge beraten sollen heute hier. Ich würde jetzt abstimmen lassen, wer dafür ist, die Versammlung um 14 Uhr zu beenden. Also die V-Anträge würden dann, entschuldige, und das erläutere ich vielleicht noch mal kurz, die V-Anträge würden dann auf den nächsten Landesparteirat überwiesen und dort behandelt. Das wäre das Verfahren, das dann üblich wäre. Okay, wer wäre dafür, um die Versammlung um 14 Uhr zu beenden? Dann bitte ich jetzt um das Kartenzeichen. Danke. Gegenstimmen? Danke. Enthaltung? Danke. Leider ist es wieder so, dass wir von hier oben nicht so einsehen können, was die Mehrheit hat. Ich würde euch bitten, einmal aufzustehen. Also wer dafür ist, um 14 Uhr zu beenden, steht jetzt einmal auf. Vielen Dank. Die Gegenprobe bitte. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Ordnung halber einmal noch die Enthaltungen, die können aber sitzen bleiben, die fahren nicht zu viele. Danke. Damit werden wir weiter beraten heute. Die V-Anträge werden beraten. Okay, dann kommen wir nun zu S2. Änderung von § 8 Absatz 8 der Finanzordnung von Sven Lehmann ein. Entschuldigung. Monika Düker, fünf Minuten. Dankeschön. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich denke, ich kann das Anliegen auch in kürzerer Zeit rüberbringen. Es geht um eine Änderung der Finanzordnung, in der bislang stand, dass Erstattungsanträge innerhalb von drei Monaten eingereicht werden sollen, zeitnah eingereicht werden sollen. Leider ist es bei uns in der Landesgeschäftsstelle, und da haben wir eine sehr ernstzunehmende Überlastungsanzeige von den Mitarbeiterinnen und Kolleginnen in der Buchhaltung bekommen. Inzwischen usus, dass ungefähr die Hälfte aller Erstattungsanträge, das sind vor allen Dingen Fahrtkosten, Erstattungsanträge für BAG-Teilnahmen und andere Dinge aus den LAGen, dass diese Erstattungsanträge die Hälfte alle im Dezember und im Januar kommen, und zwar in den Monaten, wo Jahresabschluss ist, Prüfungen ins Haus anstehen, und dann da wirklich Land unter ist und im Januar dann wahnsinnig viel abgearbeitet werden muss aus dem Vorjahr. Das ist a, aus zwei Gründen eine schwierige Situation, was auch unsere Wirtschaftsprüfer kritisiert haben mittlerweile, auch da haben wir schon Kritik gehört. Das eine ist, und das ist der Hauptgrund, dass wir überhaupt damit keinen Überblick über eine vernünfte, effiziente Haushaltskontrolle haben, weil wir ja gar nicht wissen, wie dieser Titel sich entwickelt, und das muss Haushaltsklarheit, Haushaltswahlheit ja auch irgendwie überwacht werden. Das ist für uns eine Blackbox sozusagen durch diese Verdichtung, und das Zweite ist einfach, dass hier, ja, das sage ich jetzt auch einfach mal als Arbeitgeberin, hier da verdichtet Arbeitszeiten anfangen, die wir nicht durch Aushilfen abdecken können, weil bis die sich eingearbeitet haben, ist dann die Zeit schon wieder rum. Also bitte ich euch um eine pragmatische, für uns zumutbare Regelung, dass spätestens drei Monate, nachdem Kosten angefallen sind, drei Monate spätestens danach bitte die Anträge auch eingereicht werden und dann abgerechnet werden können, damit sich das etwas entzerrt. Wir halten das für zumutbar und hoffen, dass das eure Zustimmung findet. Und wie gesagt, sonst würden wir auch, glaube ich, bald mit unseren Wirtschaftsprüfern ein paar Probleme kriegen, und hier wollen wir doch auch korrekt bleiben, wie wir da ja auch in der Vergangenheit immer sehr korrekt waren. Dankeschön für eure Zustimmung. Vielen Dank, Monika, dann können wir darüber abstimmen. Wer dem Antrag S2 zustimmt, dann bitte ich um das Kartenzeichen. Danke, Gegenstimmen? Wenige Enthaltungen? Auch bei wenigen Enthaltungen wurde dem Antrag zugestimmt. Vielen Dank. Aus Zeitgründen würden wir die Verlosung heute nicht mehr machen, sondern es wird in der LGS ausgelost werden und die Gewinnerinnen und Gewinner werden dann informiert. Gut, dann gehe ich jetzt weiter. Und wir machen direkt weiter mit dem Antrag S3. Da geht es um die Bezirksverbände. Wir würden euch heute das Verfahren vorschlagen, dass der Antrag gleich eingebracht wird. Dann erfolgt eine Gegenrede. Danach haben wir vorgesehen, eine Pro-Contra-Debatte mit jeweils einem Pro- und einem Contra-Beitrag. Und es ist heute Morgen noch ein Änderungsantrag eingegangen, den wir euch dann nach der Debatte einblenden werden und der dann auch noch beraten wird. Vorgestellt wird der S3 nun von Adrian Morg aus dem KV Uller. Und Adrian, du bist schon da und hast du das Wort. Danke. Liebe Freundinnen und Freunde, heute Morgen bei Sonnenaufgang war ich bei meinen Bienen am Bienenstand und dachte, das ist ein herrlicher Tag. Ich weiß, einige von euch hatten da noch etwas vom gestrigen Abend noch Schwierigkeiten, so früh aufzusehen. Ich fand es einen herrlichen Tag und dachte dann bei mir, so und gleich bist du dann wieder hier in der Halle. Und dann dachte ich, das ist doch ein schönes Bild. Genauso wie bei meinen Bienen sitzen wir hier, eng zusammengedrängt sind Bienen fleißig und wollen eigentlich nur das Gute nachher in die Welt hinausbringen. Und ich dachte, das ist ein gutes Bild. Und ich freue mich jetzt heute ganz besonders hier vor euch zu stehen und diesen Antrag einzubringen. Denn vor elf Jahren, genau hier nebenan ein Gebäude weiter, haben neun Kreisverbände aus Westfalen den Bezirksverband Westfalen gegründet. Die Bündnisgrüne Partei hat seitdem einen erheblichen Bedeutungszuwachs erfahren. Wir sind wieder einmal Regierungspartei, aber noch viel mehr. Wir haben noch nie so viele Mandate gehabt wie jetzt. Es gibt grüne Bürgermeister in anderen Bundesländern, grüne Oberbürgermeister. Wir haben einen grünen Regierungsministerpräsidenten. Aber noch wichtiger für uns, dass unsere Themen in der Mitte der gesellschaftlichen Debatte angekommen sind. Insbesondere, dass der Atomausstieg begonnen wurde und die Energiewende eingeleitet wurde. Das alles hat unsere Partei verändert. Verena Schäffer sprach gestern davon, wir haben uns thematisch breiter aufgestellt. Und wenn wir morgen miteinander vor Ort in den Wahlkampf ziehen, dann werden wir angesprochen. Auf die Energiewende, aber auch auf viele andere Themen, die die Menschen vor Ort bewegen. Und das ist dann ganz im Sinne des alten Leitmotivs der grünen Basis. Global denken, aber lokal handeln. Wir, Kommunalas und Kommunalos, machen das jeden Tag. Was hat das alles mit den vor vielen Jahren bereits gegründeten Bezirksverbänden zu tun? Nun, ich meine eine ganze Menge. Diese Bezirksverbände wurden nicht in der Partei von oben verordnet, sondern sie entstanden von unten. Es gibt ein großes Bedürfnis mittlerweile an der Basis, die grünen Themen auch in der Fläche und in der Region zu verankern. Unsere Wählerinnen und Wähler und ebenso unsere UVs und Kreisverbände erwarten, dass unsere Abgeordneten neben den Fachthemen auch mit unseren Regionen verbunden sind. Nun gibt es natürlich immer kritische Stimmen und diese sagen, diese Bezirksverbände, das ist keine ideale Struktur. Ich sage, sie haben recht. Die Bezirksverbände sind nicht perfekt. Kritische Stimmen sagen auch, die Bezirksverbände, die kugeln. Ich sage, das stimmt. Ich sage aber auch, diese Bezirke sind genauso gut und genauso schlecht, wie unsere übrigen demokratischen Strukturen gut oder schlecht sind. Gerade unsere Partei, Bündnis 90 Die Grünen, steht doch dafür, demokratische Strukturen weiterzuentwickeln. Während andere Parteien ihren Spitzenkandidaten von einem alten Mann beim Schachspielen ernennen lassen, tut dies bei uns mit einer Mitgliederbefragung die grüne Basis. Während andere Parteien staunend von ihrer Kanzlerin am Bildschirm erfahren, welche inhaltliche Kehrtwende wieder einmal vollzogen wird, legt bei uns die Basis die Prioritäten fest. Trotzdem gibt es zu dieser grünen Art der demokratischen Teilhabe ebenfalls kritische Anmerkungen von der Taz und von anderen. Das muss man aushalten. Aber, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben den Mut und das Selbstbewusstsein, diese Wege zu gehen, Schritt für Schritt und nicht fehlerlos, wie ein Blick in unsere eigene Vergangenheit zeigt. Aber wir tun das, weil wir die Partei sind, die immer für Transparenz und demokratische Teilhabe steht. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, wird auch honoriert. Keine Partei hat so hohe Glaubwürdigkeitswerte wie Bündnis 90 Die Grünen. Wer heute die Bezirksverbände als unvollkommen kritisiert, kann ebenso auch die fehlende Legitimation von Wahlen beklagen, an denen sich zu wenige beteiligen. Unser System ist fehlerhaft, ja, und nicht perfekt. Es bedarf der Menschen, die sich aktiv einbringen und das System mit demokratischem Handeln ausfüllen. Die Bezirke haben sich in diesem Sinne entwickelt. Bezirke transportieren regionale Themen auf die Landesebene. Es ist jetzt an der Zeit, auch in der Satzung ein Antragsrecht für Bezirke festzulegen. Dadurch erhöht sich gerade die Durchschlagskraft der Basis aus den Regionen. Bezirke halten Voten ab über die sich bewerbenden Kandidaten und Kandidaten. Sie tun dies öffentlich und für jeden auch außerhalb der Partei ersichtlich. Ja, es geht um Macht. Klug ist, wer rechtzeitig es schafft, die Machtverhältnisse in seiner Partei auszutarieren. Es geht also um Balance. Nicht gegeneinander, nicht in Konfrontation, sondern es geht um die Entwicklung von Teilhabe. Zu Beginn der jetzigen Satzungsreformen hat die Partei den Landesvorstand deutlich vergrößert, um die wachsende Arbeit auf mehr Füße zu stellen. Es ist nun ebenfalls an der Zeit, die gelebte Realität der vorhandenen Bezirke auch in der Landessatzung erkennbar zu machen. Lasst mich zum Schluss kommen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir stimmen heute nicht darüber ab, ob Bezirksverbände verbesserungswürdig sind oder nicht. Darüber befindet die Basis innerhalb der Bezirke autonom und selbst. Wir stimmen heute nicht darüber ab, ob es Bezirksverbände geben soll oder nicht. Das hat die Partei längst entschieden und zwar nicht von oben herab, sondern selbstständig organisiert von unten. Liebe Freundinnen und Freunde, heute stimmen wir darüber ab, ob wir diesen Weg, den unsere Kreisverbände vor vielen Jahren eingeschlagen haben, nach außen und nach innen erkennbar machen. Ist diese Bezirksstruktur eine, die wir verheimlichen oder gehen wir damit offen und ehrlich um? Wenn ihr mich fragt, ich bin jetzt zu Ende, wenn ihr mich fragt, kann es auf diese Frage im Sinne unserer eigenen Maxime nach transparenten Strukturen nur eine Antwort geben. Wenn dann die Bezirke in der Satzung endlich angekommen sind, wird es an uns allen liegen, diese demokratische Struktur weiterzuentwickeln. Ich lade dazu alle Kritikerinnen und Kritiker herzlich ein. Beteiligt euch. Die Grüne Jugend hat, und wir haben das heute mit vielen starken Beiträgen gehört, die Grüne Jugend bringt sich ein. Die Grüne Jugend hat in allen Bezirken eigene Bezirksstrukturen aufgebaut. Ich bitte euch daher, diesen von über 90 Antragstellern aus den Kreisverbänden eingebrachten Antrag zu unterstützen. Ich danke euch. Die Gegenrede kommt von Musik Jungeblut aus dem Rhein-Erft-Kreis. Ich möchte einmal darauf hinweisen, dass sich für die Debatte noch keine Frauen sich eingeworfen haben oder ihre Beiträge. Deshalb würde ich euch ermuntern und ermutigen, das noch zu tun. Liebe Freundinnen und Freunde, ich hoffe, ihr seid noch wach. Es ist eine lange Veranstaltung und es ist schade, dass dieser wichtige Tagesordnungspunkt erst so spät kommt. Aber dieser Satzungsänderungsantrag geht an den Kern unseres Selbstverständnisses. Und ich bin jetzt in zwei Tagen fünf Jahre Mitglied. Ich bin Mitglied geworden beim Bündnis 90 Die Grünen, weil für mich die Grünen eine andere Partei waren. Eine Partei, die basisdemokratisch ist, die von unten funktioniert, die eben weniger Hierarchien kennt, die weniger geküngelt kennt, die weniger ausgekungen kennt. Und jetzt kommt dieser Satzungsänderungsantrag und es geht hier, da hat mein Vorredner recht gehabt, nicht für oder gegen Bezirksverbände. Es geht darum, ob wir aus Bezirksverbänden ein Satzungsorgan machen wollen. Ein Satzungsorgan, das gleichberechtigt in der Satzung dasteht in § 1 zu den OVs und KVs, zu unseren basisdemokratischen Elementen unserer Partei. Und hier wurde auch viel von einem Konsens gesprochen, der hier stattfindet, wo wir Ihnen so viele mitgetragen haben, da Transparenz. Da muss auch einer mal eine kritische Stimme bringen. Wenn man hier mal so Gespräche führt, dann heißt es, mit den mächtigen Bezirksverbänden, mit denen willst du dich anlegen. Kann man in dieser Partei noch was werden, wenn man sich mit den Bezirksverbänden angeht? Das, liebe Freundinnen und Freunde, kann nicht sein, dass Bezirksverbände hier bestimmen, ob man reden kann oder nicht. Und das ist das Gefühl, das hier vorherrscht. Und, liebe Freunde und Freunde, ich glaube auch an die gute Arbeit der Bezirksverbände. Und warum glaube ich denn daran? Weil ich an unsere guten KVs glaube, weil ich an unsere guten Landesarbeitsgemeinschaften glaube. Keinem Kreisverband wird es jemals irgendwie verboten sein, sich in Bezirksverbänden zu organisieren, da inhaltlich zu arbeiten. Aber selbstkritisch. Und die KVs haben die Aufgabe, es an ihre Bezirke herunterzubrechen und die zu informieren und sie mitzunehmen. Aber das funktioniert nicht dadurch, dass wir ein Satzungsorgan schaffen, das Delegierte nur kennen. Es funktioniert darüber, dass alles, was in den Bezirksverbänden passiert, zurück in die Kreismitgliederversammlung geht. Und dass dort entschieden wird, ob man das trägt. Und hier wurde auch gesagt, Realität anzuerkennen. Wisst ihr, was Realität ist? Das muss auch mal gesagt werden. Realität ist, dass in diesem Verband, wenn Leute auf Landeslisten oder Bundeslisten kandidieren, das dann gefragt wird, hast du eigentlich ein Bezirksvotum? Als ob das wichtig wäre. Als ob ein Mitglied der Grünen Partei sich ein Bezirksvotum holen müsste, wenn es kandidieren will. Das, liebe Freundinnen und Freunde, das kann doch nicht sein. Und ich gehe jetzt auch mal konkret auf den Antrag ein. Was mich hier stört, ist gleich im ersten Satz, da haben wir unsere basisdemokratischen Ebenen, die Orts- und Kreisverbände, und dann stehen da Bezirksverbände mit einem Strich hinter. Das sind Delegiertensysteme, das andere sind Mitgliederversammlungen, die sind halt nicht gleichberechtigt. Und es ist, wir schaffen so, wenn wir sie so in die Satzung schaffen, schaffen wir eine Zwischenhierarchie. Wir müssen uns fragen, wollen wir diese Zwischenhierarchie? Eine Zwischenhierarchie, die Vorstände kennt, die Finanzierung kennt, die Delegierte kennt, und die dann auch ein Antragrecht haben, die also nicht nur noch was voten, das sie jetzt schon haben, immer mehr Machtpositionen bekommen, die, sondern auch später inhaltliche Positionen bestimmen werden. Dann wird die Frage sein, wenn es um Netzausbau geht, über Streckenausbau, habt ihr diesen Antrag denn im Bezirk abgesprochen? Wie steht denn der Bezirk dafür? Obwohl es ja an jedem Kreisverband eigentlich frei sein sollte, seine Position zu bestimmen. Und die Teilnahme der Kreisverbände, die wird dann halt nicht mehr einfach offen sein. Wenn drei, vier große Kreisverbände sich zusammenschließen und sagen, wir möchten diese Politik machen, dann kann doch ein kleiner Kreisverband nicht mehr sagen, ach, da mache ich nicht mehr mit, diese Bezirksstrukturen nerven mich. Sobald die in der Satzung stehen, ist jeder Kreis sozusagen verpflichtet, Mitglied eines Bezirks zu werden. Und wenn er es nicht macht, hat er gar nichts mehr zu sagen. Aber da keine falschen Hoffnung. Die kleinen Kreisverbände, die manchmal so die Angst haben, sie werden von den großen Kreisverbänden dominiert, die werden auch ein Bezirksverband nicht mehr Macht haben. Und dann wird gesagt, es wird mehr Partizipation schaffen. Da sollte sich doch jeder mal überlegen, ob er ein junges Mitglied ist und ob er in einen Bezirksverband gehen würde. Nein, ich sage, ein junges Mitglied oder der neue dazukommt, der wird in seinen Kreisverband gehen, das sind die Leute, die ich kennen, das ist vor Ort. Und er wird auf LDK gehen vielleicht und auf BDK, das hat einen Eventcharakter, da sind viele Menschen. Aber er wird doch nicht hingehen in einen Bezirksverband, wo die Etablierten schon sitzen. Das muss einfach gesagt werden. Eine Sache hätte ich noch, weil ich weiß, was für ein Druck das auch auf einzelne Mitglieder ausschiebt, würde ich, auch wenn es keinen freut, geheime Abstimmung beantragen, damit sich jedes Mitglied frei überlegen kann, ob es Bezirksverbände haben will oder ob es lieber Basisdemokratie leben will. Dankeschön. Vielen Dank, Moritz. Am Ende war ein Geschäftsordnungsantrag auf geheime Abstimmung, das habe ich richtig verstanden. Dann würden wir den jetzt laut Verfahren als erstes abstimmen lassen. Ich gehe davon aus, dass du dadurch, dass du gerade geredet hast, den Änderungsantrag, den Satzungsänderungsantrag, einen Moment, Geschäftsordnungsantrag, das tut mir leid, schon eingebracht hast, allerdings, oder möchtest du den nochmal vorstellen? Okay. Wir sehen jetzt die Möglichkeit einer Gegenrede zu diesem Geschäftsordnungsantrag vor. Dieser wird von Monika Düker erfolgen. Monika, du hast jetzt das Wort. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, es ist ein Antrag gestellt worden, ein Geschäftsordnungsantrag auf eine geheime Abstimmung. Ich habe mir die Begründung sehr genau angehört und die hat mir auch zu denken gegeben. Und ich kann nur sagen, dass der Landesvorstand auf keinen Fall eine Atmosphäre in dieser Partei dulden wird und das auch nicht tut, indem nicht kritische Stimmen zum Ausdruck gebracht werden können, sie dann auch durch ein Abstimmungsverhalten zum Ausdruck gebracht werden können und ein Delegierter dann Sorge haben muss, dass wenn er abweichend von irgendeiner Meinung von irgendwelchen Bezirksfürsten oder Fürsten dann hier irgendeine Sanktion zu befürchten hätte. Wenn das so wäre, wäre es schlimm, um diese Partei bestellt. Und ich kann nur sagen, dieser Landesvorstand steht für eine offene Debattenkultur. Wir wollen eine diskussionsfreudige Partei. Kritik ist nicht nur zulässig, sie ist erwünscht. Lasst uns diese Debatten offen führen und niemand wird hier sanktioniert, der irgendwie eine wem auch immer abweichende Meinung vertritt. Und das bitte ich euch, den Geschäftsordnungsantrag abzunehmen. Danke, Monika. Wer stimmt dann über diesen Geschäftsordnungsantrag ab? Wer dem Geschäftsordnungsantrag zustimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. Danke. Die Gegenprobe gegen Stimmen dazu. Danke. Enthaltung? Danke. Damit ist der Geschäftsordnungsantrag abgelehnt. Mir ist gerade mitgeteilt worden, dass wir für die Debatte, die wir vorgesehen haben, keine weiblichen Sprecherinnen im Moment vorliegen haben. Das bedeutet, ich würde die Versammlung fragen oder die Frauen in der Versammlung fragen, ob ihr zustimmt, wenn wir, da wir zwei Männer haben, die sich eingeworfen haben, diese zwei Beiträge zulassen. Auch das würde ich jetzt abstimmen. Nur die Frauen dürfen abstimmen, das ist die Frauenversammlung. Und bitte euch um Zustimmung, wenn ihr dafür seid, dass wir die beiden Reden trotzdem hören. Ich habe den Mann gesehen, der aufgezeigt hat, das geht so nicht. Danke, ich bitte jetzt um die Nein-Stimmen. Okay, Enthaltung? Prima, vielen Dank. Damit können wir die beiden Reden noch hören und ich bitte jetzt darum, mir die beiden Redner zu nennen. Okay, für den Antrag redet Benjamin Juppen und dagegen redet Felix Lüttke. Benjamin Juppen, Kreisverband Düsseldorf, das ist das erste, das erste das Wort. Drei Minuten Zeit. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte die Debatte um die Bezirksverbände noch mal ein bisschen erden und noch mal ein bisschen auch aus der Praxis der Bezirksverbände einfach und von der Realität erzählen. Als wir vor sieben Jahren im Bezirksverband Niederrhein-Wupper überlegt haben, ob wir einen Bezirksverband neu gründen, haben wir uns auch sehr genau mit diesen Vorbehalten, die wir hier gehört haben, auseinandergesetzt. Wir haben daraufhin in allen Kreismitgliederversammlungen beschlossen, diesen Weg zu gehen und das mit klaren inhaltlichen Forderungen an den Bezirksverband verknüpft. Die Mehrheit aller Kreismitgliederversammlungen hat dem basisdemokratisch zugestimmt, diesen Weg des Bezirksverbandes zu gehen. Es ist, wie Adrian gesagt hat, wir haben diese Bezirksverbände von unten gegründet. Und ich meine, wenn wir uns die letzten sieben Jahre bei uns im Bezirksverband angucken, es war die richtige Entscheidung. Wir haben mit dem Zukunftskongress und der kommunalen Denkfabrik zuletzt zwei inhaltliche Großveranstaltungen gestemmt. Wir haben über die Betübelinie, den Eisernen Rhein, Auskiesung, erneuerbare Energien gesprochen. Als Britta Hasselmann letztes Jahr bei uns zu Gast war, haben wir über die Kommunalfinanzen debattiert, mit 80 Aktiven aus den kommunalen Ratsfraktionen, aus den Kreisverbänden. So ein volles Haus hatten wir noch nie. Und das zeigt, mit ihrer inhaltlichen Arbeit bilden Bezirksverbände eine notwendige Ebene in dieser Partei, die übrigens äquivalent zu der Arbeit der Fraktionen in den Landschaftsverbänden oder Regionalratsfraktionen ist. Auch wir haben mit dem Landesverband zum Beispiel eine Ebene, eine Parteiebene, die äquivalent zur Landtagsfraktion ist. Und so bilden eben Bezirksverbände das Äquivalent zu diesen. In Wahlkampfzeiten bieten wir als Bezirksverband wertvolle Serviceleistungen. Ihr habt heute Morgen die ganzen Wahlkampfaktivitäten hier gesehen. Wir hatten mit Harald Schwalbe den Wahlkampfleiter zu Gast und haben über den Bundestagswahlkampf die Strategien und die Anforderungen unserer Kreisverbände an einen Wahlkampf definiert und diskutiert. Und zur Frage der Voten. Ich halte das Ansinnen, bei Listenaufstellungen auf eine regionale Ausgewogenheit der Mandate zu achten, für nicht verwerflich. Ganz im Gegenteil. Das ist übrigens auch, worauf sich das Wahlrecht gründet, denn die sieht eine Repräsentanz jedes Wahlkreises nachher im Parlament vor, dass jeder Wahlkreis nachher seinen Repräsentanten im Parlament hat. Auch hier setzen wir auf eine regionale Ausgewogenheit. Und, liebe Freundinnen und Freunde, mir ist tatsächlich lieber, wenn von den Kreisverbänden demokratisch gewählte Delegierte in den Bezirksverbänden dann nachher über Voten entscheiden oder das zum Beispiel irgendwelche Flügel undemokratisch machen. Ich sage aber auch deutlich, da haben wir im Bezirksverband eine eindeutige Position über die Art und Weise, wie wir nachher mit diesen Voten umgehen. Darüber ist noch zu reden, liebe Freundinnen und Freunde. Sie sind, ja, sie sind ein hilfreiches Kriterium bei der Entscheidungsfindung. Genau, das sage ich als Sprecher einer Landesarbeitsgemeinschaft, genau wie Voten, die wir auf Landesarbeitsgemeinschaftsebene vergeben. Aber sie ersetzen niemals die freie Abstimmung auf einer LDK. Und deshalb, liebe Freundinnen und Freunde, mit der Abstimmung heute über diesen Satzungsänderungsantrag stehen wir deshalb vor der Entscheidung, ob wir die inhaltliche Arbeit der Bezirksverbände weiter stärken, zum Beispiel durch ein Antragsrecht auf LDK. Ich meine, ja, das sollten wir tun. Auf der anderen Seite müssen wir beantworten, wie wir die Herausforderungen, die wir heute angesprochen haben, lösen wollen. Und ob wir das dadurch lösen wollen, dass wir Bezirksverbände weiterhin als inoffizielle Gliederungen akzeptieren, die der Kontrolle der Satzung entzogen sind. Und ich sage, nein, das wollen wir nicht. Im Bezirksverband Niederrhein-Wupper begleiten wir diesen Prozess seit über einem Jahr. Mit allen Kreisverbänden und auch mit einer gruen Jugend auf dieser Bezirksebene. Und wir haben uns alle darüber mehrfach demokratisch, offen, lebendig ausgetauscht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir diesem Prozess zustimmen wollen. Und deshalb bitte ich euch auch im Namen des Bezirksverbandes Niederrhein-Wupper für die Annahme dieses Antrags. Vielen Dank. Vielen Dank, Ben. Als nächster hat Felix Lüttke aus dem Kreisverband Wesel das Wort. Felix, auch du hast drei Minuten. Ja, liebe Leute, Ben hat gerade schon ein richtiges Schlüsselwort genannt. Er hat nämlich ganz oft gesagt beantworten. Beantworten müssen wir nämlich so viel, weil noch so viele Fragen offen sind. Ich möchte mal von vornherein klarstellen, dass ich prinzipiell die Bezirksverbände erstmal für eine richtige Sache halte. Ich glaube auch, dass wir die irgendwann in eine Satzung überführen müssen. Aus dem Grund, dass wir jetzt eine informelle Struktur haben, die ziemlich viel Einfluss hat. Und das können wir natürlich verändern, wenn wir die in eine formelle Struktur überführen. Nur dafür müssen wir uns untereinander auf gewisse Regeln einigen. Und da sind eben nicht noch einige Fragen offen. Es sind zum Beispiel die Fragen offen, wofür sind die Bezirksverbände eigentlich da? Arbeiten die inhaltlich? Sind die für die inhaltliche Willensbildung der Parteimitglieder da? Sind die ausschließlich für die Votenvergabe da? Machen die beides? Ich glaube nicht, dass es da in allen Bezirksverbänden einheitliche Absprachen gibt oder dass wir alle wissen, was da los ist. Die nächste Frage ist natürlich, wen repräsentieren die Bezirksverbände eigentlich? Es ist durchaus denkbar, dass es Bezirksmitgliederversammlungen gibt. Es ist denkbar, dass Bezirke sich darauf geeinigt haben, ein Delegiertensystem einzuführen. Es ist auch denkbar, dass Bezirke sich geeinigt haben, ein Ausschusssystem einzuführen. Und genauso ist es dann auch denkbar, dass Bezirke die Mehrheit der Mitglieder repräsentieren oder auch die Mehrheit der Kreisvorstandsmeinung. Und wenn wir dann nämlich noch ein Antragsrecht oben drauf sitzen, dann weiß eigentlich keiner so ganz genau, wer steht jetzt eigentlich wirklich hinter dem Antrag, weil man nicht genau weiß, wie sind die Bezirke eigentlich zusammengesetzt. Auch da gibt es keine einheitliche Regelung. Genauso gibt es keine Regelung dabei, was machen wir jetzt eigentlich mit den Entscheidungen? Da wurden gerade die Votenvergaben schon angesprochen und es wurde auch gesagt, man weiß gar nicht so ganz transparent genau, was passiert, wenn die Voten erstmal abgegeben worden sind. Und da müsste man sich auch erstmal überlegen, bevor wir sagen, wir schreiben das Ganze jetzt so, wie es ist, fest. Wir packen es in eine Satzung rein und dann kann es erstmal nicht mehr so schnell verändert werden, weil wir brauchen ja die Zweidrittelmehrheit. Dann schreiben wir das System so, wie es jetzt fest und wo wir auch gerade uns eben alle darauf geeinigt haben eigentlich schon, dass es dann auch ganz viele Kritikpunkte gibt. Ich finde, der Weg muss andersrum sein. Wir brauchen erst eine offene und breit angelegte Debatte darüber, wie die Bezirke sich in Zukunft verhalten sollen, was es da für Regeln gibt, wie die Arbeit untereinander aussieht. Und dann können wir das Ganze in die Satzung übernehmen. Und dann haben wir auch nämlich die Möglichkeit, damit ein gutes Instrument zu schaffen, wie wir hier arbeiten auf den LDK und ordentlich organisieren. Deswegen würde ich eigentlich dafür plädieren, dass wir den Antrag vielleicht auf einer nächsten LDK, nachdem wir einen Workshop oder sonst irgendwie uns darauf geeinigt haben, wie diese Regeln anstehen, nochmal abstimmen. Wenn das heute zur Abstimmung steht, würde ich darum bitten, dagegen zu stimmen. Danke.